Ich weiß, es gibt in der islamischen Welt ganz viele Schwule. Genau. Und da musst du dir so vorstellen, ob die da heiraten gerade in der Standesamt oder Kirche oder was weiß ich, wo die hingehen. Sind die überhaupt Christen? Das ist ja die Frage. Okay, dass sie die Christen genannt sind. Und guck mal, jeder sagt zum Beispiel, Deutschland ist ein christliches Land und sind alle Christen. Aber wenn du die Hefte von Deutschen fragst, die sagen zu dir, wir sind alle Atheisten. Oder wir glauben an UFOs und so eine Scheiße. Ja, ja, ich weiß. Wir treten ja auch gerne aus der Kirche raus. Aber ich meine, die Kirche gehört nicht mal zum Christentum. Ein bisschen kenne ich mich schon aus. Aber ich meine, deswegen muss man sich erst mal die Frage stellen, die, die da heiraten, gehen sie nach der Bibel oder die anderen nach dem Koran oder sowas. Also man muss immer die Sachen beurteilen nach der Ideologie und nicht nach den Menschen. Guck mal, Menschen machen immer Fehler hin und her. Das ist okay, haben wir ja schon verstanden. Aber wenn du nach der Ideologie verfolgst und deine Ideologie sagt dir, du sollst das machen, dann kannst du diese Ideologie einfach verfolgen und sagen, pass mal auf, das ist ein Fehler. Zum Beispiel, wenn jetzt in Christentum steht, okay, dass es legal ist, zum Beispiel einen Mann an einen Mann zu heiraten. Dann kommt man hier und sagt, pass mal auf, ihr Christen, ihr seid doch einfach Vollidioten. So, wie kann man einen Mann heiraten, weißt du? Aber wenn jetzt welche, die sich einfach von dieser Religion überhaupt gar nicht kennen und so, trotzdem heiraten, auf den Namen, den Dingser hier. Aber guck mal, das Schöne ist darum, die verfolgen die nicht und bringen sie die um. Ja, danke dir. Guck mal, weißt du, warum ich gefragt habe, weil ich konnte einfach mir nicht vorstellen, ich finde Christentum genauso heilig wie Islam. Ich bin Moslem, ja, und ich habe vor jeder Religion sehr, sehr viel Respekt. Ich habe vorher auch zugehört, dass ihr euch lustig macht über unseren Propheten und alles, aber das ist egal. Das ist egal, das ist euer, wir sagen, das ist deine Sünde, ja. Ja, du stehst alleine vor Gott, wenn du du machen willst, dass er auf den Esel reitet. Aber das steht doch in eure Richtung. Ich habe gesagt, guck mal, nein, 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 es ging an mich. Aber man sagt sowas nicht. Aber um Respekt sagt man das nicht. Meine Liebe, guck mal, ich bin, guck mal, ich erzähle ihr, die hat mich mal angesprochen. Guck mal, ich bin selber Ex-Muslim, ich bin auch kein Christ, ich bin eigentlich Agnostiker, ich bin überhaupt kein Christ. Also glaubst du nur an Gott. ich glaube ich weiß nicht aber gott existiert also irgendeine macht die da oben ist auch die gott heißt oder allah heißt oder was weiß ich die heißt keine ahnung es gibt irgendwo eine macht aber ich weiß aber diese macht garantiert nicht der islam also 45 jahre habe ich diese islam geforscht und ich war selber von geburt an und wir haben diese ganze islam auseinander also ich habe den auseinandergenommen weißt du was heißt auseinandergenommen also ich habe den richtig ich bin aber und ich bin auch die arabische sprache sehr mächtig und ich habe alles gelesen und auseinander die ahadisse als sonne alles mögliche auseinandergenommen und das was drin steht wenn du das verstehen würde es auf arabisch was drin steht du wirst kotzen ohne ende kotzen ich bin aber gleich noch heute schon dabei ich bin noch kurz an sache sagen dass sie vielleicht versteht darum zum beispiel gerade die christen immer ist mit islam haben nicht mit anderen weil ich denke das interessiert sie wahrscheinlich auf jeden fall ja bei uns das problem bei unserer bibel steht dass jeder der quasi den kreuz ist tot und so leugnet ein antichrist quasi ist und das problem ist mit dem islam ihr wisst du weißt ja selber er leugnet dass er das jetzt gekreuzigt wurde er sagt er ist erschienen nur so und er wurde im vorgehoben und sollte und das sagt aber keine andere religion zum beispiel ein hindu ist ein bodist einen jude egal was die erkennen jesus nicht als gott an das sei dahingestellt das können ja gerne machen aber die sagen zumindest die kreuzigung gab und die einzige religion die wirklich leugnet dass die kreuzigung gab in dieser form ist der islam und deswegen ist das das große problem für uns weil gesagt wird dass es nicht stattgefunden hat alle anderen sagen es hat zumindest stattgefunden und jesus wurde gekreuzigt auch wenn er für sie kein gott ist verstehst du und das ist der große knackpunkt und das aus unserem gott in eurer religion ein prophet einfach gemacht wurde das ist das problem muss ich das immer beißt weil das zwei punkte sind die eigentlich unseren glauben auch wenn du das vielleicht nicht so siehst aber runter machen und einfach jesus zu einem normalen ich bin gerne gerne dazu ich wusste das nicht ich habe mich immer gefragt warum immer muslime kritisiert werden warum nicht buddhisten warum es gibt so viele sachen was bei sich an was man glaubt und immer muslimer wenn ihr das so seht ja es ist eure perspektive und da kann ich das verstehen ja wie ich sehe jesus als ein prophet aber ihr fühlt euch dadurch sozusagen beleidigt ja und da es tut mir leid aber ich persönlich für mich ich akzeptiere jede religion ja jeder soll glauben an was er will hauptsache man hat frieden ja und das wichtigste das allerwichtigste ist dass man sich nicht über andere menschen lustig macht über andere religionen lustig macht und inzwischen in deutschland ist so dass man auch dass man rassismus aus religionen gemacht hat dass muslime angegriffen werden bleibt doch menschlich ist okay lass mich doch glauben was ich will ich habe es ja ich antworte wenn du fertig bist wenn du fertig bist ich antworte dir ja gerne ich bin fertig machen also guck mal ich habe dir gesagt weil du meintest wieso immer den islam angegriffen guck mal meine liebe nicht der islam wird angegriffen der islam greift jeden an guck mal es gibt 6200 religionen auf dieser erde ja 6200 religionen auf dieser erde existieren keine religion sagt zu dir du sollst zum beispiel jemand töten der nicht an deine glaube glaubt außer der islam kein religion auf dieser erde sagt zu dir du sollst die frauen so minderwertig behandeln so wie der islam kein religion sagt zu dir du sollst kinder ehe haben kinder heiraten außer der islam kein religion sagt zu dir wenn du aus diesem religion austritt weil du denn nicht mehr haben willst dass du umgebracht wirst kein religion sagt zu dir wenn du nicht beten tust wirst du drei tage erst mal gemahnt und wenn du nicht wieder zurückkommst würdest du trotzdem getötet verstehst du was ich meine jetzt gerade das ist die einzige religion der der hass verbreitet gegen andere das war ein alten testament genau so nein meine liebe nein das gibt es gar nichts alter testament du kannst denn die religion keine er sagt zu dir kommt keiner sagt zu dir du wirst umgebracht wenn du denn einfach einfach den rücken umdrehst ich habe keine juden oder ich hatte eine jude was mich gleich kurz was mich kurz was dazu sagen kann zeigt weiter man im alten testament nur damit das mal klargestellt ist hat sich das bezogen auf einzelne völker die gegen gott die ganze zeit gesündigt haben dann wurde das entschieden nach tausenden jahren wo diese völker nicht aufgehört haben und immer wieder angegriffen haben das ist das problem das ist nicht für heute gültig das heißt es ist passiert das leugnet keiner aber das war in einer epoche aber in dem alten testament steht nirgendwo kämpfe bis heute gegen die ungräubigen oder so das ist ein riesen unterschied da das war einmal in einer epoche ist das passiert und sonst gar nicht mehr und das ist der unterschied zum islam ich wollte das nur sagen dass das gleich mal nachschaut und gucken kannst gern gucken guck mal amalekita und so immer was da passiert ist ja ich bin von mir ich gerne ich mich ja dafür und deswegen bin ich auch hochkommen um zu haben ja meine fragen gestellt aber noch eine frage warum gibt es überhaupt mehrere testamente in christentum also jetzt koran gibt es ja nur einmal ja guck mal es gibt das alte testament das ist quasi da sind ja bei euch kennt ihr ihr nennt das immer thora das stimmt ja aber nicht ganz thora sind ja die ersten fünf bücher musik also bei euch nicht so und dann ist doch der tana da drin das ist ein testament das heißt alle propheten quasi ihr auch habt sind die hindeuten quasi auf jesu bei uns wenn wenn du die das alttestament liest sind da immer wieder vor prophezeiungen dass der herr irgendwann kommt zum erlösen also quasi messias jesus christus und das neue testament ist dann als jesus christus auf die auf der erde war das ist das neue testament und das zusammen jetzt verstehe ich ja danke dir ich aber das war so kommt also ich habe das komplett nicht verstanden aber er ist logisch ok verstehe und guck mal wie gesagt also zurück zu unser thema deswegen sage ich dir schwester kummer das problem ist in den islam der respektiert selber nicht alle alle religionen verstehst du die kommen hier hier und guck mal du bist eine moderne frau du bist sehr also wie ich merke du bist einfach offen du bist ehrlich definitiv also mir ist egal welche region ja ja genau und du hast aber du redest von der menschliche seite weißt du du hast einen guten herz du bist du redest von deinem guten herz von der menschliche seite du kannst ja nicht zum beispiel sehen dass jemand den anderen umbringt weil er seine religion verlässt stimmt so schätze ich dich aber aber wir kommen zum aber das aber ist der islam befehlt ihr das wenn du denn an islam richtig glauben solltest weil sie verstehst du und den islam richtig wahrnimmst als seine religion und richtig lernst und richtig der befehlt hier jeder der sein religion verlässt muss einfach ein kopf kleiner gemacht werden jeder der nicht mal fünf mal am tag betet weißt du der ist auch keine muslim mehr er wird auch getötet verstehst du und deswegen also wie kannst du wie kannst du so als normaler mensch wie mit dein herz so ein reiner herz wie du hast und ein offener mensch weißt du wie kannst du mit dieser religion leben du kannst du nicht damit reden ich nehme das positive von islam mit ja ja aber meine liebe es gibt kein positive im islam für dich auch sogar als frau demütig dich er sagt zu dir im islam auf arabisch al mara tuner bis auch nur dienen der sagt zu dir du bist ein halber gehirn und halber religion als du bist minderwertig die frau zum beispiel darf nichts über den mann übersagen die frau wenn der mann sie ruft ins bett und wie sie will mit ihnen schlafen da sind die die engel verfluchen sie bis frühmorgens bis sie mit ihm schläft wenn der mann wenn angst hat nur angst also verdacht hat da die frau ihn einfach widerspricht nicht dass sie ihn widersprochen hat ja in ruft um an den schuss in ruft um ja also wenn ihr angst habt dass sie einfach euch widerspricht ihr könnt sie einfach ermahnen der mann und dann schlagen verstehst du okay also wieso wird immer die frau so runter und niedergemacht in dem islam du zum beispiel im gericht vor gericht müssen zwei frauen gegen ein mann stehen also ihre wort ein frau zählt nicht verstehst du so also die machen die frau im islam so minderwertig obwohl obwohl weißt du eigentlich manche frau sind viel intelligenter als männer verstehst du was ich meine eine frau ist multitasking die kann denken die kann arbeiten die kann man die ist ja viel weiter als ein mann eigentlich so davon kann ich ja genau verstehst du was meine aber diese aber diese religion diese ideologie macht die frau so niedrig da kommen wir zum beispiel der frage da fragt man sich wieso macht man das dann was machst du denn da da gehst du zum beispiel auf diese aha diese wieso wurde die frau so niedergemacht verstehst du dann liest du dann fängst du an diese koran zu lesen und diese aha diese diese dafür was ist der grund dann siehst du schon der grund sofort weil diese gründung von dieser islam besteht für den männer für männliche mitglieder verstehst du also was wollen diese männliche mitglieder machen wenn ich ein 1 1 1 bus bin von einer einer bande also was mache ich denn mit meiner mit meinen männliche mitglieder damit sie zu mir mir folgen erst mal bitte ich denn erst mal geld ja macht und frauen weißt du was sie einfach lieben also die frau hat nicht zu sagen ich kann sie mit ihr handeln wie ich will guck mal die sagen zum beispiel du kannst vier frauen heiraten und mal akad im ankommen diese sklaven sechs sklaven verstehst du und diese sechs sklaven im islam dass die haben keine zahl du kannst 1000 haben verstehst du von frauen haben die dir gehören mit denen machen was du willst verkaufen mit den schlafen alles machen was du willst was darf eine frau machen im islam wo ist denn das recht für eine frau im islam es gibt keine rechte für die frau im islam nicht nur hier auf erde die frau betet hier sie glaubt an den islam und dann geht sie in jänner ja wenn die gute frau ist und was kriegt sie im jänner nichts wiederum so der mann kriegt 72 huri und jeder huri hat 72 wasifa und so weiter und so fort er kriegt ein ding so lang wie eine palme ja und der nie runter macht und der wird jeden tag junge frauen haben und diese junge frauen immer wenn er mit denen schläft dann gott nimmt sie wieder und macht sie wieder als junge frauen und was macht die frau was kriegt die frau nichts weißt du was die frau kriegt im jänner gott wird ihr diese rierer also ihre eifersucht von ihre herzen rausnehmen das kriegt sie jetzt musst du dir mal vorstellen er nimmt die frau ihre eifersucht raus aus ihrem herz damit sie wenn sie ihre mann sieht mit wer mit tausende von frauen schlägt damit sie eifersüchtig nicht ist und man kann ja genau genau aber was kriegt sie denn wo sind denn diese huri für die frau die frau hat auch lust die frau hat auch gelüste wieso kriegt sie denn ich die hat doch die ganze zeit gebeten und die frauen im islam sie sind schlimmer als die männer die beten mehr sie machen keine fehler wie die männer verstehst du und trotzdem wenn die minder leitet nicht nur auf erde sogar im himmel sind die gemände wie kannst du denn an so eine religion glauben mit dich als frau also wie gesagt ich bin geborene muslime und ich interessiere mich für religionen und natürlich habe ich auch ich danke euch gerade jetzt weil ich habe fragen nicht nur an christentum auch an islam ja aber ich traue mich nicht beziehungsweise einmal habe ich mich getraut ein muslim zu fragen und er hat mir gedroht und das ist das war so eine sache wo ich mir gedacht habe ich will mich doch nur weiter informieren ja genau du darfst ich sag dir wieso er dich bedroht hat weil er sagt mir im islam du darfst nicht frage es gibt eine so sagt dass du dir lade es also an es hier ein tub der lakon tussi kommen verstehst du du darfst nicht fragen an eine sache die euch enttäuschung oder einfach verwirren darfst du nicht fragen du sollst nur glauben versteht kommen die 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 versuchen die leute zu verblödern was meinst sowieso ich aus diesem islam ausgetreten bin weil ich habe diese islam hundertprozentig richtig anerkannt du ich habe den auf arabisch gelesen diese richtige sprache wo wir damit lesen sollen und verstehen sollen verstehst du und das war nicht ein jahr oder zwei jahre das 45 jahre lang meine liebe verstehst du so und deswegen wenn du fragen hast von islam und so eine sache ich hole dir tausende von zuhause von eier also richtig so eiert und zuhause und ihnen und ich zeig dir wurde ich wollte dir weil ich habe noch mehr fragen aber vielleicht gibt es noch andere menschen die was hier sagen wollen ich danke euch und meinen respekt habt ihr auch egal ob ich moslem bin oder nicht weil wie gesagt die anderen menschen drohen mir nur weil ich eine frage stelle schwester soll dass ich unterbreche du kannst gern weiter fragen ich denke keiner hat was dagegen also ich habe noch zwei geschichten ich habe aber dazu gehabt wo ihm mehr gedroht wurde es gibt ja dieses also die fasten zeit ja ich mache das auch mit es ist so so wir nehmen das hin ich warste und ich habe ein muller oder wie die auch heißen gefragt wer darf nicht fast dann sagt der schwanger und kinder sie ihre tage kriegen ja ja genau habe ich alles verstanden dann habe ich den gefragt ob arme menschen auch nicht fasten müssen dann hat er gesagt doch dann habe ich zudem gesagt aber wieso denn wenn es da ist dürfen die doch haben die doch eh nichts zu essen die diesen auch sowieso am verhungern und dann sagt er du kaffee steh auf geh raus hier und so gute frage siehst du und das ist eine perfekte frage deswegen habe ich gesagt du bist ein mensch wo du geredet hast habe ich dir gesagt du bist eine intelligente frau du hast auch dein herz auf den richtigen flecken deswegen musst du mal überlegen ist diese diese religion für eine frau richtig nie im leben verstecken und du siehst du die können dir nicht mal erklären ich habe auch mehrere fragen in dem bezug auf diese sachen dann frage ich so also ich kann zum beispiel von frühmorgens bis abend erst mal verhungern und da sagt dass du dir ich habe damals gefragt wieso fasten wir damals da sagt dass du mir damit du spürst wie die wie die armen leute die nichts zu essen und dann sagst du zu denen okay aber ich fast davon mit also von frühmorgens bis nachmittag also bis abend ja und am abend hole ich mir das krasseste essen wie darauf hauen verstehst du und die meisten zeit wo die am meisten gekauft wird und gegessen wird immer in fastenzeiten der ramadan weißt du dann müssen sich ohne ende die verfressen sich immer ohne ende verstehst du so nur wieso wieso haben wir elf monate lang haben wir keine wir spüren nicht diese 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 leute die einfach verhungern und nur innerhalb dieser ein monat sollen man diese diese leute spüren was hat das für einen sinn überhaupt gar keinen sinn überhaupt gar verstehst du nein vor allem es gibt so menschen sehr viele auch in deutschland ja die fasten den ganzen tag und nach dem fasten brechen danach ist da gehen sie shisha bars ja und dann denke ich mir wollte das ist doch eigentlich komplett nicht erlaubt und schon gar nicht in diesem monat schwester ich habe mir ein paar freunde von mir die gehen auch noch sogar kiffen glaub mir deswegen das ist schon was man auch gestern war so wir waren im live gewesen denn was du bescheid bei ist da ist ein algeria reingekommen der dort auch sehr überzeugt davon gewesen dann ist er der ex muslim der sikario hat ihm dann paar stellen gezeigt und hat gesagt hol deinen eigenen koran raus der konnte arabisch der anderen also wie gesagt er aber er hat ihm das alles gezeigt weiß was er gesagt hat im live gestern das kann gar nicht von gott sein hat er gesagt ja aber ja ich war mit ihm fast fast über eine halbe stunde habe ich mit ihnen geredet der ist algeria den ist er lebt auch in algerien dann habe ich habe ich mit ihnen geredet und ich meinte du kannst doch arabisch sagte er sagt hol mal deine koran wenn wenn ich dir sage von mir dann wirst du sagen ich lüge dann habe ich ihnen versen gezeigt wo im koran überhaupt gar nicht zusammenhang haben weißt du also erst mal ein grammatikfehler im koran zweitens diese verschiedene korane diese verschiedenen ajat sind eine eine hat mit der andere überhaupt nichts zu tun verstehst du so ich habe ihm viele sachen gezeigt und die hat selber mit seinen augen gelesen ich habe gesagt zitiere mal bitte den al fatiha ja das ist der fatiha muss doch jedes kleines kind kennen ja er hat er zitiert dann hat er gesagt malik mit denen ich sag stopp was hast du gesagt malik mit denen ich sag du hast doch den koran von hafs bei dir sagt er ja ich sag mach mal auf guck mal der fatiha versteht denn da ich sag malik mit denen ich sag aha wieso malik und wieso hier malik das ist doch ein unterschied oder nicht der war gestern er hat zu mir gesagt kein mensch hat mir das erzählt was du mir erzählt dass hier die brüder waren alle da wir waren doch gestern fast 200 leute da im stream so und der tipp ist ausgerastet ich habe ihm gesagt soll man das er hat gezeigt zu gezeigt alles gezeigt er hat selber mit seinen augen gelesen er hat gesagt das kann nicht von gott sein dass das geht ja nicht da hat er weggeschmissen hat er gesagt hat er mir danach gesagt ich danke dir dafür ich habe gesagt guck mal wenn du an ein gott glaubst ja also wie gesagt ich bin agnostiker ich habe gesagt wenn du ein gott glaubst so dann kann ich dir nur eins sagen dieser gott der da oben ist der hat dir das wichtigste im leben geschenkt und zwar dein gehirn weißt du dein gehirn ist der gott du sollst doch überlegen und lesen und dich informieren und dann entscheidest du ist das was für mich oder ist das nicht für mich wie kann denn gott sagen du sollst die anderen leute töten verstehst du wie kann denn gott sagen zu dir du sollst andere leute hassen und dann wieder alles umdrehen dass du sagst alle leute hassen mich verstehst du und obwohl du weißt ganz genau du hast doch alle leute nicht die leute haben gegen die spaß ich habe noch nie ein buddhisten gesehen der von seinem tempel rauskommt und sich mitten im versammlung sich in der luft springt und sagt buddha ist akbar und ich habe noch nie ein christen gesehen der von der kirche raus gekommen ist und hat sich mitten im dingster hat er gesagt jesus ist akbar dass ich mitten in den dingster in der luft ich habe gesagt ich habe nur muslime gesehen die vom moschee raus kommen direkt haben sich die dazwischen irgendwo versammlung so allahu akbar und lassen sich in der luft und nehmen sie alle mit ich habe gesagt wo kommt denn das verstehst du ich habe gesagt jeder mensch liebt sein leben das muss doch diese an diese ideologie liegen versteht das steht doch alles drin ich habe ein doku gesehen und das hat mich extrem ich war geschockt da haben die mütter ihre söhne verabschiedet die so einen attentat vor hatten da bitte schön die mütter haben gesagt wir sind stolz und die gehen ins paradies und dann habe ich bin selber mutter ja und da habe ich mir gedacht wie kann man das mit sein wie willst du leben als mutter wenn sowas passiert ja weil du mutter bist genau weil du mutter bist überlegt mal der prophet mohammed hatte ein kind geheiratet ein kind und er soll der beste mensch der welt sein und genau weil du mutter bist jetzt stell dir vor dein kind ist neun jahre alt und dann kommt irgend einer hin sagt ich bin profitiert wie deine tochter und du musst nein nein das ist ja ist für mich unvorstellbar so kann meine liebe aber meine liebe das ist das steht aber so weißt du das heißt wenn der prophet eine frau gefällt und die ist verheiratet mit dir da musst du dich scheiden lassen und dem prophet deine frau geben das steht in sahih bukhari verstehst du wenn einer wie kannst du zum beispiel an einen propheten glauben das hat mir sowieso immer so eine so eine so eine dingster in meinem mage schon als kleines kind schon gegeben wenn ein mensch der ist 54 jahre alt ja 54 jahre alt und er heiratet ein mädchen mit sechs du hast noch gesagt du hast kinder stell dir vor jetzt kommt ein roger oder hadji und gesagt der ist der beste gelehrte der ist 54 und du hast eine tochter um gottes willen ja nicht dass die sechs ist und er sagt zu dir ich will jetzt seine tochter heiraten was wirst du ihnen sagen bitte also wenn natürlich wird das niemals zulassen aber sollten die mir drohen oder so dann würde ich glaube ich lieber sterben siehst du und das ist genau dein instinkt weil du ein mensch hast du hast den herz auf den richtigen fleck und nicht an den islam glaubst wenn du an den islam glauben würdest würdest du genauso handeln wie diese mütter die einfach ihre kinder verabschieden und sagen ja ich bin stolz dass sie tot zum tod geschickt habe was ist denn das für eine mutter die einfach aber diese da siehst du schon was diese ideologie mit diesen menschen ihre gehirne macht die einfach verblendet oder der sohn zum beispiel weißt du wie viele kinder ihre mütter umgebracht haben weil die sagen die sind ungläubig geworden wie kannst du als sohn deine eigene mutter umbringen nur weil der aus dem islam ausgetreten ist verstehst du ja jeder muslim fragt man jeder muslim wenn dein vater zum beispiel aus dem islam raus tritt was willst du mit ihm machen ich sage nein sag mal was ist denn die strafe wenn dein vater würdest du ihn na klar wenn der islam verlässt na klar würde ich machen wie kannst du denn das was für ein mensch bist du denn was macht aus dieser ideologie aus dir mensch wie guck mal das ist eine gehirnwäsche diese ideologie versteht deswegen das kann doch nicht von gott sein wie kann ich denn diese ideologie verfolgen die frage stellt sich einen gott verlangt doch so etwas nicht naja wie gesagt das ist so da muss man ja vor allem ich denke mir so man liebt ja seine familie extrem egal wenn mein kind zu mir kommen würde auch es passt mir gar nicht ja mein sohn sagt ich bin schwul passt mir nicht ja aber ich werde meinen sohn trotzdem so lieben natürlich das ist ein sohn du kannst ja nicht einfach sein sohn hassen versteht und ich sage jemanden bitte tötet meinen sohn weil er das und das ist um gottes willen lieber ich will vor meinen kinder sterben und das nie ansehen egal was meine kinder machen also sechs jahre und neun jahre dann 11 also ich habe das schon gewusst aber es ist ja halt immer gesagt worden dass in der zeit war das normal die man die war schon 18 mäßig aber ich will es mal ganz ehrlich wenn man überlegt aber bitte warte seid ruhig seid ruhig wird so ein gelehrter hier in deutschland was er sagt nicht wir nicht ich teile von uns ein gelehrter hier in deutsch wird so stimmt es dass der prophet hat während sie neun jahre alt war das stimmt fertig fertig gibt es nichts mehr zu sein und dazu gibt es noch eine story und zwar ist es aktuell in pakistan tatsächlich passiert ich kann noch später ein twitter link dazu geben dann gibt es auch ein video zu ist richtig grausam da ist da gab es einen islamischen stamm der ist danach bangladesh gegangen hat einen mann nackentherapie gegeben haben sich dann tochter und mutter geschnappt beide mussten sozusagen zum islam konvertieren und die zehnjährige wurde dann mit einem 40 jährigen verheiratet gibt es ein video dazu das ist unfassbar das ist das ich habe das ich konnte mir das nicht das ist wahnsinn und dann haben wir da noch geld noch übergeschmissen da ich wirklich ich krieg da ich krieg da sind ja guck mal eine ältere schwester hat immer gesagt ne und ich war damals ich kann das nicht wirklich ich bin immer ich sage ja nichts ich bin glaube ich habe immer fünfmal am tag gebetet und alles und ich habe eine ältere schwester und die hat alles in frage gestellt auch damals ja und sie hat mich damals extrem aufgeregt und die sie hat mir gesagt irgendwann werden die muslime aufgedeckt was bei denen in ländern passiert aber die sagen immer nur ja in deutschland ist so usa ist so aber wenn du wüsstest wie viel schwule es gibt oder was für missbrauch alles oft in islamischen länder gibt und ich habe mich damals immer über sie aufgeregt aber inzwischen weiß ich was was sie meint ja weil das musste nur so rauskommen es wurde immer ich habe immer ich habe die muslimischen länder immer also perfekt gesehen bei uns gibt es über alle statistiken und in diesen ländern halt teilweise nicht also über viele sachen wird da gar keine statistik als beispiel hier wird ein kind geht jemand an kind damit das kommt das zur polizei damit das irgendwo vermerkt und weiß was meine dann kommt das statistik dort gibt es das nicht das heißt dort wird das gemacht und weil sich alle schämen tut da keiner drüber reden und es einfach passiert leider ist das vor allem wenn jemand eine frau verdenkt wird ihr wisst schon dann kommt auch die frau schuld lass sie töten weil sie ist nicht mehr sauber das wir haben immer die frau ist schuld verstehst du meine schwester guck mal im islam auch wenn die frau guck mal im ägypten zum beispiel die sind alle verdeckt die haben alle die ziel und dann siehst du schon mal wenn ich einer vergewaltigt wird oder sowas was machen sie mit ihr die geben ihr die schuld wieso und und was machen sie anstatt dass zudings daher die sagen okay damit die zu machen dann sagen sie wo ist denn der jenige der sie vergewaltigt hat der der hier okay dann lass sie heiraten mit ihnen ja genau das wollte ich auch sagen ihre peiniger alter dass sie ihn also somit ihr gemacht hat die sie ihn einfach in seinem gesicht nicht mal angucken will da lasst sie ihn noch mal heiraten ist doch nicht normal nein nein das ist auch eine frau extrem traumatisierend wie kann man einen menschen so nicht mal frau es ist ein mensch ja wie kann man einen menschen so was antun also habe ich auch immer wieder gesehen und ich war geschockiert ja ich werde mich auf jeden fall mit christentum auch beschäftigen aber bis jetzt ist ja mal eine frage noch an dich bitte weil du sagst es ja vorhin wo das zur sprache kam mit der sechsjährigen und dann wurde ja wahrscheinlich erklärt dass das eine andere zeit war in der so jetzt mal eine frage an die hand der hand ans herz ja sechsjährige kann eigentlich unmöglich zu ihnen einer anderen zeit eines körpers eines 18 jährigen haben ich persönlich kann mir das niemals vorstellen ich weiß nicht was sollte das für eine zeit sein dass es so eine krasse umwandlung gab und vor allem wissen wir heutzutage dass der körper der der menschen sage ich mal sich er entwickelt hat in diese richtung dass wir er sage ich mal damals eher jünger waren in dem zeitalter wo wir waren als wie heute da siehst du ja an den ganzen essen alles mögliche was wir haben das hast du wahrscheinlich selber auch vielleicht in einer jugend mal gesehen dass die dass die mädchen bei dir vielleicht sag ich mal langsamer die brust bekommen haben eher weniger in dem zwölf oder so eher weniger so als frau waren wie heute zum beispiel eine zwölfjährige und das ist noch nicht mal so lange her so wie kann das dann sein dass eine sechsjährige damals aussehen sollte wie 18 beziehungsweise selbst wenn sie aussehen sollte wie 18 sie bleibt doch immer noch sechs oder natürlich definitiv guck mal ich wurde also ich wurde wirklich das ist auf betonung mit 16 verheiratet das wollte ich nicht ja und wenn ich mir vorstelle eine sechsjährige dann ist das die hölle und deswegen versteht verstehe ich auch nicht wenn leute sagen ja das war aber damals anders also dass es kann sein die menschheit entwickelt sich immer weiter und weiter okay aber ein mensch mit sechs bleibt auch jetzt sechs verstehst du also mein jetzt mein mein persönliches leben kennt das sehr gut also ich weiß was wovon ich rede und deswegen habe ich auch ich habe drei kinder von jemanden was ich nicht wollte zum glück habe ich die kinder ich liebe meine kinder über alles ja das beispiel geben ich glaube maurisch kennt das auch 600 jahre zuvor ja im christentum wird absolut dagegen geschossen den kinder erhe weil es war eine ältere sogar die war schon älter als sechs selbst bei ihr wurde gesagt sie ist noch zu ihr sie war zwölf und bei ihr wurde noch mal gesprochen sogar und das war 600 jahr vorher also jesus spricht mit ihr und sie ist ein kind er sagt explizit kind und über zwölf also kann das nicht sein dass mit sechs man damals schon erwachsen war richtig denke ich mir auch also es kann sein dass es so viele unterschied gibt aber ich komme persönlich jetzt also was heißt ich komme ich habe dieses land nie gesehen ich komme aus afghanistan meine eltern ja und ich habe dann vieles gehört ja dass es gibt menschen die haben nichts zu essen und verkaufen ihre töchter genau genau also wie du hast du ganz da kannst du die materie ganz gut du weißt doch wieder drüben hast du schon mal also hast du auch da gelebt oder nein 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 ich bin hier vorne also ich bin hier aufgewachsen sei froh sei froh also wirklich oder die frauen da drüben die tun mir die tun mir so leid die tun mir so leid also die haben ja nicht zu lachen die dürfen nicht mal zur schule also ab 6 dürfen die nirgendwo hin und da werden sie so unterdrückt also wie gesagt das ist deswegen für eine frau ich verstehe ich komme bei männer manchmal wenn ich diskutiere debattiere okay einerseits verstehe sie weil die haben ja nur vorteile die männer weißt du im islam vier frauen sie haben den herrscher die machen das deswegen aber dass eine frau für die islam kämpft das ist für mich ein unvorstellbare sache ich habe dir nur paar sachen jetzt gezählt und du hast du selber gesehen so wie kann man das und wenn ich dir noch mal weiter ich kann dir bis noch mehr weiter bis halbe stunde noch mal weiter erzählen was sie alles die nachteile für eine frau ist verstehst du so selbst selber wie das ist aber deswegen sage ich eine frau wenn die bisschen gehirn hat die die einfach schalten kann so dann wird sie niemals niemals den islam akzeptieren oder respektieren mehr niemals weil deswegen wo du am anfang an gesagt ja gibt es keinen respekt nein guck mal diese respekt ich respektiere dich als mensch verstehst du bisher für mich ein respekt person ich rede mit dir auch als respekt person aber den religion was du hast respektiere ich nicht weil diese religion respektiert auch niemanden verstehst du das muss man ein bisschen mit sich hinsetzen und überlegen wer macht denn hier die ganze ärger auf diese erde verstehst du die frauen kriegen wirklich wortwörtlich sage ich mal kannst du sagen ketten um die füße ketten um die hände ja und dann hat sie aber den schlüssel sie hat den verstand was macht die frau sich meist den schlüssel einfach weg und das will ich persönlich habe sieben jahre mitgemacht wie gesagt ich habe drei kinder bekommen und die kinder ich bin gott sehr sehr dankbar dass das will ich gar nicht sagen ja aber die haben ja damit nichts zu tun aber irgendwann konnte ich nicht mehr ich habe wegen depression gelitten ich habe diesen mann nie nie gekannt ich habe ihn innerhalb einer woche gesehen und direkt war die hochzeit und deswegen ist das für mich vor allem dass ich in deutschland aufgewachsen bin ein ich muss bis jetzt tabletten gegen depressionen eigentlich geht es mir ja gut aber ich habe albträume ich komme mit dem mein leben nicht mehr klar ja und dass das tut man einen menschen einfach nicht an das ist einfach so liebe schwester ich kann dir nur empfehlen werfen wir diese religion im müll und du wirst schon viel besser dir wird es viel besser gehen glaubt mir einfach weißt du ich hatte auch am anfang an richtig schwierigkeiten erstmal natürlich wenn du von deiner eigenen religion erstmal enttäuscht bist und du hast den praktiziert so lange zeit ist ja natürlich aber wo das weg war ich war befreit verstehst du richtig befreit ich habe gesagt das gibt es sogar nicht du bist ganz woanders verstehst du kurz wartet direkt kommen alles was gerade eben gesagt wurde ich kann dir das hier auch zeigen du kannst jetzt gerne aufschreiben wenn du das nicht glaubst dass sie gerade gesagt hat glaube ich weil da wir ist ja dass der jade ich habe nur gerade gefragt ob ich hoch darf man der hat mich hochgeschickt also erst mal nur eine kurze frage an dich du heißt baschka sicario die haben ja 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 sicario weiß ich sogar ganz gut eine sekunde wann bist du geboren der 99 darin stehen das bedeutet aber nicht dass er mal kurz bevor wir auf ihn eingehen ich wollte noch was zu ihr sagen guck mal ich kann dir gerne zeigen hier hier siehst du ja oben die quellen immer das wirklich interessiert kannst du das wirklich google so eingeben da kannst du das wirklich nachlesen zum beispiel hier steht ja das ist jetzt nur ein teil davon das steht frauen die tattoos augen frauen zupfen oder ihr zähne schöner machen wollen werden verflucht und soll ich habe alle drei gemacht das folgt einer frau ist nicht die hälfte wert eines mannes die frauen sagten ja er sagt das liegt an einem mangel an ihrem verstand man sollte sagen also kannst gerne wenn ich das wirklich interessiert ich kann hier privat oder so gerne quellen ja gerne also ich informiere mich gerne und ich wäre froh wenn ich weitere informationen bekommen aber ich denke wenn du mit deinen eigenen augen das siehst glaubt das auch noch mal mehr weil klar sikario spricht die wahrheit aber er kann dir ja viel erzählen weiß wenn du das selber liest und sie ist es steht da wirklich drin ist auch wo das ganze herkommt weißt du ja hast recht und lass dir bitte nicht den kopf waschen wenn irgendjemand dir versucht da was anderes zu erklären nein nein zum glück nach meiner trennung habe ich ihn beschlossen nie wieder wie die deutschen schön sagen nie wieder gesagt schwester du sollst selber selber lesen selber verfolgen was wir dir sagen ich habe jetzt gerade sachen gesagt im islam und du kannst selber wie gesagt der bruder mehr egal wo da schicken wir sie auch die fersen wo da drin steht da kannst du selber lesen und selber recherchieren jetzt du musst nicht jedem glauben wer dir erzählt du sollst selber gucken und aber du weißt also ich habe schon gemerkt du hast dich auch ein bisschen informiert über den islam also du kannst dich auch aus also so ist es nicht ja auf jeden fall ich wurde ja so erzogen aber ich hatte nicht nie zeit dafür ja ich habe mich immer für religion interessiert wegen den kindern ich war alleinerziehend habe die großgezogen aber jetzt beschäftige ich damit so was mir passiert ist ob das erlaubt war was ich durchgemacht habe und immer wieder lese ich dass es okay ist und das hat mich sehr verletzt es wenn ich gibt dir ein versprechen und ich halte meine versprechen eigentlich immer ich wette mit dir wirklich wenn du wenn du ich darf nicht werden aber ich sage mal so wenn du wirklich alles liest und alles verstanden hast wirst du das nächste mal hochkommen und sagen ich respektiere alle religionen außer den islam vertrauen und ich würde dich nicht an ich habe immer noch angst weiß man weiß ja nicht ich sagte ehrlich wie ich dir erzählt habe am anfang an natürlich wenn man sein leben lang in diesem religion okay da hat man aber du brauchst wirklich ich habe den in mülleimer geschmissen diese koran und diese dinge hier und ging mir tausend mal viel besser da ist deine psyche ist einfach beruhigt dass ich besser schlafen weil diese religion die macht hier nur angst die ganze zeit verstehst du so hat mich die hat dich so unter kontrolle dass du angst zu denken daran einfach aufzuhören die hat die immer ängste gemacht und das ist das problem und diese 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 religion die zieht dich wie ein magie so richtig so dass die unterdrückt verstehst du damit du nicht überlegen sollst du bist im grab da kommt dir das und das zu machen verstehst du wenn du das sagst wirst du bestraft du gehst in der höhle wirst du verbraten was genau da habe ich so angst ich denken kann musste ich mir immer die hölle vorstellen ja ja du bist da reingezogen und so und ich hatte immer angst ich habe irgendwann waren wir in urlaub ich weiß nicht genau wo das war auf jeden fall wurde das gebet gesprochen also dieses asan sagen wir ja und dann morgens früh um fünf oder so wurde ich hatte so angst war noch klein ich habe meine mutter festgehalten was ist das aber alles war wurde ja und in unseren kopf gespeichert so ja wenn du das nicht mal wird eigentlich mal aber bitte darüber nicht aber ich fragte ich mal wirklich aber du kannst ja gar nicht verliehen dabei oder besser gesagt eine frau kann ja im islam nur verlieren ich meine ob du jetzt in der hölle kommst und das schmars oder in das paradies kommst da hast du auch nichts im endeffekt verliert oder so eine frau egal wie die meisten bewohner sind ja laut islam die frauen richtig eine frau kann nur im islam verlieren sagt der prophet reite auch für diese die hand namen akte sukkani jahannam nissa er sagst du dir die meisten die die im jahannam sind sind alle nur frauen verstehst du daran siehst du schon also wie gesagt das ist das problem also egal wie du machst es gibt man sagt immer win-win situation in dem falle bei frauen im islam es ist lose lose situation verstehst du das ist das problem deswegen lieber auf risiko gehen und ich sage mal nicht so jetzt für dich im allgemeinen und den islam verlassen und hoffen dass woanders was richtig ist verstehst weil in der in der religion verliert eine frau du kannst nicht gewinnen also jetzt werde habe ich mir vorgenommen mich mit dem christentum zu beschäftigen und habe ich auch vorher gemacht aber es war halt immer wenn die kinder kam immer zwischen konnte ich immer und die sind jetzt inzwischen schon groß und das jetzt werde ich mich damit befassen ich hoffe ich brauche einfach reden ja wenn ich dir da einen tipp geben darf weil sage ich mal für den anfang ist das alte testament soll ich ehrlich wahrscheinlich zu komplex weil du dann das nicht zu 100 prozent verstehen jetzt denke ich mal ich würde dir persönlich empfehlen wenn es neue testament zu gehen und das johannes evangelium oder allgemein die vier evangelium erstmal zu lesen am besten mit johannes anzufangen dann die anderen weil dann verstehst du wer jesus war also aus christlicher perspektive nicht aus islamischer was er getan hat wer ja war was er verwunder getan hat wenn du das gelesen hast dann würde ich dir empfehlen erstens alte testament zu gehen weil dann liest du die vorgeschichten mit den anderen propheten was war bevor jesus kam dann verstehst du auch manche sätze wurde quasi haben es hier schon prophezeit wird würde ich dir empfehlen als neues jungs war eine eine frage letztens hat mir bewahren dass er sagte lisma matthias welche wanders wurde diese predigt auf dem berg prädigt welcher war das jetzt mal weil wir mal ist doch mal sechs bis acht müsste berg prädigt sein so also ich fand das wirklich wunderschön ehrlich gesagt vielleicht ist die schwester soll sie auch mal ist also es da war ich so für mich hat es genau genau so diese diese effekt so der gegenteil von dem gott was wir geglaubt haben ja vielleicht ist es in schwester vielleicht solltest du mal erst mal die hier lesen was sie wie heißt sie noch mal welche welche also wenn du wirklich mal nur einen kurzen auszug lesen willst wenn du nicht so viel zeit hast wir jetzt ein ganzes evangelium zu lesen dann wirklich matthäus kapitel 5 bis 7 das mal lesen da sagt jesus so viel wie man sich verhalten sollen alles und dann merkst du schon dass das genaue gegenteil also wenn du mal nicht viel zeit hast und wenn du viel zeit hast dann ins johannes evangelium gehen und das dann lesen wo war bitte er sagt schon sehr viel aus sich aber bitte mach noch einmal ich liebe es wenn du es machst das mit den zehn geboten bruder wir hatten auch letztens diskussion gehabt ich habe auch mit einer diskutiert und ich habe ihn gefragt glaubst du an allah sagt er natürlich ich sage also du glaubst an den judentum und den christentum sagte natürlich sagt dann glaubst du dass allah diese zehn gebote diese zehn gebote an moses gegeben hat persönlich ich sage natürlich gesagt guck mal die christen glauben auch an die zehn gebote obwohl jesus auch sie verfeinert hat und sie gemacht hat und daran glaubst du sagt natürlich dass bei uns im islam auch die zänge dann habe ich ihnen sagt weißt du was die überraschung ist er sagt was denn ich sage sehen alle zehn gebote hat muhammad gebrochen dein prophet er war erst mal still ich sage alle zehn gebote hat muhammad gebrochen wenn das wirklich diese gebote von gott waren ja und der glauben zum beispiel die juden und die christen und daran und du sagst du bist der letzte prophet der alles weiter erweitert wie konnte ein prophet alle zehn gebote brechen kommen zehn gebote sagt du darfst nicht töten und muhammad hat getötet du darfst nicht eine frau also die die frau von den nächsten begehren und die frau von sein sohn geheiratet und begehrt verstehst du du darfst nicht klauen der hat die leute dann halt alle ganze bevölkerung umgebracht und hatte die ganze gelder von denen und hat alles weggenommen verstehst du alles was ich dir erzählt habe alle zehn gebote schwester hatte alle gebrochen wie kann dieser mensch ein prophet sein wenn er wirklich wort gottes gebrochen hat diese zehn gebote hat er alle gebrochen verstehst du das kann doch gar kein kein prophet sein das sind ja eigentlich nur positive sachen ja das sollte nicht sprechen ja die städte auch er sagt ja im islam glauben wir da wie kannst du denn daran glauben und dann glaubst du an denjenige der der die islam verbreitet der die alle bricht dass das passt doch nicht oder deswegen ja wirklich nicht mehr deswegen muss du dir so ein bisschen gucken und du wirst schon deine wahrheit finden meine liebe und wie gesagt ich sag dir ehrlich wenn du wirklich eine seelen erleichterung haben möchtest schmeiß einfach diese religion weg und da wirst du dir da wirst du dich wirklich ändern du brauchst keine angst mehr zu haben der kann dir nicht mal kommen die haben uns damals angemacht wenn du über den islam redest wirst du zu ein schwein du wirst ein affe du wirst ein affe umgewandelt wenn du irgendwie ausdrücke sagt zum islam du wirst als affe und als schwein aussehen verstehst du man wir hatten damals das hätte mir noch nicht mal was ausgemacht ich weiß nicht ob du auch solche videos gesehen hast wo die menschen in in hölle sind in feuer geschmissen ja klar die die machen dir richtig erst mal hoch dass du nicht mal die gedanke hast diese religion zu verlassen aber daran siehst du schon was ist das für eine religion wie kann denn gott der sagt zu dir guck mal die erzählen dir ja guck mal gott ist so barmherzig der liebt dich doch mehr als deine eltern und dann frage ich den einen letztens ich sag so ich komme ich habe dich eine frage hast du kinder sagte ja ich sag guck mal stell dir mal dein kind geht es so auf dem du machst grill und dein kind geht dahin und will seine hand in den grill feier reinstecken ja was machst du ich sag ich würde sofort in hingehen und ihn rausziehen verstehe ich lasse ich sag du sagst doch gerade dass du selber als mensch du liebst dein kind so sehr dass du ihn einfach dahin geht und raus ziehst und du sagst dass gott ja dein gott ist tausendmal barmherziger als du wie können denn diese tausendmal barmherziger als du dich am ende so in feier reinschmeißen dass du dein restliches leben nur in feier verbringst und jedes mal wenn deine haut alles verbrennt dich rausholt und wieder neue haut gibt und dann wieder in den feier reinsteckt damit du weiter brennst was ist denn das für ein gott der sadistischer gott ist was kann das für ein gott so eine sadistische gott sein dass er dich so behandelt dann kann doch kein gott sein es kann nur der teufel sein es wird ja immer gesagt wenn du deine sünden bereust dann kommst du ins paradies aber das problem ist ein mensch sündigt immer wieder ja es sind aber kleine sünden es sind nicht mal große ja was weiß ich du gehst raus als frau hast kein kopftuch und dann frage ich mich dafür muss ich in die hölle oder was weiß ich ich klaue nicht ich ermorde niemand das sind die großen sünden ja aber so bei in islam ist leider so dass die kleinigkeiten so groß gezählt werden dass ich angst davor kriege ja dass ich dafür dann bestraft werde und deswegen weiß ich was ist richtig was ist falsch so ich bin total durcheinander ja deswegen also deswegen sage ich dir ich glaube an mein gehirn also wie gesagt ich bin agnostiker ich glaube an mein gehirn und er bringt mir meine friede weißt du wo ich weiß auf jeden fall also diese allah akbar der existiert nicht verstehst du also wir haben ihn damals so oft angeboten es kam ja nichts davon verstehst du deswegen also der existiert garantiert nicht und wenn diese allah akbar der bringt nur das schlechteste auf dieser erde überall wo die muslime sind es gibt ein nachentwicklung verstehst du so unterentwicklung armut dreck nichts für die menschheit da irgendwas zeigt mir ein muslimisches land die für diese menschheit was getan hat ein einziges muslimisches land die eine entwicklung entwickelt hat oder sonst irgendwas gemacht hat für diese menschheit dass sie diese menschheit irgendwas profitiert haben von dieses land nicht das war ich denke ich denke die menschen also die muslimischen länder haben vielleicht für die menschheit was getan aber was ich glaub mir haben sie nicht was haben sie denn sagt mir eine sache ja guck mal das alphabet ist eigentlich von arabisch nein 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 das stimmt nicht die sagen den alphabet ist von arabisch aber wenn du siehst zum beispiel die griechen hatten auch das gab und dass das nicht von den griechen sogar von den indern eigentlich kommt es das ist alles so eine heuchlerei und lügen eigentlich die ersten wenn du so haben willst das kommt von den indian also von inda inda sind sowieso schlau köpfe ich sagte ja das kommt von da und dann dies kommt zu mir zu dir sagen zum beispiel gibt es ärzte damals und hin und hier dann frage ich mich wieso war denn in islam die meisten ärzte waren aramea die die einfach die muslime immer geheilt haben so die zweite dritte sache ist zum beispiel die reden von ebn sinah und khaledon diese leute die entwickelt waren die waren alle atheisten und die waren alles als kaffee bezeichnet und die wurden verfolgt manche von denen wurden sogar umgebracht jetzt predigen sie mit denen und dann sehen sie auch guck mal der war aber der war gar nicht aber der war eigentlich perse abenzina der andere kind die der war auch keine aber der andere weißt du die sagen ja guck mal die araber und die hin und hier und die muslimische und die waren keine muslimischen die waren atheisten die haben doch gegen islam gesprochen verstehst du der eine war philosoph der andere hat mit der chemie gearbeitet der andere hat mit dings da hier und die waren alle atheisten die waren auf die liste von den atheisten und die wurden alle fast umgebracht verstehst du alle wurden als atheisten gezeichnet und als kaffir gezeichnet und ungläubig so und jetzt auf einmal versuchen sie so schön zu machen also glaubt mir schwester ist nichts kommt von den islam gutes nichts ja was mich ist das muslimische länder also was zum beispiel jetzt diesen krieg in israel und gaza angeht nur reden aber nichts tun ja also ganz im gegenteil sie die versuchen einfach ihre hauptsache sie sind an der macht und sind gut mit dem westen und da denke ich mir eigentlich hast ja in islam man muss seinen geschwister helfen bzw da sein für die warum macht ihr dann nichts ja ich sag dir warum also wenn du in politik reden willst ja sag ich dir auch warum ok dann gehen wir mal die politik jetzt lass mal religion der schwester guck mal die palästinenser egal wo die hingegangen sind gab es nur probleme sogar in den arabischen länder guck mal die kamen nach syrien asad hat den richtig hoch gemacht der hat den eigenen so ecken gegeben sie durften vieles machen sie kamen in regierung sogar drin ja überall die konnten richtig viel zu sagen sobald dass es der diese arabische frühling kam sie waren die ersten die gegen ihn waren verstehst du so in libanon libanon die siebziger jahre libanon war schweiz das osten hat man sie genannt frankreich war so paris das osten haben sie genannt damals libanon weißt du weil die war auch ein christliches land verstehst du wurde bis jetzt regiert von christen so da kamen die palästinenser in diesem land mit pl o jasser arafat damals und der hat diese bürgerkrieg gezündet da drüben verstehst du ja so egal die diese palästinenser sind nach irak gegangen wo dieser krieg war zum beispiel wo man allerdings alle palästinenser auf den seiden von saddam hussein gegen die anderen leute verstehst also du siehst doch diese leute die sind unbeliebt in den arabischen ländern verstehst du und das siehst du schon in philasten drinnen der bruder verrät sein eigener bruder die sind alle verräter aneinander verraten sich gegenseitig was willst du so einfach deswegen haben die arabische liga von denen die nase voll eigentlich steht zu helfen die haben komme arafat kam damals in den wo man das anfang 2000 oder sowas da hat noch hafiz al-assad also der alte hafiz al-assad gelebt und er kam nach syrien und damals wie ist der präsident rabin in arafat angeboten zum beispiel wir geben dir die 67 kriegst du denn wieder so die kriegst du wieder und dann haben wir unsere ruhe du bildest da machst du den eigenen arabische philastinensische staat bilden und es ist gut du kriegst alles wieder ja diese 67 so harafat ist nach syrien gekommen und hat mit dem präsidenten der arabischen präsidenten assad gesprochen und assad hat zu ihnen gesagt okay nimm das angebot ja nimm die arafat hat gesagt nein gucken mal israel hat jetzt von uns angst bekommen ich will alles nehmen die 48 und die 67 will ich alle beide nehmen hat er zu ihnen gesagt was hat pass mal auf assad war damals sie haben ihn in nahosten genommen die haben den fuchs nahosten genannt der war sehr schlau der hat ihnen gesagt pass mal auf arafat ich sag's dir nur eins nehmen was sie dir anbieten erstmal und sichere den und danach kannst du immer noch weißt du weißt du handeln mit denen über den 48 verstehst du er sagt nein jetzt ist die zeit wir sind jetzt stark wir kämpfen gegen israel wir vernichten die wir schmeißen sie im meer wo sie hier kommen und wir vernichten sie und wir nehmen kann es reich guck mal der hat schon gezeigt dass er angst hat von uns und jetzt machen wir weiter bis sie alle raus sind was hat zu ihnen gesagt das machst du nicht du nimmst sie der ist abgehauen der premier minister von von syrien der ist rausgekommen hat er ihn beschäftigt mitten im medien er hat er zu ihnen gesagt ein haarsohn ja das muss ich dir mal vorstellen wenn sie arabi weil er dumm ist und was hat er bekommen der ist dahin gegangen und hat er versucht gegen ihn zu kämpfen noch mal weiter und was ist passiert der hat nichts bekommen und sie haben noch mehr länder von 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 der philistina bekommen daran siehst du schon dieser volk der ist nicht fähig zu verhandeln weil er denkt nur religiös schwester dd politisch das ist ein problem meiner meinung nach hat politik nicht mit religion zu tun also religion ist eine privatsache ja und politik ist ja für das ganze volk aber genau die haben die haben von die haben von katar die haben von katar alleine milliarden bekommen von katar ja milliarden bekommen von von deutschland allein 100 millionen bekommen sie jedes jahr haben sie bekommen ja so diese gaza diese gaza sind 2,2 millionen das musst du dir mal vorstellen nur zwei millionen so groß wie berlin ja also fast so und diese leute die haben milliarden bekommen also für diese milliarden hätten sie zweite oder dritte dubai gemacht aus diesem land verstehst du aber ein stadt dessen was haben sie gemacht tunnele gebaut dingster um ihre bevölkerung zu vernichten und die leute haben hunger nicht mal zu essen die mütter haben sie keine keine windel für ihre für ihre kinder und was machen sie mir denke bauen sie tunne und bombardieren dingster damit sie krieg machen was machen die armen menschen denn da da oben so die unterstützen wieder hamas das musste immer reinziehen wieso weil es muslime sind verstehe und deswegen es geht dreht und geht und wenn es egal wie du drehst und wenn es drehst und wenn es kommst du immer wieder auf die thema ist ja so ein kreislauf hat kein ende ja ich war immer auf den islam wieder daran siehst du dass diese islam ist einfach gift für die menschheit verstehst du was ich meine schwester egal wie du wendest und rum gehst auf politik die mischen gleich den islam mit auf dem dingster hier müssen sie den islam mit beim leben müssen sie die islam wenn du auf toilette gehst müssen sie den islam mit meine gehörte mensch wenn ich du mit deiner frau schläfst musst du auch sagen damit der teufel mit dir nicht schläft also der islam ist in der 24 die menschen ich wüsste die machen die macke du siehst doch die meisten die haben eine macke verstehst du du hast du einfach sohn sondern sondern kopf dreht alles durch du bist psychisch krank von diesem islam weil du denkst andauernd du darfst ja nicht einen fehler machen sonst verbrennst du in der hülle weißt du das verfolgt dich leben lang dann bist du psychisch krank irgendwann mal im kopf ich habe das als kind gehört und bis jetzt habe ich das im kopf dass ich angst habe aber was noch schlimmer ist dass so muslim ich habe ja selber kinder ja die sind auch moslem geboren weil ich ja die mutter bin und alles schön gut aber meine kinder denken genauso wie ich und sind sehr also die sind nicht streng oder sowas die glauben anscheinend mehr als ein islam als ich weil der vater strenger ist aber wenn ich so zum beispiel ich komme aus frankfurt wenn ich auf der zeit laufe und dann so jugendliche sehe die kiffen haben eine dose whisky in der hand und dann sagen die ich wirf meine mutter und so dann denke ich mir ist zu euer ernst dieses wallah alhamdulillah ja in besoffen zustand zu benutzen das ist auch so eine sache weil ich nicht so doppelmoral deswegen sage ich dir beschwester ich gebe dir nur ein rat rette bitte deine kinder sie sie von dieser religion raus so lange dass sie tief in den religionen dann verlierst du wirklich denke du sie du wirst sie sehen vor deine augen dass sie verloren gegangen sind aber bitte deine seele erstmal deine seele musst du retten damit du erstmal frei bist weißt du so wenn du frei bist dann kannst du auch andere leute befreien verstehst du aber ich rede aus erfahrung wenn du frei bist dann kannst du auch andere leute befreien und deine kinder sind das allerwichtigste im leben für dich oder nicht 100 prozent nix ist kommt da und deswegen lass sie nicht in diese sekte vertiefen schwester holen sie aus dieser sekte raus weil das vernichtet ihre leben später das mit meiner tochter aber sie ist extrem auf diesem weg ja weil diese ganze jugendliche draußen das musste ihre augen aufmachen zeigt ihr wurde ist du musst sie selber lesen deswegen habe ich dir gesagt ließ selber zeigt ihr was ich dir gerade gesagt habe wo ist die frau im islam was ich schickt ihr alles rüber wenn du mich fragst ich kann ja alles schicken ich habe alles was der bruder sicario gesagt hat auf dem handy gerne gerne wenn die alle schicken dann kannst du ihr zeigen guck mal guck mal das ist die frau im islam das ist die frau dann herrätest du ihre seele du bist ihre mutter du musst sie retten verstehst du irgendwie auf art und weise und wie gesagt für dich auch selber schwester damit du auch deine seele rettet damit du auch wieder auf den boden kommst und wirklich dein 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 richtig frieden findest weg mit denen weg mit diesem dingster hier glaube die macht dich kaputt die macht dir deine seele kaputt die macht dich psychisch krank weg mit denen dann wirst du schon sehen wie befreit du bist am ende aber schon immer ein bisschen mehr richtig kommen so viele von der gummibärnbande gerade hoch mit faker kommt komm mal kurz hoch du hast ja wirklich lange hier gewartet dann stelle ruhig deine frage mal ja das wirklich lange gewartet war respektvoll war ruhig ja ich sehe es gerade hier schreiben viele isa eben er ja sagt es doch sehr nicht doch das ist alles von der gummibärnbande hochgestellt man kann es jetzt auch sperren kannst du jetzt auch hallo hört mich hallo ja bitte ich habe dich lange nicht genau so ich heiße adele davich ich komme aus syrien ich bin auch halb russer und halb araber also vater ist syrer und meine mutter ist russin also ich bin mit ihr zu orthodox kirchen gegangen und fast der ramadan ist vater so könnt ihr vorstellen wie das bei uns aus ist offen offen seit kindheit aber also ich bin jetzt älter geworden und ich habe natürlich viele fragen ich habe jetzt auch sogar vor mir ein bibel ich habe eine bibel bestellt ich weiß ob die original ist oder nicht steht king james also auf englisch und koran ich kann auch arabisch lesen deswegen frage ich mich die ganze zeit warum paschka sie ich weiß bist du wusste ich meinst du ja nein nein ich habe jetzt wir haben mich vorhin gesperrt ich habe den account von den kumpel hier bekommen deswegen nicht wahr ich hatte einmal gesagt du kannst habe ich so gut aussprechen ja ich bin auch aber deswegen ja das ist ja nur mein zweiter account also von den jungs sie haben sie mir einen account haben wir für ihn gemacht deswegen also wir haben irgendetwas reingeschrieben hundert prozent genau genau also ich habe euch die ganze zeit zugehört ich fand es irgendwie interessant so von anderen perspektiven zu hören ich habe nur eine frage also natürlich für mich ich bin jetzt älter geworden ich will anfangen zu recherchieren jetzt abgesehen wer jesus war gott prophet sonst gottes ich will ja alles wissen so von beiden perspektiven und ich wollte nur fragen vielleicht gibst du mir diese versen du hast irgendwie diskussion mit algeria gehabt gestern ja genau und ich habe gerade auch im kran von mir ich wollte irgendwie diversen schreiben aufschreiben für mich damit ich die auch lesen kann wenn das okay ist ja gerne aber wir haben gestern vieles gemacht ich habe ihnen gesagt guck mal du bist jetzt zum beispiel du hast gesagt dein vater ist aus syrien ja genau also ich bin halb verstehe ich auch beide sprachen das ding ist so guck mal der hat der ist algeria die haben zum beispiel er hat zu mir gesagt es gibt nur ein koran ich habe gesagt nein es gibt mehrere koran die existen so und weißt du davon irgendwas was das ist schön so der hat auch das nicht gehört er hat auch zum ersten mal ich habe gesagt es gibt mehrere koran es gibt zum beispiel war schon an hafs koran khalaf koran es gibt mehrere koran guck mal zum beispiel aus syrien in dem also in syrien in irak libanon die nehmen immer den hafs koran also du hast ja den koran vor dir genau habe ich ja die seiten erst mal seite da steht doch von da 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 steht doch von warisch oder von hafs und kiraatu kiraatu warschen auch kiraatu hafs was steht denn eigentlich wenn du aus durchaus so syrien kommt da muss immer hafs sein weil in syrien ist der hafs koran eigentlich erste seite der letzte seite sorry also guck mal immer auf die erste seite musste doch woher gekommen ist der der schuld und gerne unterbrechen ich muss morgen ganz früh aufstehen arbeiten und ich wollte mich doch mal bedanken und für jede info bin ich euch dankbar ja also weil sie wollten mir irgendwas schicken und ich werde auf jeden fall mich mit dem christ zum jetzt beschäftigen danke noch mal der bruder über mich weil ich kann das nicht lesen dass die karriere so auf dem pferd also dass mein foto auf dem pferd kannst du auch da auch liken dann kann man auch wieder viele wenn du über den islam bist du bist über diese ganze scharia und so kannst du mir anschreiben dann kann ich die ja mache ich auf jeden fall dankeschön und ich wünsche euch eine schöne nacht und wie gesagt du bist immer bei uns herzlich willkommen vielen vielen dank ja ich habe mich auch hier sehr wohl gefühlt vielen dank super ich wünsche dir was sich das wort leider nicht mehr als kopf du meinst ein gottes segen und gute nacht und schlaf gut vielleicht bist irgendwann anders noch mal ja ja hast du gefunden wie das jetzt heißt ja habt ihr gemerkt wie die muslime die ganze da unten schreiben wenn die merken wenn die sehen dass einmal ein mensch kopf hat und die religion versteht und sieht dass die religion nicht richtig ist dann bombardieren die mit schreiben da unten genau wie der agere gestern der agere gestern hat das verstanden und hat gesagt ich will nichts damit zu tun haben das hat das ist kein gott fertig und so soll deine frau denken ganz einfach und fällig der rest kommt von alleine hast du hast du schwester ich bin ein junger schwester hast du gesagt es ist noch bei sm gewesen einmal leiken schwester ja also ist hafes oder ein wieso hast du hast genau auf 100 prozent dass du aus wenn du aus syrien kommst das auf jeden fall hafs und ja und bei denen die haben bei denen die haben zum beispiel war und es gibt karlas guck mal wenn du zum beispiel bei dir das wortel bacher aufmacht 285 wenn du da aufmacht aufschlägst bestehen mach mal auf ist es hast du ja genau da steht aber der rasul über und sie lehle hier in rolle die wahl mu'minuna kullen min kuller man am anabillahi wo melaikata wakutubi hih ständig und kutubi hih war russul ja genau wakutubi hih so bei ihr weit khalaf also bei khalaf sagte kuller man am anabillahi wo melaikata wakitaboh nur einen genau das ist ein kitab der andere sagte kutubi hih was ist denn nun der richtige kutubi hih also mehrere bücher oder ein kitab ist das wusste ich nicht schreibt das auf einmal bei andere behaupten ist kutubi hih und bei khalaf mit denen also von khalaf ich hab's die tabi steht da drauf ja das wusste ich ich wusste nicht mal dass es auch ein anderer koran gibt es gibt khalun jetzt ich zeige dir es gibt khalaf es gibt eine andere frage an euch alle also wie gesagt seit meiner kindheit also ich bin jetzt in syrien aufgewachsen ich bin hier seit acht jahren und allgemein das thema islam oder religion islam so ich würde ja beigebracht liebe und kein hass und freundlich sein immer lächeln also immer positive sachen so und es gibt ja wie ihr alle wisst es gibt ja zwei milliarden ich weiß wie viel gibt es muslimen auf der erde gibt ja auch ärzte und so und 5,5 milliarden und die hefte davon sind atheisten ja genau weiter so ärzte und keine ahnung so berühmte leute und so und die sind ja auch nett und keine ahnung also ist das ist das nicht dann so wie keine ahnung muss man dann wie wie alle also wenn man so sieht dass andere auch gut sind also wie gesagt ich bin ja so gelernt ich habe schon verstanden was zu sagen wie kann das schlecht sein wenn die alle menschen die sagen immer wir sind gut sein und so ne ok ich kann dir ganz genau erklären wie das funktioniert guck mal das problem ist die meisten die dir das erzählen sind deine umgebung die haben den voran nicht mal richtig gelesen geschweige von denen den verstanden haben ist genauso wie du groß geworden bist als kleiner muslim ja und du hast einfach gebetet du hast gelernt wie zu beten ist zum jama zu gehen mit jama und dann gehst du zum beispiel zu dort die zolli ok du hast gebetet bist du fertig gehst du raus das passt verstehst du ich komm sofort wieder ok so bekommst du dich beschäftigt was wirklich der koran will gehen wir zu jenigen der wirklich der koran richtig gelesen hat alles gelesen hat kumma lachen du hast gesagt wie lachen und so lachen ist im islam haram das ist abtisame jajibu alike an tebtasimi sind wir Das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das muss man die Leute nicht machen. Die lesen ihre Koran. Du nimmst die Menschlichkeit, verstehst du? Du lebst da in diesem Land. Dieses Land wurde von einem da oben, der selber kein richtiger Muslim ist. Eine Minderheit, Alawi. Stimmt? Der sagt ja zum Beispiel, ich will hier keine religiöse Probleme haben. Stimmt? Damals dürftest du nicht über Religion reden und so. Dann konnte der Muslim sich nicht entfalten und seine richtige wahre Islam zeigen. Wann kam der wahre Islam raus? Das ist eine Schwester, nur dass ihr Bescheid wisst, weil ihr alle immer Danke Bruder sagt, das ist eine Schwester. Dankeschön. Entschuldigung, dankeschön. Wo er angefangen hat. Dann denken sie, okay, jetzt bereiten wir den Islam vor und da siehst du, was mit unseren Ländern passiert ist. Ich bin selber Syrer. Ich komme selber. Woher so hin? Ich wollte kurz Hallo sagen und Gott sei Dank und alle. Hallo. Sicario, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange. Ich habe nur ein kleines Problem. Was der Kollege gesagt hat, wo er alles aufgeschrieben hat und dass der Frau da schickt, die vorhin drinne war. Könnt ihr mir das auch schicken? Weil ich habe ein kleines Problem mit meinem kleinen Bruder. Der war drinne sieben Jahre und der ist zum Islam konvertiert. Wir sind aus Sizilien, also Italien. Und der ist zum Islam konvertiert, aber er kennt selber überhaupt nichts von der Religion. Weißt du? Ja. Also wenn du willst, du kannst mir folgen und mir privat schreiben. Ich kann dir Sachen schicken. Du musst nur sagen, was du haben willst. Ob du Umgang mit Frauen haben willst, die generellen Kampfbefehle und diese ganzen Sachen. Also ich habe eigentlich alles. Falls ich was nicht habe, kann ich immer noch mehr gucken. Er versteht das nicht. Er sagt einfach, dass ihm dieses Frieden gegeben hat. Weißt du? Obwohl, wenn ich ihn was frage, ich bin ja mit euch immer im Live und dann frage ich ihn so Sachen. Er sagt, das stimmt nicht. Und dann habe ich halt zu denen gesagt, auch mit Mohammed, mit der 6- und 9-Jährige, das glaubt ihr mir nicht. Und dann hat er selber seinen Koran aufgeschlagen und hat das gelesen. Und dann hat er gesagt, beleidige ihn nicht. Und dies und dann weißt du, dann auch noch so. Weißt du, so komisch. Also das Ding ist, ich weiß ja gar nicht, also wie alt ist er ungefähr? Er ist ja jetzt 25. Okay, also er ist erwachsen. Okay, gut. Also das heißt, guck mal im Koran gibt es auch, sag ich mal kritische Suren, aber da kennt Sicario sich besser aus. Aber was Hadifa angeht, kann ich dir auf jeden Fall die Köln schicken. Das kann ich machen. Ja, das wäre gut. Vielleicht erschien das Zeige oder was das dann aufwacht und so. Folgst du mir? Ja, bei Sicario folge ich hier, kann ich dir nicht folgen. Habe ich vorhin versucht, geht nicht. Der kommt wieder auf und das ist hier auch. Und guck mal, bei dem Bruder Marusch kannst du auch folgen und der würde dich auch weiter zu mir schicken. Ist ja kein Problem. Kannst du bei ihm auch, da ist bei ihm auch viel auf Deutsch. Bei mir ist immer auf Arabisch, weißt du? Okay. Kann ich immer schön auf Arabisch zeigen. Ist kein Problem. Du kannst ihn einmal mitnehmen zu einer Debatte mit uns dann. Dann hört er auch selber und dann kann er selber fragen. Und hier kommt vielleicht mit deinem Account oder dein Account auch mitreden. Und so, da kann er fragen. Ich könnte ihm alles zeigen. Ja, das habe ich ja letztens habe ich das ja auch geschickt. Und habe ihm gesagt, guck mal rein. Und dann sagt er, ich will das nicht hören. Und so weißt du. Aber ich muss ihn so langsam, langsam muss ich ihn schon, was er ist langsam versteht. Weißt du? Weil, ja, ich habe auch jetzt wenig Zeit. Und er ist jetzt erst dieses Jahr rausgekommen. Ich bin ja nur. Und ja, ist jetzt halt noch frisch. Ich kenne das schon. Weißt du? Ich kann ihn schon verstehen. Ist jetzt erst mal alles frisch, dass er erst mal rausgekommen ist. Dann musste ich erst mal reinleben. Ach, ach so. Ich verstehe. Er hat da den Koran gelesen. Hat dadurch quasi in Anführungszeichen seinen Frieden gefunden. Weil das, was neu... Ah, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Er hat da drinnen konvertiert, weißt du? Ja, ja. Wir haben da schon schön Gehirnwäsche gemacht mit ihm. Ja, leider. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Aber zum Beispiel, ich habe ihn gefragt, was bist du? Solit? Schiit? Koranit? Er konnte mir noch nicht mal eine Antwort geben. Er wusste das nicht mehr. Das ist das Gehirnwäsche. Das ist ja genau das Gehirnwäsche. Wie er zusammen hat. Er hat so ein paar Freunde wahrscheinlich gefunden, die ihn einfach auf diesen Weg gebracht haben. Guck mal, da sind wir zusammenhalten. Und wie sind so und wie sind so. Und das ist immer so. Aber wenn er das tun würde, würde ich schon von alleine aus reden. Weißt du, was das größte Problem ist bei den Leuten? Die vergleichen nicht mal in der Religion, wo sie jetzt zum Beispiel hineingeboren sind und wechseln einfach. Ja genau, das ist das. Weil ich sage dir ehrlich, ich habe mich nie damit beschäftigt. Wir waren gläubig, wir sind in die Kirche gegangen, aber wir wussten nicht, was Sache ist. Nein. Es gibt dir nicht dabei die Schuld. Du musst du so verstehen, wenn der da drin ist im Habs, ist das Problem, dass die Leute einfach auf den einreden. Die sind ja die ganze Zeit mit dem dann dort. Man sitzt halt auf dem. Da hängt man den ganzen dort ab mit dem. Genau. Das ist auch so. Und dann tun sie den Gehirn wäschen. Die machen immer Angst mit dem Tod. Weißt du, ich meine, sagen, ja, aber stell dir vor, du bist morgen weg. Die machen immer Angst, Angst, Angst und dann zwingen sie sich zu kompizieren. Weißt du, ich meine? Ja, das ist so. Ja, vielleicht, wie gesagt, könnt ihr mir helfen. Weil das war gut, diese Versen, die du auch da gesagt hast. Weißt du, dass ich ihnen das mal vielleicht vorspiele oder so. Da gibt es noch viel mehr, Bruder. Wo es da was gibt, gibt es noch viel mehr. Ja, also wir kratzen hier in TikTok meistens nicht mal an der Oberfläche. Ja. Könnt ihr mich hören? Hallo? Ja. Ganz kurz, wie darf ich dich nennen? Gertano oder wie spricht es das aus? Gertano. Gertano. Gertano, okay. Guck mal, ich könnte dir vielleicht so einen kleinen Tipp geben, was der Bruder da unten beschreibt. Wie wird was? Da wer ist? Ist das nicht dein Bruder? Da steht doch hier. Ander Italiener. Der Bruder von, äh, dingste hier, weißt du nicht, steht da hier. Der wurde, mein Bruder. Ja, oder nicht? Hat er gerade nicht zu ihm geschrieben? Nein, nein, nein. Ne, ne, der meint was anderes, glaube ich, Bruder. Wie gesagt, ganz kurz nochmal. Guck mal, vielleicht kann ich dir einen kleinen Tipp geben, weil du sagst, ja, ich bin mir sicher jetzt, wenn du ihm die ganzen Sachen sagst, wird er ihn wahrscheinlich verleugnet. Das hast du ja gerade auch bestätigt. Kannst du einfach mal einen kleinen Trick anwenden in der Hinsicht. Du suchst ja wirklich sehr, sehr viele Verse im Koran aus, die sehr kritisch sind, spiegelst die natürlich mit Quellen in der Bibel komplett anders. Wie zum Beispiel mit dem Glauben, mit dem Tod, mit den Frauenrechten, mit der Kinderehe. Und immer das, was du ihn aus dem Koran zitierst, ja, diese kritischen Stellen, die suchst du natürlich in der Bibel. Du wirst ihn natürlich nicht in der Bibel kritisch finden. Die werden genau das Gegenteil sagen, was der Koran sagt. Und dann frag dich mal, jetzt machst du mir eine Liste bitte, ja, und dann schreibst du mal Pro und Kontra drauf. Und dann wirst du ganz, ganz schnell merken, dass ganz, ganz viel beim Koran auf negativ landet und bei der Bibel auf positiv. Und anhand dessen muss er doch selber, wenn er ein bisschen Verstand hat, ich denke, der ist schon ein bisschen belesen, weil wenn du jetzt länger sitzt, dann wirst du natürlich du kannst nichts mehr sagen. Also ich sag dir ehrlich, also gar ohne, ohne Spaß. Das ist ja das, was ich rausfinden wollte. Er weiß überhaupt nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, was er gelesen hat oder was er überhaupt gelesen hat. Mach das mit so einer Liste, wirklich. Mach das mit so einer Liste. Pro und Kontra. Hol ihn die Verse aus dem Koran und hol ihn dann die Verse aus der Bibel raus. Aber natürlich, die das Gleiche in der Hinsicht sagen, aber natürlich nur anders, ja. Und dann wirst du ganz schnell, und dann wird er vielleicht ganz schnell merken, dass da auf der einen Seite alles nur negativ und auf der anderen Seite positiv ist. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich habe ihm gesagt, guck mal hier, laut deiner Verse da, was im Koran stand, dass du die Ungläubigen halt vernichten sollst, sozusagen. Und wenn du halt nicht an den Koran glaubst, sondern an den jüngsten Tag oder Mord, was da auch stand, dann habe ich gesagt, was willst du jetzt machen? Wir sind deine Familie, willst du uns jetzt vernichten? Weißt du? Er sagt, nein, das stimmt nicht. Da steht nicht so drauf. Die lügen. Dann habe ich ihm das noch im Koran gezeigt. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Und dann hat er Thema gewechselt, weißt du? Und er sagt, ja, aber du musst ihn nicht beleidigen, dies und das. Und dann habe ich halt angefangen mit dem Sechsjährigen und Neunjährigen, weißt du? Mit Sechsjährigen, die geheiratet und mit Neun, die er vollzogen hat, weißt du? Wie gesagt, such dir diese kritischen Stellen im Koran raus, dann wenn jetzt Maurisch oder so, dann dir die Gegenquellen quasi, ich sag mal Gegenquellen dagegen ja sagen kann, dann mit der Liste. Vielleicht kann das wirklich helfen und er merkt das dann selber, weil, weißt du, wenn du selber immer selber aufschreibst, selber alles, vielleicht macht es dann Klick. Also anders ist es schwierig sonst. Du meinst jetzt wie zum Beispiel so eine Verse, wo draufsteht, dass man die vernichten soll und zum Beispiel in der Bibel draufsteht. Die wirst du in der Bibel natürlich nicht so finden, die wirst du auch wahrscheinlich mit Nächstenliebe und solche Dinge, ja? Genau so, ja, genau. Dann kannst du mit Kinderehe kommen, kannst du in der Bibel, wirst du sowas nicht finden, da wirst du eher finden, dass die zu jung sind, dann kannst du zum Beispiel eventuell mit, ja, ist schwer jetzt zu sagen aus dem Kopf raus, also such ihnen einfach mal die kritischen Stellen, du wirst wirklich in der Bibel komplett das Gegenteil sehen. In der Bibel steht ja, wer sich an Kleinkinder vergeht, der soll in Höllenfeuer sterben. Ja, ja, oder irgendwo tief verpängt werden oder sowas. Ja, ja, das ist, das ist auch gut, ja. Und dann machst du eine Liste, dann machst du eine Liste und er soll, setzt euch hin, trägt einen Kaffee dabei, ganz gemütlich, dann macht er einfach eine Pro- und Kontraliste und treibt oben Koran und linke Seite zum Beispiel Bibel und dann, und dann werdet ihr schon sehen, wo am meisten negativ steht. Ist nur so ein Tipp, vielleicht funktioniert das. Ja, das, genau, das so wollte ich ja auch machen, aber das Allerwichtigste, warum er gewechselt war, was hat ihn dazu gebracht, das wollte ich erstmal wissen. Weißt du warum? Ich weiß warum. Ja. Die Leute, mit der er rumhing, gehe ich mal davon aus, dass die meisten wahrscheinlich da Muslime waren. Ne, der ist ja jetzt komplett weg, also der wurde jetzt abgeschoben, also jetzt zu mir nach in die Schweiz. Ja, ich meine, wo er saß, wo er saß, wo er saß. Ja, da waren nur Muslime, ja. Ja, ja. Und die hat er sich ja natürlich irgendwann zwangsweise zu Freunden genommen und die haben ihm halt sehr viele Dinge erzählt, was alles so schön friedlich ist und die selber gar keine Ahnung davon haben und wahrscheinlich einfach nur so seinen Kopf gewaschen haben. Und er geht davon aus, dass die Recht hatten, weil wen hast du, wenn du sitzt? Du hast nur deine Freunde und da fühlst du dich wohl, das ist eine Gemeinschaft. Ja, ich kenne das. Und die haben den Kopf gewaschen. Ja, und du weißt, wovon ich rede. Ja. Modi, es gibt kein Modi hier. Ja. Okay, ich danke euch auf jeden Fall. Ich bin da an der Arbeit, das wird dann ein bisschen laut jetzt. Ich danke euch und wie gesagt, wenn es geht, nochmal privat, aber ich habe euch ja allen gefolgt, glaube ich. Wenn es geht, wenn es geht. Oder ich krieg viele Nachrichten am Tag, also du kannst mir gerne mal so ein Winken oder so nochmal kurz schreiben, weil ich vergesst das meistens, also nicht mal böse gemeint, aber ich vergesse oft Sachen, weil ich viele Nachrichten kriege. Kannst du mir schreiben, dann kann ich dir ein paar Sachen schicken, dann können wir das nach und nach. Ja noch. 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 Ich danke euch. Bis dann. Tschau. Tschau. Schade, jetzt ist der junge Mann rausgegangen. Ja schade. 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 Heute viel los. Wahnsinn. Der Arne hat voll lange gewartet. Arne möchte wieder hoch. Komm komm. Komm gerne hoch. Komm gerne hoch. Ich statscheinwarte. Ja. Wir fokussieren uns auf ihn oder besonders den Cardio, weil der Arne hat wirklich lange gewartet. Ja das tut mir auch leid wirklich. Das tut mir leid, dass du so lange gewartet hast. Schade. Ja ist gut. Okay meine Lieber. Ich wollte euch fragen, ich habe euch beide auch geherdet, Marush und Baschka. Ja. Ich weiß nicht ob das dein Name ist. Baschka. Sikario. Nenn ihn einfach Sikario. 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 Dass ihr mir auch alles schickt. Also das mit Aisha. Wie alt die war. Keine Ahnung. Die sahen Frauen. Ich war in der Schule und dann hatten wir so Islamunterricht gehabt. Und dann zum Beispiel. Dann haben wir gesagt, ja der Prophet Mohammed hat ein ganzes Krieg gestoppt, damit der Armband von seiner Frau zurück holt oder so. Also so nette Sachen erzählt und gesagt. Und wenn ich sehe jetzt in Deutschland zum Beispiel andere Leute sagen was anderes, dann muss ich auch recherchieren, warum die das auch sagen. Weißt du? Fast halbe Erde Muslime, halbe Erde Christen. Und ich will die ganze Zeit wissen, was damals passiert ist, warum das so passiert ist. Warum halbe Erde denkt Gott und die halbe Erde denkt Prophet. Ich will auf eine Seite sein. Und ich will die halbe Erde, die an Propheten denkt, Mohammed denkt, die wurde alle gezwungen zum Islam. Du hast doch gerade bestimmt mitgehört mit dieser junge Dame, diese NS heißt sie, ne? Hat sie geheißen. Und du weißt du, die machen dir die ganze Zeit Angst. Verstehst du? Du kannst den Islam nicht verlassen. Du hast Angst. Was passiert denn mit dir, wenn du den Islam verlässt? Du weißt, was im Scharia steht. Ich weiß nicht. Stimmt das mit dem Töten? Natürlich. Echt? Steht das auch im Koran? Nein. Nein. Ich schreibe das auf. Ich habe auch sogar extra einen Zettel für diese Düssel. Ich habe eins gemacht. Ich habe zwei Fragen zu tun. Wenn ich dir nach demnachst will, bin ich auf degenenst. Ich habe zwei Fragen gemacht. Ich habe alle Fragen über die Beste mitgenommen. Fertig, nur was? Tarek, Tarek الدين, Tarek الدين, يقتل. Tarek الدين. يقتل. Ok. Tarek الصلاة, حتى إذا تركت الصلاة, إذا لم تصلي خمس ركعات من اليوم, تستتاب ثلاثة أيام وإن لم تتوب تقتل. حتى تارك الصلاة يقتل. Derjenige, der Gebete verlässt und nicht betet, der wird auch umgebracht. Jetzt guck, guck, jetzt guck hier auf Arabisch. Guck, was da steht hier und zeig die Quelle nochmal, Bruder. Ja, ich lese. Das ist die Quelle. Schreib das auf, schreib das auf, schreib das auf. Was musst du schreiben? Da oben rechts ist Hulana Anasa 402. Mach ein Screenshot davon. Ja. Das ist ein Hadith. Mach besser ein Screenshot, wenn du das kannst, ist leichter. Also, okay. 4059. Ja, hab ich. Und jetzt, 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 pass auf, jetzt kannst du selber lesen. Hier auf Arabisch, original. Ja. von Versuchten? Was? Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Na, ich hab's gesagt. Freddy, ich hab's gesagt, ich hab ich gesagt. Es ist ja so, wie ich gesagt. Ich hab's gesagt, zu hombre, ich hab's gesagt. Sag's, das ist ja jeinige, das ist ja so. So, wie? Das ist ja, was ich gesagt? Abne Abbas, von Resul, Abn Abbas, wien Abbas? Ja. Ich hab's gesagt, sie finden. Abbas, ist der Koezin für den Resul. Und der redet vom Rasul, der hat gesagt, gerade was ich dir gesagt habe, hast du gerade gelesen, ja? Ja, sowas ist nicht gut. Auch selber, genau, selber auf Arabisch, du sollst selber recherchieren. Ja, ich schreibe ja gerade alles auf. Genau. Schön, dass du auch selber recherchieren kannst, ist immer am besten, weißt du. Okay, ich habe eine Frage, also jetzt historisch gesehen. Warum jetzt ich auch an Mohammed glaube und an Jesus? Wie, ich weiß nicht, ihr kennt euch auch bestimmt mit der Geschichte. Kommen ja alles, alle auf von Ibrahim, ne? Ein Prophet Ibrahim, so, das ist diese Ibrahimik-Religionen. So, sagt man aber bestimmt nicht. Also stimmt nicht? Also, also jüdisch und christlich ist abrahamitisch, würde ich sagen, aber Islam nicht. Okay, also weil, der hatte drei Söhne gehabt, von einem Sohn Isaac kam dieser Baum, jüdische, und von Ismail ist dieser islamische Baum. Also, ich weiß nicht, also das ist so ein Update war. Erstmal Juddum, dann Christdum, dann Islam, dass das irgendwie alles verbunden ist. Also seit meiner Kindheit hat mein Vater mir erklärt und erzählt, wir sind alle gleich. Also ich muss Christen lieben und ich gehe auch hier zur Kirche mit meiner Mama und die Bibel auch lieben. Genauso wie Tora und genauso wie Kran. Das ist einfach ein Update. Ja, aber das ist dein Vater. Ich würde mir das beigebracht haben. Kannst du mir sagen, kann dein Vater den Koran richtig und Hadithe und hat alles studiert? Er hat den Koran gelesen, glaube ich. Er hat gelesen, ja, aber gelesen hat jeder Muslim den Koran gelesen. Jeder akabische Muslim hat den Koran, um zu beten, ist normal. Das ist normal. Aber hat er verstanden richtig und nachrecherchiert und Hadith dazu gelesen und Suhr dazu gelesen? Nein. Er weiß sehr, guck mal, wenn du die Suchte Taube aufmachst, mach mal Suchte Taube auf. Ja. Du hast auch das Programm bei dir. Ja, ja. Okay, dann mach mal Suchte Taube und Riesenjahr, Suchte Taube 29. So, jetzt habe ich aufgeschrieben, jetzt schlage ich auf. Bevor du liest, ich habe mal eine Frage an dich. So, dein Gefühl, du bist ja zweigleisig aufgewachsen, zu was tendiert dein Gefühl? Also guck mal, ich habe dir gesagt, ich, also jetzt, es tut mir leid gegen euch, aber auf dem Stream, ich habe das Gefühl, ihr macht so ein bisschen Hass. Jetzt abgesehen, was, ich weiß nicht, also zum Beispiel, ich gehe zur Kirche und das ist für mich ein heiliger Platz. Zum Beispiel, Jesus ist ja in Yurla Sem, Yurla Sem. Darf ich noch mal gegenfragen? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Ja, deswegen, ich bin ja am Suchen, am Antwort zu suchen. Also für mich ist ja alles gut, alles heilig. Nein, alles gut, kein Problem. Ich frage dich, ob du weißt, ich frage, ob du glaubst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich brauche ja Beweise, ich bin so, ich verstehe es so, Beweise, zum Beispiel. Der ist zwei, ich weiß nicht, was du gesagt hast, gewachsen, aber guck mal, das stärkere Teil ist der arabische Mann, ja, ich weiß. Der Vater ist im Islam, zum Beispiel, bei uns in Syrien, wenn der Vater immer der Muslim ist, dann würdest du, der würde bestimmt auf den Koranschule geschickt und so weiter, damit er diese arabische, die sich, äh, ja. Er hat mich nicht geschickt. Meinst du, der muss mich schicken? Er muss, er meistens machen sie zum Beispiel, dass er dich schickt, zum Beispiel zur Koranschule, dass du der Koran lernst und so hin und hier. Oder wo warst du nicht auf der Koranschule? Nein, ich war einfach in der Schule, ganz normal in Syrien, wie vor dem Krieg. Du hast wahrscheinlich sehr liberal zu sein, ja, das merkt man auf jeden Fall. Okay, aber du hast aber, in der Schule hattest du den Islam als Unterricht genommen, also Diyani, hat er den Islam nie, oder? Ja, du, du kennst das, also, wenn du sagst, du bist Syrer, das ist einfach so, ja, lesen und so, aber keine. Ah, das meinst du. in der schule kummer bei uns in der schule gibt es religionunterricht zum beispiel und du hast zum beispiel wenn der religionunterricht da gibt es diese christen die gehen zu den christlichen klasse weißt du während unterricht und die muslime gehen in muslimischen unterricht aber dass er das zweigleisig ist aber da wird zum beispiel eher er ist er den gegang zum muslimischen eine solleustelle ist herauszukommen die schuss in der schweiter habe jetzt diese 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 zuhre 24 9 und 10 nicht und es geht die beschützen die Menschen vom� an doch которых nicht glauben wollen oder im sonverfalt ja 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 ist ja 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 das gilt und die sie nicht die Menschen die man die von meinem Leben erzielen nicht sollege die Menschen verdienen dass sie nicht sollege ich nicht sollege die Menschen und sie nicht sollege ich hab Ja, das heißt, da steht, kämpft gegen die, die nicht glauben in Allah und nicht in den jüngsten Tag und machen nicht Haram, was Haram ist? Maharam Allah, Maharam Allah, also was Gott verboten hat. Aber Jungs, das ist, was ich meine. Wieso denn steht so ein Vers und zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt Muhammad Ali, Rüdiger, Maik, also jetzt, ich bin jetzt... Alle, die haben keine Ahnung von den Religionen. Ich meine, ich rede jetzt über die Großen. Warum denn? Ja, die Großen, die haben keinen großen Gehirn. Das heißt ja nicht, dass jeder, der groß ist oder Doktor ist oder Arzt ist, der hat sich mit den Sachen beschäftigt. Guck mal, du bist groß geworden, du hast das Recht noch nicht gelebt, aber du hast wieder daran gedacht. So, Maik, das ist ein schlechtes Beispiel, der hat viel auf den Kopf bekommen, das war ein schlechtes Beispiel. Nein, nein, diese Seite. Guck mal, du bist jetzt hier in unserem Stream, ich erkläre dir, da sind Sachen, die du zum Beispiel das erste Mal in deinem Leben siehst. Masmut o la la, hast du, habe ich recht? Ja, die werden sie sich wirklich zum ersten Mal. Siehst du, alles, was ich dir sage, du siehst zum ersten Mal, weil du dich damit nicht beschäftigt hast, aber wenn einer sich den Islam vornimmt und richtig studiert und liest alles auf dem Islam, dann siehst du ein Fehler nach den anderen, ein Fehler nach den anderen. Natürlich die Lehre, der Vater, deine Umgebung, keiner wird dir sagen, der Islam ist schlecht. Die würden sich zu dir sagen, nein, der Islam ist gut, wir müssen alle miteinander leben. Genau, so erzählen, aber da sind die Leute, die überhaupt den Islam nicht gelesen haben, richtig. Weil normalerweise im Islam, da siehst du eine Sorte Taube, du hast doch selber gerade gelesen, also ich erzähle dir nicht, du hast doch selber gelesen oder nicht. Was sagte das ja, Fiyaz? Was hast du gesagt? Achtel الذinnen la yؤمنون بالله, ولا بالyوم الآخر, ولا yuchrmuen ma harrm Allah wa Rasuluh. Wala yudinun dien al-Hak, ma hudin al-Hak, ma hudin al-Hak, al-Islam. Mineladien au-Tu-El-Kitab, men hum الذin au-Tu-El-Kitab? Helioud wa-Nasara. Iya. Ja. 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 Jeden. Nein. Ja. 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 Ja wort von ihrer religion ich widerlege sie und daran siehst du schon das sind kein gehirn haben die suchen immer irgendwas was sagen die du bist du sie dann sagen du bist du das ist so guck mal der pass auf mein guter wir haben schon alles bei ihm probiert die haben schon gesagt dass was meinst du denn kann ich gut arabisch lesen du als aber was kannst du ja krass du bist aber ja sogar mit akzent mir bruder die haben gerade gesagt die haben gerade gesagt du kannst kein wort arabisch die schwestern sogar bezeugen du kannst kein wort arabisch falsch und wenn du übersetzt übersetzt so falsch und du liest falsch und keine ahnung was sie alles über dich erzählt haben nein also irgendeine sache kann ich deswegen habe ich mich gefragt warum und die jungs noch eine frage ich habe ich frage mich denn die ganze zeit was hat den islam dafür zu sagen dass jesus also was hast du davon also warum warum und und würde das und beigebracht dass der nummer 24 ist was geht denn da weiter was ist das jetzt ist wenn die ziele erfüllt werden da macht das heute aber hab ich hoffe du musst du musst dich beschäftigen mit dem koran und selber richtig lesen weißt du die so was du liest zum beispiel dieses hochte taube ist einer von den wichtigsten was es gibt ich bin abgesehen jetzt von ich meine jetzt abgesehen von zur tobe was sowieso sagt der ganze islam dass wir jesus lieben und in also was haben wir davon warum steht das im koran kommen der koran ist ja auch also wir haben ja nichts davon dass der koran ist ein widersprüchlicher buch ein widersprüchlicher es gibt eine surah wie sagst du dir lakum dina kum validin und andere surah wie du gerade gelesen hast wenn du sagst zu mir lakum dina kum validin lakum dina kum validin hat für dich einen gibt es einen sinn für dich in diese surah und entgegendsatz was man einmal benutzt wenn du zu mir sagst du kannst glauben an was du willst und ich glaube an was ich will ja genau zu mir aber du kommst zu mir und sagst du mir wenn du nicht an mir glaubst da musst du mir schutzgeld bezahlen so dass du dir so ist das nicht widersprüchlich für dich ja das macht keinen sinn das gibt überhaupt keinen sinn und es gibt hunderte von diese surah im koran eine surah sagt sie die jamin die andere sagt zu dir schimmert ja was nehme ich denn nun muss ich nun einfach warum sagen wir dass der nicht bewegt ist der koran also nicht bewegt maa wo ja Äh, ja. Äh, ja. Äh, das ist auch so, diejen. Der Kur'an, ja, die äh, den. Äh, die, 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 die. Äh, wie. Die, die, die. Das sind dann. Der Kur'an, wie. die sind doch alle menschen die den koran geschrieben und menschen der koran sollte eigentlich von vier leute geschrieben werden normalerweise man also ja wenn du schreibst wenn du schreibst mann um alle dienen ja dann siehst du schon wer wer diese koran geschrieben haben also die sollten eigentlich schreiben eigentlich malerweise hat mohammed gesagt den kudu kurana minn arba schlunnen kuran von vier leuten genau von vier leuten so da sagt er mir ali bin ubi talib zeidu bin wuthabit wabi bin krab waruthman bin uffan hadouli messe anbikul lak masse adouli kentermen kentermen krabbenen 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 basen krabbenen 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 jetzt wo die jetzt für die jungen stört verarbeitet ist stelle ich in das auch verstehen worum es geht also also menschen menschen haben konang geschrieben ja menschen okay ich dachte das waren wie zitiert oder irgendwie so guck mal wenn du buchhari liest sagt er zu dir an abdullahi die vier vier sollen natürlich normalerweise den kuran schreiber weil mohammed hat gesagt nimmt den koran von diese vier leute und keine von diesen leuten hat überhaupt den koran geschrieben komischerweise verstehst keiner von den werden die haben damals wo mohammed gestorben ist hat versen bei hafsa gewesen ja gewesen ali hat er welche geschrieben damals und so weiter und so fort da haben sie damals aus man hat die ganze gesagt okay bringt man den den koran bei hafsa bringt man von ali hat er die allergen koran gesammelt und hat er die alle verbrannt aus man selber seinen eigenen koran geschrieben ok die andere versen hat er die alle verbrannt wenn du schreibst wer ist der erste mensch der koran verbrannt hat da kommt die aus man verbrannt natürlich der hat alle korane verbrannt und hat seine eigene koran und sogar der koran was der aus man geschrieben existiert auch noch nicht also du hast den koran von irgendjemand von den abbassi jien wenn du den geschichte die nachfolger genau die haben ihn geschrieben lernu nuzila bil khat rukhaa und khat rukhaa an einem mekan maujud nuzila fi ahd al abbassi jien wo der koran also bei der koran geschrieben wurde damals der war doch nicht gepumptet verstehst du naqqatau al hajjaj u abu aswadu al du ali die haben den annahu wawen nukat ala lukhaan wo eigish ghiben wo de die vaga nisch gepumptet aswadu fustes nich nda iza btchot tula nda btchot nukta taht saaret aabid giebz andeop bduitu mazboot giebzish l'hamal iza btchot tula nukta taht saaret jemal jemal mazboot ou lada Verstehst du, ganz andere Ein Punkt ändert das Wort Okay, und jetzt kommst du und sagst du Dieser Koran, der hier in unseren Händen Der wurde nie Nie Richtig Das von Gott und keinem Nicht mal ein Punkt Würde dafür bewegt Wie geht dir das Und ich habe dir gerade zwei Korane gezeigt Wo du selber jetzt, habe ich dir geschrieben Guck mal, bei dir steht so Ich habe dir bei anderen anders gezeigt Steht was anders Ich habe Okay Also Ich wusste schon damals Dass irgendwie jeder weiß Dass ich weiß nicht warum Dass Mohammed nicht schreiben konnte Und nicht lesen konnte, stimmt das? Nein, das stimmt nicht Das stimmt nicht Der konnte lesen Natürlich Es gibt Beweise Guck mal, das siehst du Und da sind 90% alle Muslime Sagt dazu dir Keine um mir Ja richtig, das habe ich so gelernt Aber das gelogen Wie konnte er nicht schreiben Und nicht lesen Wenn er selber Wenn er selber sagt Zum Beispiel Wo er Gestorben ist Was hat er gesagt Er hat gesagt Er hat gesagt Er hat gesagt Bring mir einen Stift Und einen Zettel Und ich schreibe euch Ein Ding Damit ihr nicht davon In eine Irre führt Stimmt? Wenn er nicht schreiben Und lesen konnte Wie konnte er sagen Bring mir einen Stift Und ein Blatt Ich schreibe euch Boah, das war Also das war Bruder Das habe ich auch nicht gewusst Muss ich ehrlich sein Aber das wusste ich auch nicht Krass Das wusste ich auch nicht Das ist neu Ich habe gerade geschaut Du hast recht, Bruder Du hast recht 100% Ja, weil Das ist ja berühmt Dass er nicht schreibt Aber warum habt ihr das gesagt Dass er nicht schreibt Bruder, guck mal Wer nicht liest Wer nicht liest Und recherchiert Guck mal Ich habe viele andere Sachen Versteckte Sachen Ich hole sie Guck mal Das ist wie ein Ich bin wie ein Müllmann Wie ein Müllmann Ich hole mal von diesem Müll Die ganze Müll raus Graben Und alles Auseinander nehmen Und diese Hadithe Und diese Dings da hier Sind alles wie Müll Und da musst du aber Schön tief da rein Graben Schön tief graben Damit du alles findest Aber wenn du Ein logischer Verstand hast Und zählst du 1 plus 1 Ja Das macht bei mir 2 Bei den Muslimen Macht 5 Bei den Ich lesen Das ist das Problem Wenn er so am sterben sagt Und sagt er zu dir Gib mir einen Stift Und ein Papier Damit ich euch schreibe Wenn er nicht schreiben konnte Wie konnte er denn sagen Gib mir dazu schreiben Das hat doch Das macht keinen Sinn So ist es Vor allem auch mit Unterschrift Mit dem kompletten Namen Und sowas Bruder Einer der nicht schreiben kann Der kann das nicht Bruder Also die meisten Die nicht schreiben Können die machen Dann nur so Kreuze Oder was weiß ich Was drauf Weiß ich mal Zur Unterschrift Genau Der hat seinen Namen geschrieben Der hat erstmal geschrieben Rasulallah Dann hat er ihm gesagt Nein Da darfst du nicht schreiben Dann hat er geschrieben Mohammed ibn Abdullah Weißt du so Hat er geschrieben seinen Namen Ja ich habe es gefunden Bruder Hast du gefunden Ja Bravo Also siehst du Komma Die sagt Wo hast du es gefunden Wo hast du es gefunden Warte warte Ich sag sie gleich Oder kannst du es in die Gruppe schicken Bruder kannst du es einfach in die Gruppe schicken Dann habe ich es auch Dann haben es auch alle Weil ich würde das echt gerne sehen Weil das kann ich auch nicht Der ist runtergetaucht Ich gebe ihr viele Sachen So was ihr nicht könnt Auch noch Und hier wird jetzt noch mal Eine Frage gestellt Ob das jetzt gut oder schlecht sei Ich habe keine Ahnung Ich habe mir noch keine Gedanken Was meinst du Was ist doch Dass er doch schreiben konnte Ne der konnte Der konnte schreiben Zwar nicht so gut Aber der konnte schreiben Und lesen Aber konnte nicht so schnell schreiben Und deswegen hat er Bessere Leute Die für ihn schreiben konnten Zum Beispiel Weißt du Ach so Jetzt verstehe ich Ah ok Und die meisten Muslimen Springen natürlich Wo bist du denn Wer ist aufgetaucht Wie hieß der nochmal Ja Nadine Ja ja ich bin hier mit euch Ich habe nur auch gegoogelt Ach so hörst du Wenn du unten bist Hörst du mich wenn ich rede Ja ja Ich höre euch die ganze Zeit Und die Sache ist Wenn die Muslimen kommen Und sagen zu dir Wie sagst du denn Er kann lesen und schreiben Und wo er Wo Jibril zu ihnen gekommen ist Hat er gesagt Guck mal Wo er in dieser Hülle war Da kam Jibril zu ihnen gesagt Hat er zu ihnen gesagt Ich kann nicht lesen Nicht ich kann nicht lesen Genau Kannst du zwei deuten Ich will nicht lesen Oder ich kann nicht lesen Stimmt Bleib hier kurz bei mir Dann kannst du danach Das ist noch arabische Unterricht Und du hast Du bist Du warst in der Schule Arabische Schule Ja ich antworte dir Und ich dachte Dass ich rede Entweder ich will nicht Oder ich kann nicht Genau Die gibt es diese Beide Meiner Bestimmt So Ich Ja Wenn du zu mir sagst Lies mal Ich sag dir Ich will nicht lesen Das heißt ja nicht Dass ich Ich kann nicht lesen So Und so genau Auf agab Ich will Es kann sein Dass ich dir sage Ich will nicht lesen Es kann sein Dass ich dir sage Ich kann nicht lesen Verstehst du Es kommt auf beide Deutungen Wieso habt ihr diese Deutungen genommen Dass er nicht lesen kann Obwohl er für Khadija gearbeitet hat Ja Und Khadija Die hatte doch Diese ganzen Tours gemacht Er ist ja bis nach Damaskus gegangen Und der hat den Handel getrieben Und der hat verkauft Und gekauft Und Sachen gemacht Wieso konnte er denn nicht Dingser hier Lesen und schreiben Ich habe eine Frage Dann auch Gleiche Frage Dann wie Koran Wer hat denn Also ich habe gelernt Markus Mark Matthew John Und noch jemand Ja Haben die den Bibel geschrieben Oder wie ist das mit der Bibel Also guck mal Ich bin Agnostiker Ich verstehe nicht viel von Bibel Ich habe keine Ahnung davon Ich bin wie gesagt Ex-Muslim Ich bin Agnostiker Also ich habe mit Bibel Da musst du die Jungs hier fragen Die sind ja richtig gut in Bibel Wer hat die Bibel geschrieben Also wenn du die Bibel holst Die Bibel hat insgesamt Über die Propheten Alles Wir haben hier das alte Testament drin Das heißt auch so Menschen wie Noah Wie Noah Wie Mosso Und so Also du kennst ja Musa Alle möglichen Kennst du ja vom Islam auch Genau Und bei uns haben 41 oder 44 Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf Verschiedene Schreiber die Bibel zusammengestellt Das ist eine Bibel heißt ja Bibliothek Das kommt aus dem Griechischen Und das ist eine Zusammenstellung Aber wenn du jetzt ins Neue Testament zum Beispiel gehst Markus, Lukas, Johannes und Matthäus Das sind vier verschiedene Evangelien Weil früher bei den Juden hast du ja immer Wenn du was aufgeschrieben hast Brauchtest du einen Der das bezeugt quasi Und du brauchst es immer mehr Also du brauchst immer mindestens zwei oder drei Zeugen Deswegen gibt es auch mehrere Evangelien Das ist quasi dieselbe Geschichte von Jesus Nur von vier verschiedenen Autoren Damit das quasi bezeugt ist Damit man sehen kann Okay, die erzählen alle dasselbe Das ist dann wahr Weißt du, wie ich meine? Okay Ja Und wann waren diese vier Leute Diese zwölf Freunde von Jesus? Diese zwölf Jünger Die haben zur selben Zeit wie Jesus gelebt Die waren mit ihm unterwegs Aber da sind die nicht Das ist nicht Matthew und so Zwei oder drei davon waren mit ihm unterwegs Und die anderen waren Schüler Kennst du Paulus? Paulus? Nein Also ist der auch hier diese In der Bibel gibt es doch Briefe zum Beispiel Es gibt doch diese vier Evangelien Wo wir gerade genannt haben Und dann gibt es danach immer diese Diese Briefe Wo geschrieben wurden An verschiedene Leuten Und genau Der Bruder schreibt es hier gerade Matthäus und Johannes sind Augenzeugen Also das heißt Die waren mit Jesus unterwegs Und die anderen Jesus hat so und so und so gemacht Oder sagt er Ich habe Jesus so und so gesehen Also woher wissen die Was soll ich da drin schreiben? Wer sagt das denen? Die haben wie gesagt Die waren mit ihm unterwegs Und die haben dann gesehen Was er gesagt und was er gemacht hat Also wenn Johannes zum Beispiel Schreibt Jesus sprach in einem Gleichnis Dann zitiert er das Was Jesus quasi damals gesagt hat Oder was er gemacht hat Ich verstehe Ich verstehe Haben die auch die Kreuzung gesehen Natürlich Und die haben das auch beschrieben Also die Also die Ja ja Welchen Was da drin steht Ist das auch Selbst wenn die bei was nicht dabei waren Ja Dann haben die trotzdem Augenzeugen gefragt Oder die haben denen das gesagt Also alles was in der Bibel steht Ist zu 100% bezeugt Von mehreren Leuten Eine Kreuzigung ist bezeugt Von ich weiß nicht genauer Ich glaube von über 500 bis 600 Leuten Die es alle gesehen haben Kannst du irgendwie mir Divers Oder irgendein Vers sagen Also damit ich das lese Wie das genau beschrieben war Es gibt ja wie gesagt Es gibt ja vier evangelien Und diesen vier evangelien Steht jeweils immer die kreuzigen drin Achso die haben auch alle geschrieben Ja nochmal die vier evangelien Sind immer dieselbe Geschichte quasi Nur von verschiedenen Leuten Damit du wie gesagt Bei den jungen musstest du das so immer machen Du brauchst immer zeugen Das heißt der eine Wenn der was aufgeschrieben hat Braucht ihr einen zeugen Der das dann bestätigt Und nochmal ungefähr das gleiche aufschreibt Weißt du damit du immer gucken kannst Dass die Überlieferungskette quasi perfekt ist Und deswegen haben wir auch vier evangelien Ich erkläre dir also wie ich verstanden habe Zum Beispiel ich und du Wir haben gerade einen Unfall gesehen Ja Autounfall Beide wir stehen beide da Und guck mal Autounfall Ich erzähle so Boah der kam so von links Und richtig auf meine Art erzähle ich dir So wie der Unfall passiert Im Endeffekt hat der A in B reingefahren Ja Und erzählst du genau den selben Fall Aber auf deine Art und Weise Aber der Fach ist der selbe Du sagst auch der A und B ist da reingefahren Aber ich erzähle zum Beispiel Ey Alter ich hab das gesehen Das ist so Und du sagst Mein lieber Herr Der eine ist in den anderen reingefahren Also die Geschichte ist dasselbe Aber jeder hat auch von seiner Art erzählt Verstehst du? Ich verstehe Was ich auch fragen wollte Als ich nach Deutschland kam Ich war in so einem Flüchtlingsheim Sehr traurige Geschichte Auf jeden Fall Und dann Mein Nachbar In unserem Raum Also wir haben da gewartet Kind hier den Ich könnte schon bei euch Langsam Training war Ich bin zu oft Ich kann sagen Ich habe bessere Beispiele Geh mal sehr langsam Mach ich euch ja Konkurrenz Ich wollte dir nur erklären Wie die Juden das gemacht haben Ich war nicht da Ich bin da Wer will was wissen Nein ich war Ich habe nur erzählt Mit den vier Evangelien Warum es vier Evangelien sind Und wer das war Ob sie dabei waren Oder nicht Alleiner den vier Evangelien Erkennt man Dass die Bibel perfekt ist Warum? Weil jedes Evangelium sich ergänzt Das heißt Es gibt diese Geschichte Aber in zwei Positionen Zwei Blickwinkel Einmal von nach vorne Und von weiter hinten Das sind verschiedene Blickwinkel Deswegen ist es ja perfekt Die Bibel Krass Das habe ich schon gesagt Und ich habe ja auch gesagt Dass die Juden Das wir ja so gemacht haben Dass du immer jemanden gebraucht hast Der ist bezeugt quasi Deswegen hast du auch Den der bezeugt den Der bezeugt den Deswegen haben wir auch vier Evangelien Genau Okay und jetzt Zurück zu meiner Geschichte Auf jeden Fall war Dieses Flüchtlingsheim Und dann mein Nachbar war Ägypter Aber arabische Christ Ägypter Ja es gibt ja viele Arabische Christen Ich weiß nicht Und er hat Der war richtig religiös Und die ganze Zeit In dieser Wartezeit Wir haben ja auf unser Papier gewartet Er hat die ganze Zeit Bibel gelesen Aber in Jil Also steht auf Arabisch Und dann habe ich so einfach Ihn aus Interesse gefragt Dürft ihr eigentlich Alkohol trinken Und er hat gesagt Nein natürlich nicht Ich so zeig mal was bitte Und dann habe ich das gelesen Und stand irgendwie Keine Ahnung Das war jetzt vor 10 10 Jahre Also 8 Jahre Als ich nach Deutschland gekommen bin Und er hat gesagt Natürlich dürfen die Christen Kein Alkohol trinken Das wissen aber viele nicht Und ich kann dir das auch so Das ist bei manchen erlaubt Und bei manchen nicht Kann mir das erklären Das ist so Guck mal Du darfst Alkohol trinken Aber du sollst dich nicht betrinken Das heißt Wenn du jetzt ein Glas Wein trinkst Das darfst du Aber du sollst dich so trinken Weißt du Ist nicht von Wodka Deswegen sage ich Ich sage auch Nur von Wein Man darf Wein trinken Aber nicht sich betrinken Genau Wenn du mal ein Bier trinkst Oder so Ist das nicht schlimm Oder wenn du mal ein Glas Wein trinkst Aber wenn du jetzt natürlich Ein Wodka-Shot Nach dem anderen trinkst Dann natürlich schon Alles ist verboten Aber auch nicht alles ist gut Was man macht Sollte generell nicht betäubt sein Also das heißt auch Dass das schießt auch direkt Auf alle anderen Proben Und auch Ich habe es noch zu sagen Aber das schießt auch Alle anderen Mittel aus Das heißt kein Aschisch gar nichts Ja Ich habe es extra ein bisschen Falt ausgesprochen Ich hoffe das geht Ich bin gleich ja gar nicht Und auch eine Frage Und zwar Also an die Christen Glaubt ihr auch an Propheten Also jetzt laut wir Laut ich Was gelernt habe Müssen an alle 25 glauben Die sind 25 Die erwähnt wurden An wie viele glaubt ihr Oder wie viele Denken Die glauben an alle Propheten Die in der Bibel stehen An jeden einzelnen Und die sind Wenn ich mir aufzählen Noah Aber wir folgen Nur Jesus Das heißt die anderen Haben quasi immer Sachen für die jeweilige Volk gebracht Immer Sachen Denen gesagt Die sie tun sollen Aber was für uns Binden Ist das was Jesus Amfluss gesagt Das heißt wir glauben Den an alle Aber wir hören Nur auch das Was Jesus Amfluss gesagt Hat Mäßig Um jetzt War einfach zu sagen Das ist komplex Aber das ist jetzt Die einfache Variante Also ihr glaubt Einfach an die Dass sie da waren Und so Das war Natürlich Wir haben den herrn Jesus Christus Prophezei Genau Bei uns haben alle Quasi schon von einem Messias gesprochen Der bei uns halt Jesus Christus ist Und die haben ihn alle Quasi vor prophezeit Und immer wieder Also die haben gesagt Der kommt Ja Genau So wortwörtlich Oder so gefühlt In verschiedenen Also sie haben Guck mal Sie haben zum Beispiel Was ist jetzt Sätze benutzt Oder Sachen benutzt Die später Der herr Genauso Wieder gesagt hat Oder die Genauso Passiert Sind später Tausende Jahre später Und Sorry Das ist so viel Frage Wenn das So viel Ich bin Sehr Neugierig Und Schreibe mir Alles auf Und So Gespräch Gerade Und So Für mich Sicario Sicario Du hast Gesagt Du hast Den Bist du jetzt Christ geworden Nein Okay Darf ich fragen Warum Naja Ich hab mich noch nicht Beschäftigt mit dem Christentum Also du bist jetzt Atheist Oder was bist du Ich bin Agnostiker Was ist das Agnostiker Ich glaube Da irgendwelche Macht Da oben Gibt Also aber Unwissen Also ich suche Immer Den Richtigen Genau Also ich Ich suche auch Deswegen frage ich Hier alle Und dann Suche ich Auch Das habe ich dir gesagt Mein Lieber Bei Suchen Du machst Das richtig Du schreibst Dir alles auf Sehr sehr wichtig Verstehst du Und deswegen Guck mal Ich gebe Euch jetzt Informationen Das ist sehr wertvolle Informationen Und das sind Informationen Nicht nur Was du liest Das sind Informationen Zum Beispiel Das Guck mal Diese was ich Vorhin gesagt habe Dass er gesagt hat Bring mir einen Stift Und links daher Das Verseht Man Das verstehst du Wenn du dann Einfach nur liest Und dann verstehst du Nicht Wenn du nicht Richtig Alles richtig Deutlich Gelesen hast Und nach jedem Punkt Halt gemacht hast Und überlegt hast Wieso ist das Und so Da kommst du nicht Daran Verstehst du Du kommst einfach rüber Und das war es Aber du denkst Ja nicht daran Aber wenn du dann Richtig Durchgelesen hast Dann verstehst du auch Was damit gemeint Und dann verbindest du Eins plus Eins plus Eins Und dann siehst du Die Unterschiede Aber guck mal Auch eine Frage an Uns alle Jetzt Also ich Und die Jungs Und du Warum Drei gesagt haben Weil Einer ist jetzt Muslim Die Jungs Die Jungs sind Christ Der Unterschied ist Ja genau was ist mit dir dann bei mir mal ich sagte ehrlich also ich glaube nicht an himmel wo einfach halber puff ist da drüben verstehst du so gesagt du bist da oben hast du frauen hast du alles diese sachen was du da oben hast sind alle menschliche sachen was sie damals eben links gehabt haben wir sind die links hier im sahara nicht hatten so wasser schön und schöne weine dass sie was sie haben wollten frauen weiße frauen immer wieso sind immer die online sind richtig schön weiße frauen da kannst du sogar ihre knochen sehen so hell sind die weißt du weil die araber die sind die waren alle dunkel und die mussten immer die weißen leute verstehst du deswegen beschreibt er dir die frauen da oben alle sind hell und weiß verstehst du so also alles was man menschlich ist kriegst du da oben verstehst du und was ist denn das für ein paradies also ich lebe dem paradies hier auf erde ich genieße mein leben hier auf die erde es ist die erde für mich ist die paradies wenn du hier gut leben kannst und alles hier haben kannst und alles macht richtig schön und verneut keiner wehtut alles gut lebt gut essen ich glaube nicht an das was danach kommt ich glaube ich sagte ehrlich ich das ist mein problem weil ich habe keiner gesehen der wieder zurückgekommen ist also keiner gestorben und wieder zurückgekommen hat dann mir gesagt pass mal auf ich war da einer im himmel und da gab es so und da gab es so und die bücher wo ist denn der qur'an wo ist denn der dali vom qur'an was ist denn der beweis vom qur'an das ist wirklich die hülle wo auch sie hast du auch ein muslimer gesehen der ist unter der zündet wurde und da hat gesagt die hülle ist so und so und so und so ja ich habe auch keinen gesehen so also die verkaufen dir die verkaufen dir irgendwas was du nicht gesehen hast so wie wir uns in der zündet wurde in der zündet wurde ja die verkaufen dir eine fische in wasser und dann und dann wie sie da sind und da was sie nicht ist und wenn es wirklich so was existiert dann kann auch nicht das was die istlam erzählt sei denn das ist kein das ist ja ein label ich kann nicht genau ich wollte kurz sagen das kannst du auch selber wenn du dir das aufschreiben willst aber noch mal lesen möchte ich lese hier vorne kannst du ja noch mal selber lesen ja ja geht in johannes also bei dir du hast ja eigentlich bei dir in john john 14 1 bis 6 1 bis 6 jahr und schließt ihr das kurz euer herz lassen sich nicht verwirren glaubt an gott und glaubt an mich im haus meines vaters gibt es viele wohnungen wenn es nicht so wäre hätte ich euch dann gesagt ich gehe um einen platz vorzubereiten wenn ich gegangen bin um einen platz durch vorzubereiten vorbereitet habe komme ich wieder und werde euch zu mir holen damit auch ihr dort seid wo ich bin und wohin ich gehe hier den weg dorthin kennt ihr thomas sagte zu ihm her wir wissen nicht wohin du gehst wie können wir dann den weg kennen jesus sagte zu ihm ich bin der weg und die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater außer durch mich das heißt er sagt dir ganz klar wenn du an ihn glaubst kommst du definitiv in den himmel und das hat mir mit mir sagte war dann dieses bei mir was bei mir also dass der jesus er redet genau zwei gruppen wenn du jetzt in vers 6 ist am anfang da steht ja jesus sagte zu ihm also steht bei dir wahrscheinlich dieses volken noch mal dieses tor wenn du jetzt in vers 6 ist da steht bei mir jesus sagt zu ihm das heißt also jesus spricht hier dieses volken oder irgendwas dieses set to him oder irgendwie so okay genau und da siehst du ja jesus spricht hier das heißt dass das hat kein anderer gesagt und das hat jesus genau so gesagt nicht was weiß ich nicht so handel ist nicht keine ahnung wer also hier spricht hier selber ok was gibt es noch so viele beweise ganze bibel ist ein beweis dass zum beispiel koran widerspricht bei euch oder den islam oder steht hier werden schon vor dem islam gewarnt bevor der islam überhaupt da war kannst du mir sagen wo galater brief also bei dir galater lecker und wahrscheinlich galatiens ja das genau galatiens hat 1000 87 das groß das buch 1000 1000 1000 87 und 80 galatiens ja moment ich bin direkt 1 18 genau 18 da steht ja da steht also ich lese von sieben an jahren einzigen mann nicht hier es gibt kein anderes evangelium es gibt nur einige leute die euch verwirren und das evangelium christi verfälschen wollen jedoch auch wenn wir selbst oder ein engel vom himmel das heißt hier wird schon von einem engel gesprochen und du weißt wie mohammed sein evangelium das format ja sein koran weist du mit vom engel ja evangelium verkündet als das was wir verkünden verkündet haben er sei verflucht das heißt hier wird schon bevor das mit mohammed passiert ist quasi gewarnt dass wenn ein engel kommt in die ein anderes evangelium gibt dass er verflucht war das heißt hier wird schon vor islam gewarnt bevor ist dann überhaupt da war es ist nicht ist nicht ist not another but there is some trouble you and we will read gospel of christ but though we are an angel from heaven preach ja ja also die meinte jetzt mohammed damit wird ja klar wo man bringt ja ein neues evangelium moment nach dem koran was jesus gekreuzigt wurde moment leugnet dem koran dass jesus gott ist womit leugnet dass jesus der sohn gottes ist womit leugnet alles somit ein anderes evangelium ja aber das ist auch nicht versteht wie gesagt ich bin jetzt zwischen muslime und zwischen christen meine mama christin hier jetzt lese ich auch das alles zum ersten mal johannes 14 1 bis 6 oder galatien 17 im koran steht ja auch wer sind die sagen keine ahnung hier stehen gute versen und hier stehen gute versen hier ist wort vom gott hier ist vom gott ich bin echt verwirrt also ich bin euch ehrlich sagen mein junger also im koran ist kein wort gottes das kann ich dir nur weil guck mal ich habe ja vorhin gesagt zu der damen die da hier war was vielleicht auch mit mir ich habe dir gesagt wenn es ein gott gibt ja wird dir nicht sagen du musst andere leute töten das hast du gerade vor ihm selber gelesen und gott sagt mir nicht dass du andere leute hassen wirst die bin ich glaube selbe glaube wie google aus gott sagt ihr nicht so ist frauen verachten und als minderwertig behandelt ich habe noch einen guten markt ist auch immer die warte 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 ich schreibe diverse noch auf bitte bitte sagen wir noch mal alles was du gesagt hast also jetzt ich will dich nicht nerven aber das ist nicht erster erster galater acht erster galater 1 8 das habe ich aufgeschrieben ich meine dann schreibt man zweiter korinther genau zweiter ein moment auf englisch korinther was ist korinther korinther so ich weiß nicht korinthens es gibt eins und zwei genau genau zwei dann bleibt dran das ist gut so ist egal dass wir dir dort ist aber ich wollte nur noch den versen habe ich naja vergessen wieder so ich habe es aufgemacht korinthens 2 genau und dann gehst du auch jetzt also wenn ich hab's und dann erst 14 also also vor die einmal dran 14 14 14 14 da normal will vor satan himself ist transport in to an angel of light genau da wird schon wieder vor allem engel des lichts gewarnt der sich als satan quasi quasi kann weißt du das heißt das ist schon wieder kannst du schon wieder darauf zu gehen auf was man mit passiert ist muss stellen haben wir dann gibt es eine bibel mehrere also wir werden immer wieder gewarnt vor einem propheten oder vor propheten die nach der bibel kommen und was ganz anderes sagen als es in der bibel steht und das schon 600 jahre davor ja das weiß ich genau 600 jahre unterschied was das immer vor engel gewarnt wird und es dann ein engel kam oder jetzt das ist ja krasser zufall wenn oder aber jibrael ist ein guter engel also soweit ich weiß es gibt ja schlechte engel genau und deswegen steht hier und 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 deswegen steht hier auch engel des lichts ja man kann sich auch als engel des lichts haben das heißt er erscheint hier als guter engel also ein ein super engel ja ist es aber nicht aber warte mal im islam ist die brille kein engel der ist auch ein feuerwesen ok also das ist doch eben ließ noch der schätzt man auch allerdings der nächste fährt auf jeden fall also 15 steht auch noch es ist also nicht erstaunlich wenn sich auch seine diener als diener der gerechtigkeit tarnen ihren taten entsprechen ja und zurück zu die versen die du gesagt hast ich weiß was du gesagt hast am ende das war irgendwie interessant ja guck mal ich wiederhole dir alles guck mal ich habe dir gesagt ich glaube nicht an einen gott der dir sagt wieso ist leute töten dann glaube ich nicht an ein gott der die frauen erniedrigt ja wo steht das besteht es gibt mehrere sachen und ich glaube nicht an ein gott der andere leute zwingt seine religion zu kommen und ich glaube nicht an ein gott der die frauen erniedrigt ja wo steht das besteht es gibt mehrere vierundzwanzig warte ich schlag das auch auf wenn mich da kannst du dann mit frauen dann kann man sagen wir machen eins und eins auch damit die auch das haben und keine Ahnung Ja. 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 und noch einer im kopf habt ihr das alles im kopf oder ich finde das krass oh ja okay okay im Wir haben das hier geflüchtet, das wir hier sehen. Wir haben die Leute, die wir hier sehen, und wir haben hier auch was. Wir haben die Leute, die wir hier sehen, sie haben hier auch die Gegenruppe. Wir haben hier eine Verkaufnahme und die Maske aus dem Kiefer. also ich weiß nicht ob der ein das ernst meint hier ist einer drin ist islam ist dazu weiß ich ob er es wollte das ernst mal da hat schon ein paar mal geschrieben auf jeden fall dass er sich am anfang nicht geglaubt hat und alles auf arabisch nachgeguckt hat und meint das stimmt zu 100 prozent geschrieben ich werde meine seele nicht mit verkaufen dank euch diesen sie meinen schönen armband euch also wenn das ernst meint sehr schön das freut mich für dich guck mal die zweite was ich dir gesagt haben schlagen auch die frauen schlagen auch ja aber nur am outlet die das mich das aufschlagen so wie ist das? wie ist das? was ist das? was ist das? Also wenn sie die Vertreise vorab, dann wissen. Ja, Sie müssen den Vertretern, aus dem einen Menschen glauben, gehen Sie mal widmen. Oder wie es unser Leben verstehen. Denn Gott hat das Klage auf dem Vertreise. Genau. Ja. Ich finde das, was ihnen von ihnen geschieht, was ihnen gebildetiquen, was ihnen gebildet sind, was ihnen gebildet sind, haben sie gebildet sind. Begeben, wenn sie machen, was ihnen gebildet sind, äh ينشزوا عن عن حكمكم او ما يسمعوا كلمتكم يا بسمعوا صدامت فعايزوهن. فعايزوهن. يعني نبهوهن. فعايزوهن. وحجروهن في المضاجع واضربوهن. تعرف شون? وحجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني أنا مثلما فيبسون وضربوهن. لكن ich weiß nicht. مينت تعرف ما خدا وفيه هل يكبرون المضاجع؟ يعني نعت بزرا وآببليت وليس لس لس برج وراث حلوية okay keine ahnung ja so jetzt weiter noch ja also noch eine und wie kann ich den gott beten der einfach kinder wo steht das das ist so total ich muss auf alter was also ich muss das echt alles aufschreiben weil das ist alles falsch was in wie ich in wie alles komisch dass es stimmt 65 aber ich weiß dass du das kannst alles also ich habe das echt noch nie gelesen also noch das ist die j envoy! ich habe das endlich amr allah anzelah ihalikum wo man yaz taq Cry Allah sieck Här massische im Die Klinikin da. Genau. Was? Ey, Jungs, da steht hier wirklich so, ne? Was steht da genau? Kannst du das auf Deutsch übersetzen? Ich weiß gar nicht, in welcher Surah ihr seid. Ich hab nicht aufgekafft, warum? Und so 65 für uns, so 60. Für es läuft auf Arabisch. Steht auf Arabisch eigentlich auch wirklich Kinder. Oder steht auf Arabisch die Periode, dann steht auf Arabisch. Warte nochmal, also ich lese das langsam. Ich bin aber ich kann das sehr gut übersetzen, ohne zu liegen Das heißt, du musst die letzten drei Monate. Genau, wenn du die verlässt, wenn du die Talach machst, dann haben sie drei Monate zu warten, bevor sie niemand mehr heiraten. Okay, das ist jetzt bis hier verständlich. Okay, genau. Und diejenigen, die noch keine Tage bekommen haben. Ja, ich habe gesagt, diejenigen, die keine Tage bekommen haben. Genau, aber wir sind dann diejenigen, die keine Tage bekommen haben. Okay, sorry, sorry. Du verwirrst mich gerade. Ich lese das auf Deutsch. Und diejenigen, die noch keine Tage bekommen haben. Und diejenigen, die schwanger sind. Was bedeutet Ajalahunna? Ajalahunna an yadda'ana hamlahunna. Also du musst warten. Musst du warten, bis die ihre Baby bekommen. Mhm. Bis die ihre Babys bekommen und danach kannst du die heiraten. Und wenn die Allah erinnert, dann kannst du die heiraten. Aber da steht ja nichts vom heiraten. Nein, das ist Scheidung. Das ist Scheidung. Also hast du schon geheiratet. Ohne. Das ist das unterhand. Oh, beinahe. So Coat. Denn du eine Falcons. Ja? Binde du eine Falcons. Du wieder hast du laupt. Ja? Ja. Ich weiß noch. Ja, vielleicht? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. frauen beträgt drei monate und drei monate auch sind die kinder also für die für die noch nie ihre klage bekommen habe wenn du die geheiratet was wir sind nun der jährige und geheiratet aus dem mussten sie drei monate warten also verstanden jetzt habe ich was dann jetzt ja jetzt macht sind okay wird so hält dann steht nichts vom heiraten dass wir die heiraten müssen nicht heiraten ist es geht um talak es geht aber der talar sagt zu dir der talar sagt zu dir wie kannst du dir ein paar lachen wenn du sie nicht geheiratet passt nicht logisch ja du kannst dich doch nicht scheiden wenn du nicht mal geheiratet hast okay was gibt es noch kleine kinder schon geheiratet dass du dich scheiden lässt und dass sie auch da haben drei monate und das wirst du auch besser verstehen das wirst du sogar besser verstehen wenn du tafsir im kassir da schreibt er dir die kleine kinder genau die kinder ich dachte so was ist haram und so habe wie der koran ist katastrophe hast du noch nicht gelesen und du verstehst du noch nicht wenn du richtig lieb und verschießt du hast du noch eine fehler oder was komisch ist ausgefunden habe die es gibt viele fehler der bruder ohne hände ich bin mir bis morgen zehn fehler kommen ich habe nicht mit einem aback ist geredet also ich habe immer es ist keine ahnung was das ist aber aber es gibt die suratotare ja ja die ist auch glaube ich die spieler 591 ich hab's was so wir haben ja das muss man so farab zu leben ich glaube hier oder Ich hab noch nicht im Kopf. Wenn ich das leise, dann sagst du mir welche Vers? Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ili wa khalakha. Äh. Kulika min ma in daafe. Ich lese. Du bist gebohren. Wodterraib. So, muss ich ja sagen. Wie ich lese. Wodterraib. Wricht ich. Steht so. Okay, jetzt frage ich dich, von wo kriegt der Mann seine Dings her? Milch. Kinder, von wo? Seine Spermien, von wo kommen die? Vom Spranz, keine Ahnung. Von wo? Wo sind denn deine Spermien? Wo sind die? In meine Eier. Na gut, super. Und er sagt mir hier, die Frauen haben auch Spermien. Und von wo kommen die ihre Spermien? Von der Frau? Auch Eier, oder? Nein, ich weiß nicht. Hier steht As-Sulb, Wat-Taraeb. Weißt du, was As-Sulb, Wat-Taraeb? Ich komme mir in der Fikir-Regime, As-Sulb, Wat-Taraeb. As-Sulb ist etwas Metalles, etwas Festes? As-Sulb, sagt er zu dir für die Männer, der kommt von seinem Rücken. Ja. Und wir wissen zum Beispiel ganz genau, dass die Spermien sind in den Hoden unten, in den Eier, in den Hoden und nicht im Rücken. Ja. Und die Frau mit dem Träib. As-Sulb, die Frau mit dem Träib, weiß ich was das Träib ist. Also die Träib sind die Rücken, die Auberge Rücken. Und die Frau ihre Katheterie, die Auberge Rücken. Da kriegst ihr die Dinge sein. Wie geht denn das? Ist das falsch? nein vielleicht ist so etwas biologisches keine ahnung du weißt ja selber nicht ich will immer noch was zeigen kurz bevor ihr weitermachen du weißt du was du weißt du was eine fatwa und so ist oder etwa nein nicht das fit ist quasi in einem islamischen land bis quasi die rechtsprechung schon was hinter scharia quasi kannst du so jetzt leicht gesagt ja okay dann so aus der legt zu den sachen mit den mit den kinder sachen zum beispiel ja gibt es hier offiziell fatten und dann steht hier drin was den zeitpunkt der heirat und du siehst das wort ich will das nicht aussprechen der sperrung wenn ich nicht aussprechen was ist das heißt quasi wenn du mit deinem was du unten hast in einer frau verstehst du eines kleinen mädchen ja mädchen betrifft wenn der ehemann und der vormund das heißt also quasi sowas wie der vater oder die mutter sind die damit derjenige der die halt die über das mädchen bestimmt ja sich auch etwas einigen dass dem mädchen keinen schaden zufügt kann der ehemann entsprechend handeln zum beispiel heiraten und halt ja du weißt halt das heißt von dem mädchen das heißt wenn die denken wo das schadet ihm nicht darf er das machen das nächste ist jetzt nächste fatwa ja oder wie du wieder so aussprichst noch mal hier steht die meisten unserer wissenschaften da sind der meinung dass das alter in dieser situation keine rolle spielt und das ist auf die leistungsfähigkeit ankommt wenn das kleine mädchen groß und pummelig ist und mit einem mann zurechtkommt und man keine angst haben muss dass es ihr schlecht geht hat der ehemann das recht in sie du siehst das wort ich will es nicht aussprechen ja auch wenn sie noch keine neun jahre alt ist und hier das kannst du auch gucken das sind hier wie gesagt kannst du alles was muss ich googeln was hast du geschrieben komm mal hier gibt man kannst auf die islam web gehen dann kannst du hier die fatwa normalen geben sondern findest du das islam web gottessegen gottessegen und dann hier der geschlechtsverkehr mit einer frau vor erreichen der pubertät ist erlaubt vielmehr ist erst erlaubt sie zu wieder das wort wenn sie dazu in der lage ist wenn sie dazu nicht in der lage ist dann ist es nicht erlaubt also das heißt das ist wie gesagt vor der pubertät sogar noch was heißt dieses wort diese mit das habe ich nicht wirklich kennen wenn sie quasi die propertät dass das heißt wie gesagt wenn du in die frau quasi du weißt doch du kannst stx machen ich dachte wird doch nicht aussprechen da sind wir wenn du quasi mit der frau schließt verstehst du ich meine ja und das bevor sie neun jahre ist darfst du das machen wenn die wenn die das aushält es macht irgendwie keinen sinn ich weiß ich bin verwirrt warum das für mich keinen sinn macht also ich glaube euch ich glaube ich weiß dass das kreis aber was ist warum für mich keinen sinn macht also ich weiß nicht ich habe jetzt in einer sehr gute gegend in syrien gelebt wir haben reich gott sei dank und obbing auch so gute schule gegangen und alles und das gab es hin ich bin ja auch zu eltern gegangen zum beispiel besuche geburtstag gemein freunderte geburtstag und da waren so ganz normale eltern und wir waren ja alle muslime ja also ich will ich die muslimer über mache ich hoffe dass sie mich versteht was immer was ich meine also du bist geschockt weil du gerade gelesen hast was du noch nie und das mit den neun jahren und so dann gehe ich zum beispiel hatte ich erklärt das bitte auch auf arabisch für ihn vielleicht kann er das besser ich bin noch kurz gottes sehen zu küsse dein herz sagen weil er wollte glaube ich irgendwas sagen nicht das wird die ganze zeit ja ich habe ja zwei jahre habe ich gut sprechen hier ich hätte gleich kurz eine frage zu der suche 931 ob das wirklich habe ich auch so übersetzt worden ist wie auf deutsch also klar da ist noch das die man dann können wir das direkt machen soll ich die aufschlagen so das 9 was du willst du kannst auch direkt natürlich mal wenn du willst ja also wir sind dabei ok ja genau ich schließe das besetzen es geht es geht um folgendes ich hier steht ja in dem vers also auf deutsch steht das so übersetzt sie haben ihre gelehrte und ihre mönche zu schutzherren genommen und jetzt pass auf außer allah und dann so wie el messiah also ist ja el messiah gleich wie allah außer die beiden ja wenn du so ließ er gibt auch einen sinn also aber auch noch also ist es hier genau wie allah gleichgestellt habe ich das falsch verstanden richtig verschont das ist ein alter welcher eier in 39 31 die kann ich das steht und ich sagte ja es gibt auch viele auch andere sachen also auch muss ich einfach wie die trinkt die zb in kuran darf ich also habe ich das richtig verstanden weil hier steht ja außer die beiden ja scheint ja scheint so wie wenn ich übersetzt ihr sollt keinen anbeten außer jesus jesus christus und den heiligen geist ich verstehe es falsch das ist ich kann ich kann das nächste claudio wenn ich das interessiert können wir gerne mit fünf arabischsprachigen die werden die das alles übersetzen aber der algerien natürlich hat jetzt die ich habe davor gelesen lesen mal die nur 20 genau kämpfe gegen diejenige die nicht in den jüngsten tag und nicht verbieten das was allah und seine gesandten verboten haben und nicht die religion der wahrheit befolgen von denjenigen denen die schrift gegeben wurde bis sie den tribut aus der hand entrichten und sich gefügig und gefügig sind perfekt und sorry dann die 30 die juden sagen und ja ist ja genau richtig und ja ist allahs sohn und die christen sagen das sind ihre worte aus ihrem eigenen münden sie führen ähnliche worte wie diejenigen die zuvor ungläubig waren allah bekämpfe sie wie sie sich doch abwendig machen lassen ich bin die ganze zeit auf stumm mann ich rede die ganze mit euch läuft ja das ist aber dann doch direkt wieder ein widerspruch und es geht ja nicht darum was da drunter danach steht ja genau dieser vers und erzählt das mit dem traum welchen traum in der bibel drin steht ich habe etwas gehört wegen trinität könnt ihr mir das sagen wo das im bibel und koran steht also im bibel steht das quasi gefühlt wie bei wenn du siehst und im kran kannst du mir bitte versen sagen auch ich muss nur sicario sagen weiß ich nicht im koran direkt 19 vers 16 bis 23 mit der trinität oder aussure 471 noch mal bitte welche ist so das so rum hier zu der vier wer ist bei 171 und siebzig kann dir gleich claudio gerne sagen wenn ich möchte weil claudio kommzuk? siehle imidullah imidullah dann dann imidullah Wakhul ihra imidullah imidullah und imidullah Alter, ich habe diesen Vers gefunden. Ach nee, was ich dir sage, finde ich früher, mein Lieber. Nein, nein, ich meine, ich habe diesen Vers gefunden, wo der sagt, da steht, oh Leute vom Buch, La Taglu heißt lügt nicht in eurer Religion und sagt nicht, dass Allah nur die Wahrheit, der Jesus Isa, der Messiah Isa, Sohn von Mariam, und sein Wort hat er zu Mariam gesagt und seine Seele und jenige von, und glaubt an Gott und seinem Prophet und sagt nicht, drei, oder? Ja, aber die andere ist, aber der ist auch gut, Bruder, sagt nicht, drei, lies mal weiter, bitte, lies mal weiter, sagt drei, in antahu, warte, antahu? intahu, khayran lakum, intahu khayran lakum, inama allah, allah wahed, subhanahu an yakuna lahu, waladon, wamafis samuat, wamafis ardu, wakafar bihe, wakil. Ja. Also, das steht eigentlich genau, dass es andersrum. Genau, und der eine sagt, hier ist so, und danach sagt, er sagt, er ist nicht drei. Das ist ein Gott. Aber hier sagt er selber, hier, in der Messie, genau, Jesus und dann sein Wort und seine Seele. Genau, und Gott. Ja, da ist doch die Trinität. Guck mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt du, näher, guck mal, wenn ich zu dir sage, du sollst zwar deinen Vater fürchten, aber auf deine Mutter hören, wer ist jetzt höher gestellt? Vater. Du sollst zwar Angst haben vor deinem Vater, aber du sollst auf deine Mutter hören, was sie sagt. Also, wie folgst du jetzt, den Vater oder die Mutter? Ich weiß nicht, was du meinst, sorry. Wenn dein Vater und deine Mutter vor dir steht und dann sagt jemand, du sollst zwar Angst vor deinem Vater haben, du sollst aber auf deine Mutter hören. Wer ist jetzt höher gestellt? Wie folgst du? Deine Mutter folgst du, weil du sollst, ja, beide, oder eher die Worte deiner Mutter. Und guck mal, was in Surah 3,50 drinsteht. Genau das steht drin. Ja, war ich? 3,15? Nee, 50. 53. Al-Umran? Ja, genau, genau richtig. Ja. Übrigens, da bringt auch neue Gesetze Jesus im Koran selber, wo was da drin steht. Und ich mache von euch Sachen halal. Von den Sachen, die Haram auf euch sind. Und dann bin ich mit euch, mit einer Eie zu eurem Gott gekommen und dann befürchtet ihn und und dann befolgt ihn. Nein, da steht doch, ich bin mit einem Zeichen von den Herren zu euch gekommen, so fürchtet Allah und gehorchet mir. Ozeauni. 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 Nein, nicht mir, sondern einfach feuchtet ihn. Okay, dann ist das hier, dann ist das hier irgendwie anders übersetzt. Ja, das ist auch nicht, ich glaube, wegen dieser Kasra, das ist einfach ein Umlaut. Welche, welche, zu Al-Aman? Ah, Exikaro macht das auf, ich glaube, wegen dieser Kasra ist ganz andere 50. Und dann das letzte Wort. Am besten wir übersetzen zusammen, damit hier für die Jungs keine Fehler kommen, weil das ist für mich wichtig. Hier steht, Ja, und übersetzt das nochmal, küßt ein... Da steht... Was steht auf Deutsch? So fürchtet Allah und gehorcht mir. Genau, richtig, ist doch richtig. Also doch richtig. Ja, aber... Wie geht es um Isa? Ja, sorry, jetzt nur an Exikaro. Fatiqullahu ati'uni, und kein Ja, das ist keine Buchstabe. Ja, aber das ist keine Buchstabe. Das ist normal, ati'uni. Aber ist ja nicht schlimm. Kennst du die Surah, wie ist die nochmal? Die Surah, wo wegen den Propheten, die vergiftet worden sind, mit der Orta. Was war das? 69, glaube ich. 69, 35, wenn ich mich nicht durchsache. Ne, 45. Oh, hiya, hiya, hiya Al verbatis, hayal Al-겁ba, As nur. Wenn man nicht in der Käsre hat, hat man gesagt, dass man die Käsre hat, dann sagt man die Käsre. Man hat sich das Wort geschrieben, man sagt, was man sagt. Ist doch nicht? Aber nicht, ist ja, was man aber immer im Käsre hat. Liebens, ihr sieht, die Käsre, hat man die Käsre, wenn man die Käsre hat, dann wird er in den Nen. Nein. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kannst nicht Kassra als Ja nehmen. Nein, ich glaube nicht. Ich zeige dir jetzt im Koran selbst. Guck mal, Suche 69. 69. Genau, dann 44, 45, 46. Ja, lass mich aufmachen. Kennst du das hier, Karo? Ja, ne? Kennst du die? Kennst du die? 69. Ja. Und dann 44, 45 und 46. Ja, ich... Also Sura in Arabi, also Sura hier war... Al-Haqqa, ist das Al-Haqqa, Sura Al-Haqqa? Die Sura 69 ist die Sura, äh, genau. Al-Haqqa, also H-A-Q-Q-A. Al-Haqqa. Ja, ja, Al-Haqqa. Genau, und ich habe auch 45, 46, hast du gesagt? Ne, 44, 45 und 46. Okay, da... Und auch wenn ihr auf uns paar Geschichten sagt? Richtig. L-Haqqa, dann sind, sie nehmen wir von rechts. Tumma l-qaqa, na, min hun Watein. Dann haben wir Watein geschnitten, aber ich habe keine Ahnung, was Watein heißt. Hallo Watein. Herzader. Ah, ja, ja, Lutin, ja. Da haben wir Herzader. Genau. Also auf deutsch übersetzt bedeutet hat, und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hat, also geht es um die Propheten, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm sicherlich die Herzader durchschnitten. Jetzt rate mal, wie der Prophet gestorben ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Sunnah Abidawud liest, 45, 12, wurde ja Mohammed von der Jüdin in Reibach vergiftet. Weißt du nicht, dass der Prophet vergiftet wurde? Wie ist der? Vergiftet. Der ist vergiftet? Naja, klar. Ja, klar. Ja, deswegen bin ich ja hier, um mit euch zu lernen. Ich bin jetzt hier nicht... Ich zeig dir das jetzt. Ich zeig dir das jetzt. Im Koran steht es drin. Dann steht es in Sunnah Abidawud. Und dann beweise ich dir sogar, dass es in der Bibel 630 Jahre vor Christus schon vor prophezeit worden ist, dass diese Propheten, die Lügen und Weiss sagen, vergiftet werden. Steht sogar in der Bibel. Okay, wo steht denn im Koran, dass er vergiftet ist? Welches Urat? Nein, hier steht ja, nein, nein, da steht ja drin, dass wahrlich die Lügen, zum Beispiel, aus ihren eigenen Sachen, liest du ja selber, die Herzdurchadern geschnitten worden, durchtrennt werden sollen. Und jetzt liest mal bitte Sunnah Abidawud. Was ist das? 4, 5. Ja, das ist von der Sunnah, folgst du das oder nicht? Ich mach das auch. Sunnah Abidawud. Ja, mach mal auf. Sunnah, Sunnah, dafür muss ich aber googeln. Ich hab das. Alles gut. Das ist mal der Bruder schon. Hallo, Leute, nicht alt, durch 4, 5, 5, 4. 4, 5, 1, 2. 1, 2. Okay, passt. Eine Sekunde. So. Kamera an. Ja. Nix ist auf Englisch oder auf Arabisch haben? Ich kann beides. Warte, ich will jetzt gucken, das ist der Richtige, ja? Das fängt an, also ich hab's auf Deutsch jetzt hier. Das fängt an. Die Diskussion fügt hinzu, eine Jüdin legt die ihm am Tag von Kaiba ein verkochtes Schaf vor. So fällt ich an, welches sie vergiftet hatte. So it's junes presented him at Kaiba, wo für, ja, ja, das ist das genau. So, was für 3 war. Ich weiß aber, ich weiß aber nicht, wo fängt das an, auf Arabisch, hier oder oben steckt das nicht. Oben, 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 ganz oben. Wie auch, was geht, was willst du denn mal? Ja, so. Es geht auch um mit der Jüdin, mit den Vergiften. Ja, ja. Genau. Es geht um die letzte Aussage, die er sagt. Kurz vom Sterben, sagt er das. Ja, ich hab's. Also hier steht, dass Mohammed gestorben ist wegen Gifte? Nein, hier steht drinnen, dass er vergiftet worden ist und die Jüdin stellt ihn auf die Probe und sagt, ess doch vom vergifteten Schaf, weil wenn du ein Prophet bist, kann dir ja eigentlich nicht passieren, da bist du ein wahrer Prophet. Hast du alles gelesen oder wohin bist du gekommen? Hier geht es noch weiter. Ah, okay. Ja, ja. Dann sagte er, wenn du ein Messenger, dann sagst du den Menschen, Ja, wenn du ein Prophet, nein, dass er sich von den Propheten nicht verraten ist, aber wenn du ein Propheten hast, dann hast du die Menschen von sich ausgewählt. Und wenn du es ein Propheten warst, dann hast du nie von dir. Ja, das ist der Propheten. Er ist einfach. Wenn du ein Propheten, dein Propheten nicht verraten, wenn du ein Propheten nicht bist, und ich habe ihn mit ihm gegründet und ich bin mir vom Erdbeeren. Das ist der Weg der sich in der Erdbeeren. Ja, das ist er. Er ist im Erdbeeren. Er hat ihn gegründet. Er hat sich gegründet und er hat sich in der Erdbeeren. Er hat sich gegründet, und er hat sich in der Erdbeeren. Er hat sich gegründet, dass ich von der Erdbeeren. was bedeutet das also was bedeutet für uns sein tod und man hat gesagt es gibt keinen propheten ist der störtlich der propheten der durch zum beispiel jemand ihn umbringen sterben oder durch gift sterben dann ist er kein richtiger prophet hat er selber erst gesagt werden haben wir es selber ein gift gestorben also er hat schon selber gesagt dass er selber nicht also er bestätigt dass er selber kein prophet ist an dem gut an den gift gestorben ist und der letzte satz ist wichtig in diesem vers der sagt dann selber nach drei jahren ist er zwar verstorben er hat ja schmerz noch erlitten nach drei jahren ist er verstorben und sagt dann ich führe fort weiterhin den schmerz von dem bissen zu spüren welch ich am tag von kreiber aß dies ist die zeit in der meine hauptstadt da durchschnitten wurde und was steht in der suche drin was passiert mit diesen die was falsches von sich geben auch die art so richtig die herzt hat aber und jetzt pass auf hast du jetzt die bibel da ich habe wie vor mir geben auf jeremia 620 vor christus steht das drin 23 also jeremia bei dir du hast ja auf englisch jeremia 23 jeremia jeremia 72 so und dann 15 bis 16 aber welche wäre es also welche 23 ist das kapitel 23 und der vers ist 15 bis 16 das ist 620 vor christus also 1200 jahre 1200 jahre oder 1000 fast 2000 jahre vor mohammed steht das 3000 sogar ja genau i have seen also in the prophets of jerusalem and horrible thing they commit a durely and walk in lies also if you should know if you should know if you should also the hands of evil doors that none doth return from his weakness they are all of them unto me as so dumb and the in inhabitants the roof as gomorrah therefore thus seth the lord of us concerning the prophets behold i will feed them with more warm mood is that that's warm mood is that's good yeah mood is causing give them bring the water of god for from the prophets of jerusalem is profanis gone for into the land as a das heißt mit dem falschen propheten geben wir ihm eigentlich so oder genau also so darum spricht er her also jesus christus der herrscherin über die propheten siehe ich will ihn wehrmut zu essen geben und giftwasser zu trinken denn von den propheten jerusalems da sind ja mehrere falsche propheten ist die gottlosigkeit in das ganze land also eine ganze welt weil es gab ja keine städte damals ausgegangen so spricht der herr der herrscher hört nicht auf die propheten die euch weiß sagen sie euch täuschen und die offenbarung ihres eigenes herzen verkündigen und nicht was aus meinem mund kommt also aus dem jenem der jesus genau krass oder und jetzt hängen noch mal dran mit den versen die wiedergegeben haben mit dem engel der ja auch muhammad nicht erschienen ist mit dem dass er sich als engel des lichs also sagt man sich als engels nicht fahren kann und setzt das mal alles zusammen sei es die bibel das geht noch weiter das geht noch mal schon kaputt angefangen hat ja okay es geht noch weiter jetzt weißt du ja dass er ich ja wo man mit sie haben wollte geht er zu zum vater und beschildert das so dass er sagt ich habe einen traum gehabt ich habe einen traum gehabt der betont das zweimal kennst du das wo die reiche haben wollte so abo becker genau er sagt das zweimal aber ich habe einen traum gehabt richtig zweimal hintereinander das weiß ich ja genau jetzt gehen wir auf 25 du warst jetzt auf 15 gehen wir auf 25 25 jahre und diesmal bis 27 guck mal was da steht ich habe gehört was der prophet said the prophecy lies in my name saying i have dreamed i have dreamed i have dreamed zwei mal ja weiter weiter wie lange shall dies be in the heart of the prophet that prophecy lie yeah they are prophets of the deceit of their own heart das oder und singt die post my people to forget my name by the green which they will tell every man to his neighbor as their father have forgotten my name for ball moment stop jetzt ist ganz wichtig hast du gerade gesehen und guck mal was die bibel dir jetzt sagt nicht wie das mit dem bahl wenn du jetzt bahl auf arabisch übersetzt weißt du das ist das ist der huw ball und guck mal war damals ein götterbild für der kurie damischen kurischen zeit wo in der kaber götzen dienst betrieben worden ist da wurden säulen aufgestellt genau und weil es ist ja war richtig ja und das ist bei der kaber gewesen da wurde ein stein aufgestellt das ist ja die kaber also da wurden götzen bilder aufgestellt richtig da wollen sollen aufgestellt also so statuen und diese kaber ist in diesem land aufgestellt worden richtig und die tun sich ja in mecca ja vor dieser kaber niederknien und beten ja richtung jerusalem richtung mecca richtig okay jetzt gehen wir bitte in dritter moses kapitel 26 vers 1 und guck mal was da drin steht da steht nämlich eins zu eins drin was dieser ball da gemacht hat er war dritte mose heißt auf wie heißt das auf englisch genesis ist neviticus und das ist der prophet moses der das schon ankündigte 2000 vor christus vor 4000 jahren und dann 26 und wer ist eins und guck mal was da drin steht das stimmt eins zu eins überein 26 21 ja hier schau make you know idols nor graven image niederware you are standing image nether show you set up any image of stone in your line to bow down and to it for i am the lord your god also übersetzt heißt es kennt auswendig ihr sollt keine götzen machen auch kein götter bild was damals da war auch keine säule also staat und solche aufrichten auch kein stein über das selbst stein in eurem land aufstellen was die kabel ist und euch davor niederwerfen denn ich bin euer herr und euer gott okay okay ja genau was du meinst okay sorry ich glaube sie kann auch mich korrigieren wenn ich muss falsch bitte also wir sagen das gleiche auch im islam wir dürfen keine steine beten also da steht da steht eins zu eins was da steht drin ihr sollte ich kein stein in eurem land aufstellen und dass die kabel und euch davor niederwerfen und ihr werft die werfen sich ja davon nieder ist egal in welche richtung die beten ja ich will dir nur zeigen dass die bibel das schon vorher wusste alles aber merkst du jetzt haben wir schon jetzt haben wir schon fünf stellen wo kommen die bibel aber ich glaube das widerspricht das also jetzt wie gesagt versteht mich nicht weiß ich mache jetzt keine challenge ich frage die kabel ist 1000 prozent schon vor dem islam da ja aber nicht nicht von ibrahim und so wie du denkst du bist du da bist du da ist von den korech oder nicht naja bis dieser arbeit hat die kabel gebaut nein nein das stimmt nicht so sich aber was sagst du also der weiß ja der war ja auch muslim so so haben wir gesagt dass ich schon vorher war von wo es war wenn es geht ich um moses das ist eine prophezeiung was in der bibel drin steht was kommen wird so wie das mit der vergiftung sowie das mit den träumen das steht schon das ist ja prophezeiung die bibel schon abgibt ja ich meine aber stand schon kannst du die historischen nach hinten verfolgen nein die stand um diese zeit wo das hier geschrieben wurde auf keinen fall also die würde ich gebaut beim muslimische zeiten also guck mal das hier müssen wir vorstellen dass so ungefähr claudia wann ist das ungefähr 2000 verbrüste das ist 2000 genau circa 2000 weiter und vorgesehen also wir reden gerade vor 4300 jahren ungefähr steht das vor christus ja das vorgibt ja mose muss heißt das ganz weit vor christus aber ich dachte die worte von moses oder es ist auf torrat jungs ich dachte das alte testament und neue ist ja verschiedene bücher das ist doch was wir können das ist ein buch das ist ein buch das ist aber schon versucht habt ihr zu erklären das alte testament sind die sind im steht aus der toren was die toren nennt das sind die fünf bücher mose plus alt also die anderen bücher des alten testaments und das sind alles propheten die quasi messias ankündigen also jesus christus im neuen testament ist das ist dann quasi auf der erde das alte testament ist auch hier drin ja ja jetzt ist alles altes testament ja und was das neue testament das ist wenn jesus auf der erde ist das ist das was sie gerade eben besprochen haben wo ich dir erzählt habe markus mit den ganzen augenzeugen so dass das neue das ist hier das und das ja wichtig es ist ein buch er jungs ich lese ist mir das jetzt der buchst auf der opfer und dann unten der buchst auf der nio also du bist ja vorstellen das sind die gesetze im alten testament die jesus erfüllter der freude deswegen und alles und die prophezeiung die schon gott jesus christus durch die propheten gesprochen hat was alles noch kommen wird und die bibel hat ja 3268 erfüllte prophezeiung insgesamt ok 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 ich brauche auch trinität beweise in der bibel könnt ihr mir auch sagen brauchst du nur die erste mose aufschlagen erste mal dafür weißt du schon kannst die erste zeile im buch auf man das heißt genesis 11 genesis 11 da ist schon direkt genau und damit ist ein weiß denn es ist warte kurz wenn es ist das erste buch muss quasi also das bescheid weiß ja das ist schon bei der schöpfung da ist alles gut also ich lese jetzt gerade tor genau kriegt die bibel in der beginnung ist der hat beschrieben wieder die gemacht hat genau aber du musst aufpassen wenn du weil die es geht ja auf das hebräische wort gott bedeutet der schöpfer bedeutet elohim und elohim ist schon das plural also gott erschuf himmel und erde das ist schon plural der zweite vers steht geschrieben ich mache es jetzt auswendig kann sein dass da ein wort jetzt fehlt aber die erde war wüst und leer und der geist gottes schwebt über dem wasser richtig da steht ja nicht gott schwebt über dem wasser sondern der gott geist gott ist der heilige geist so das ist der vater der heilige geist und der dritte vers steht und gott sprach es werde licht und es wurde licht unterschied ist von der finsternis wenn gott spricht ist das immer das wort logos weil jesus christus ist das wort gottes was fleisch geworden ist und das siehst du dann johannes 1 vers 1 hatte werde ich komme ich mir wo er hat gesprungen du musst dir vorstellen kann was was er meinte ja jetzt das wort gott ganz normal holt das ist der vater ja wenn du dass das spirit holt spirit ist quasi dann der geist also heiliger geist ja und wenn du dann spoke holt also sprechen das ist das wort also logos das heißt dass sie das ist das wort und jesus christus wird auch im neuen testament ganz auf wort genannt koran auch als wort genau das heißt da ist schon trinität vorhanden geschaffen hat genau und jetzt gehen mal runter auf 25 und guck mal was da steht und gott mit the beast of the earth after his kind and cattle after their kind and everything that creeped above upon the earth after his kind 26 26 26 26 26 genau sorry das gut and gott made the bit you know and gott said let us make man in our image after our likeness and let them have domination of the over the fish of the sea also aber was steht da nein nein da steht doch und gott sprach das wort logos spricht jetzt wieder lass uns menschen machen nach unserem bild steht da nicht da steht ja nicht lass mich menschen machen dass uns vater sohn heiliger geist er hat uns nach seinem ebenbild erschaffen und wir bestehen ja auch aus aus körper geist und seele was ja drei auch drei postasen in dir die alle den gleichen willen tun in deinem körper wenn dein geist ist ja dein verstand wenn dein geist sagt bewege deine hand bewegt sich deine hand die sind aber untrennbar sie erfüllen alle den gleichen sie haben alle den gleichen willen obwohl sie von der land bei jederzeit eine funktion in deinem körper und wenn du das jetzt ja sorry also sorry nicht dass ich so frisch rüberkomme alles nein alles gut also jetzt zum beispiel wie jetzt im koran steht zum beispiel surat in nissa und da wo steht irgendwie man darf die als klein heiraten keine ahnung und schlagen oder tötet die ungläubigen haben wir gerade alles so das waren so klare teste also ich bin ja araber ich habe das gelesen und dann direkt als ich gelesen habe das war mein ja krass aber ich meine gibt es nicht auch so ein vers wo man sagt also ich weiß nicht das war ein bisschen doch es gibt drei die zeugnis ablehnen der vater also das hat mich sehr kompliziert sind anfang ich verstehe schon was du meinst aber ich stehe so ich habe ich mich in einem mensch verwandelt gibt es steht sowas nicht jedoch erster johannes doch erster johannes also dann bevor ja aber das ist ja wieder das ich glaube dass es meint du kannst das lesen zum beispiel erster thematius kapitel 3 fest 16 da steht geschrieben und anerkannt groß ist die gottesfurcht gott ist offenbart worden im fleisch wortwörtlich kannst du lesen erster thematius kapitel 3 16 ja was hat er gesagt ich will jetzt nicht aufschlagen und und anerkannt groß ist die gottesfurcht gott ist offenbart worden im fleisch also also gott hat sich im fleisch offenbart uns wir sehen von den halten verkündigt von den engeln aufgenommen die herrlichkeit und da geht es um den dritten tag wo jesus christ von den toten wieder aufer steht das ist halt eben alles auch nicht ganz so einfach zu verstehen insbesondere wenn du die bibel jetzt auch zum ersten mal geöffnet hast und du auch vorher im koran hast du auch eine ganz andere oder du kannst zum beispiel erster johannes dass der erste johannes brief kapitel 57 auch steht drin drei sind es drei sind es die zeugnis ablegen im himmel der vater das wort und der heilige geist und die diese drei sind eins und die drei sind es nur zeugnis geben erster johannes also 1.johannes also 1.johannes also 1.johannes 1.johannes also es gibt ja john und es gibt 1.johannes 1.johannes ja ich habe dann und dann unterlagen 5 kapitel 5 3 r3 that the record in heaven the father the world and the holy ghost ja das weiß ich was du weißt aber selbst im gebet steht ja auch im neuen testament namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes haben gesagt 57 57 du kannst auch zum beispiel lesen wenn du kolosser eingibst gibt mal kolosser kapitel 1 kolosser ich weiß auf englisch heißt also ich hab kolossiens genau 11 kapitel 1 und dann 15 bis 18 guck mal was da drin steht der erstgeborene ist jesus christus der durch die jungform marie gekommen ist also das fleisch das wort gottes was fleisch angenommen hat es gibt aber kein kolossiens 1 oder 2 nein 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 der kolosser und dann kapitel 1 er meinte genau und dann kapitel 1 und dann fest 15 15 15 bis 18 müsste das sein genau schmeckt auswendig merkt schon wieder ich bin lange wach wenn ich schlafen wollte dann alles alles gut meine seele ist wichtiger als der schlafbruder jetzt genau so viele seiten aber wie viel informationen du jetzt einfach hast also du hast jetzt die komplette packung von jeder religion erst mal alles nein weil so neue sachen und dann frage ich bin ja ich frage also ich bin jetzt wissensgierig also jetzt geht ja nicht darum richtig niemand beweise oder ich weiß nicht so richtig geht ja um mich weil ich mir kein atheist und ich weiß es gibt eine kraft also es gibt irgendwas oben aber was oben ist ja das muss ich wissen ja aber du musst auch die ganze sache noch mal verdauen irgendwann natürlich können wir dir jetzt alles erklären oder die jungs aber du musst das auch dann auch wirklich verstehen und verdauen und dann die ganzen zusammenhänge wirklich verstehen das ist das schon echt krass das kann man nicht innerhalb von ein paar stadt so für mich ich könnte das nicht in ein paar stunden einfach so alles verstehen aber jetzt bin ich das ich habe übrigens die seite auf der problem und danach vers 15 bis und 17 also kommt bei 15 und 17 kannst du lesen aber der kapitel 1 genau kapitel 1 und danach 15 bis 17 das fängt an dies ist das ebenbild des unsichtbaren gottes genau wo ist der image of the invisible gott der first born of every quick day erst geboren von alle kreaturen vorbei ist es wichtig zu wissen der erstgeborene nicht adam der ist erschaffen worden hier geht es um jesus christus vorbei ihm war all things created that are in heaven and that are in earth is bull and invisible whether they be born or domination or powers all things were created by him and for him alles ist für ihn gemacht und richtig richtig genau dies ist das ebenbild des unsichtbaren gottes weil gott war ist ja ist ja geist aber durch durch das wort das fleisch geworden ist der erstgeborene der über alle schöpfung ist der erstgeborene denn in ihm ist alles erschaffen worden was im himmel und was auf erden ist das sichtbare und das unsichtbare seines throne reichtümer fürstümer gewalt hat alles durch ihn und für ihn geschaffen und alles hat auch sein bestand in ihm and he is before all things and by him and he is before alles und und ja genau und deswegen steht in johannes 17 vers 5 wo er am kreuz ja sein 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 leib sein fleisch verstorben ist und er ist am dritten tag aber er sagt vor der kreuzung vater es ist vollbracht dass er lösungswerk für uns alle dass er für unsere sünden gestorben ist und nun fährlich du mich vater bei dir selbst mit der herrlichkeit die ich bei dir hatte die welt war sagt jesus also vater sohn heiliger geist haben schon immer existiert von anfang an schon genau bevor die welt gemacht wurde wenn du verstehst bevor die welt überhaupt da war waren die schon da okay darf ich übertreibende fragen auch stellen kannst alles fragen was du möchtest wenn wir waren und hat eigentlich jesus kinder oder frau nein nein er hat noch nie geheiratet er hatte kein 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 es soll das jetzt sagt claudio ich muss ja so sagen das versteht er hatte kein es gar nichts gemacht also null gar nichts also nicht frau ist nichts in der hinsicht nichts gemacht wozu sollte ein gott fleisch nehmen und dann hier kinder machen frauen begeben nein du siehst jesus christus ist gekommen rein um uns um uns pass auf da meiste wurde das findest in erster johannes ich beweise es dir erster johannes kapitel 5 fest 20 gehen wir drauf wo du eben was also 1. john ja und dann fünf kapitel 5 ja also sagt gesagt einfach weil das ist jetzt so lange ja du kannst gerne wenn du das lesen möchtest damit es auch sie ist nicht dass ich zeige ich lese es dir vor damit du verstehst warum überhaupt gott menschlich sagt in diesem vers ja wir wissen aber wir wissen aber dass der sohn gottes jetzt musst du aufpassen so ein gottes ist nur ein titel das heißt das wort gottes was fleisch geworden ist wir wissen aber dass der sohn gottes gekommen ist um uns verständnis gegeben hat damit wir den wahrhaftigen zuerst erkennen damit wir gott erkennen und wir sind in den wahrhaftigen in seinen sohn jesus christus dieser ist der wahrhaftige gott und das ewige leben ja okay ich habe auch fragen wegen die kreuzung ja wie ist das genau also kommen so jetzt ich sage erstmal meine perspektive oder das was ich gelernt habe ja und ich korrigiert mich ob ich falsch steht also da waren ja so römer und die haben angst also die haben gesagt es gab es gibt ein weißer mann er redet mit den leuten und die glauben an ihn und die hatten angst in dieser guck mal guck mal der kenne wie sehr von sehen an das auch es geht um die fahrer sehr die römer haben zuerst mal gar nichts damit zu tun ich kann es erklären ich kenne die ganze geschichte du musst dir vorstellen jesus gekommen hat ja wunder vollbracht genau also warte ich erkläre ich zehre euch und dann sagst du mir ok also ich weiß nicht so rüber und dann sagen wir fahrer ist hier und dann haben die angst gehabt guck mal wenn er so weitermacht dann wird er der könig sein und haben gesagt kommt bringt ihn und dann kam gab einer heißt das hat gesagt ich bin sein freund und ich kann euch verraten wurde ist dann haben die haben wir den verraten haben den gefangen und geschlagen und da war der auf dem boden blut und so und haben die den gekreuzt und dann bei kreuzung ist er hochgegangen und dann verschwunden ich weiß nicht und dann nach drei tage wieder nein 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 das ist die version im koran surre 457 es erschien ihn nur so ist weder gekreuzigt noch vielmehr hat ihn alle im pogo nein nein das ist die fantasie ich erkläre es ja gekommen und hat ja wunder getan und alles genau hat sich ja jedes mal und hat er jedes mal in in gleichnissen gesprochen in bildsprache weil wir wollten die gott wollte dass die menschen ihn trotzdem erkennen obwohl in gleichnissen und jetzt pass auf und wo die pharisäer die schriftgelehrten der juden haben ihn jedes mal ausgefragt und dann kam der zeitpunkt wo er sagte wie du willst abraham erkannt haben und er sagt wahrlich ich sage euch er abraham war bin ich obwohl die wo die juden das gehört haben automatisch wenn du das sagst machst du dich zu gottes sohn du machst dich gott gleich dafür musst du zuerst mal das alte testament lesen bei dem alttestament kapitel 2 2 3 das kenne ich vom titel ja aber warte ja aber du musst jetzt zurückgehen warum warum unser einer versteht das nicht wenn du aber zurück ist in die geschichte redet moses von mund zu mund mit gott und das da fragt was soll ich den kindern israels sagen was ist dein name und weißt du was gott antwortet sagt in anderen israels ich bin der ich bin jach weh verstehst du ich bin wo er das ausgesprochen hat hat er sich automatisch zu gott gemacht und die juden haben gesagt die pharisäer das für mich wie man kannst du nicht so machen und die juden haben gesagt wir müssen ihn steinigen und judas hat ihn dann verraten durch den judas kuss und haben ihn dann gebracht aber die juden konnten ihn nicht steinigen weißt du warum weil er ganz viele anhänger hatte und da ging es um das passer fest und dann haben sie gesagt wir müssen was uns anderes überlegen und bringen ihn dann zu pilatus weil er hatte damals die herrschaft und wo er dann wo er dann pilatus mit ihm gesprochen hatte sagt er zu dem volk ich finde aber nichts ungerechtes um ihn kreuzigen zu lassen und die pharisäer doch er muss gekreuzigt werden er muss sterben weil er gottes gesetz gebrochen hat er hat sich zu gottes sohn gemacht also der wurde gekreuzigt weil er sich zu gott gemacht hat deswegen wurde er gekreuzigt und wo er das sprach hatte pilatus zur damaligen herrschaft noch mehr angst bekommen ist zu jesus gegangen und hat gesagt wer bist du und jesus antwortete nicht warum weil da erfüllt sich wieder die schrift im alten testament jesaja 53 vers 10 steht und er wird wie ein lamm das zur schlachbank geführt wird seinen mund nicht auftun und erfüllte wieder die schrift und erst wo er sich erhöht pilatus sagt er weißt du nicht dass ich die allmacht habe dich zu kreuzigen oder dich freizulassen und jesus antwortete ihm dann die würde gar keine macht überhaupt gegeben worden werden können wenn sie die nicht von oben herabgegeben worden wäre und er wurde wegen blasphemie weil er sich gott gleichgestellt hat und das haben die nicht verstanden und jesus hatte jederzeit die möglichkeit von gar nicht dahin zu gehen aber die schrift musste sich erfüllen also das heißt das stand schon vorher das steht alles im alten testament ja klar da steht schon dass er durchbohrt wird das angespuckt wird dass er geschlagen wird steht alles schon tausend jahre vorher in der bibel und du musst dir vorstellen wie krass das ist jesus hat auch selber gesagt beim abendmahl er weiß dass sie niemand verrät und er weiß auch wer ihn verrät also er wusste alles schon vorher das ist nicht einfach so passiert sondern hat die ganze zeit davon gesprochen dass er alles schon weiß oder weiß was ich noch gefunden habe gestern bin ich fast am rat gerät wir wissen ja guck mal in dem alten testament jesäki kapitel 11 vers 10 steht geschrieben dass das dass er für 30 silberlinge verraten wird von einem töpfer und dieses geld vom verraten wird wieder in den tempel reingeschmissen das steht 700 jahre schon vorher in der bibel drin dass das passiert aber was ich gestern gefunden habe war richtig nicht weiß ich gestern gefunden habe hast du weißt doch dass das judas ja jung gestorben ist er hat sich erhangen ist er gestorben er hat sich selbst er hängt wer hat seinen posten bekommen jetzt jetzt gehen wir bitte in den salmen 109 und liest mal bitte ab vers 6 bis 8 guck mal wie genial ich habe mehrere sachen gestern gefunden aber das wäre jetzt so viel für ihn das machen wir dann mal im privaten das ist wieder der krasse ich habe vor prophezeien will ich in der gefühl aber das muss ich jetzt noch zeigen wo es um judas geht ja sie vergelt mir gutes mit bösem mit hass meine liebe ein frevler bestelle gegen ihn als zeugen ein ankläger trete zu seiner rechten als verurteiler gehe er aus dem gericht hervor und sein gebet erweite sich als sünde nur gering noch sei die zahl seiner tage sein an erhalte ein anderer jetzt markiere ich mir auch direkt in meine bibel besteht weil es nur noch aus markierungen ja das ist nicht mehr normal ist das kannst du dem markieren und dann matthäus kapitel 27 vers 5 da steht das mit judas dass er sich aber du siehst dass das schon geschrieben wird dass sein posten schon längst vergeben war weil er eben unrechtes kartan hat und ihn verraten hat für 30 silberlinge und dass den post seines seines amt also der jünger jemand anders bekommt oder ich bin mir sicher wenn man sich analytisch durchgeht ist ist alles egal was da steht schon gerade ist ja ja das jesus christus ja du weißt ja dass jesus christus zu rechten gottes sitzt richtig und empor fährt er wird der empob nach der kreuzung und sitzt wo zu rechten gottes genau ok jemals 1 110 1 guck mal was da drin steht kommen die zwei sachen machen wir noch schnell ja gerne die leute das auch sehen wie gigantisch die bibel ist ja ich schließe ich gleich noch ein bisschen bibel vor ich kann mir das mache ich immer 110 ab welchem tier 1 1 1 1 david so spricht der herr zu meinem herrn setze dich zu meiner rechten und schläge deine feinde als genau pass auf in lukas 23 46 steht doch geschrieben das kennt ihr wahrscheinlich vater in deine hände befähle ich meinen geist richtig ja ja ich habe mir das jetzt erst gelesen wir haben vor zwei tagen aber was du nicht gelesen das ist der simon 31 6 jetzt kommt als kriegst du den schock deines lebens seien man 31 6 ich habe jetzt noch mal komplett analysiert aber guck mal was da steht ok ich hatte ganz kurz mein geist du hast mich erlöst herr du gott der treue steht dann noch mal hier in deiner hand lege ich voll vertrauen mein geist du hast mich erlöst herr der gott der treue du gott der treue ich glaube ich muss mich mit zwei mehr beschäftigen sage ich ehrlich ja ja aha du hast meinen namen richtig gesagt also ich habe sehr sehr viele fragen über christus und so ist das jesus wie gesagt können wir das irgendwie ich weiß nicht wann seid ihr so immer online weil ich will schon wissen wie der gestorben ist danach weil das ja interesse ok das gekreuzt ok danach wieder gekommen und danach komm mal ich sag dir mal kurz was ich ziehe mir immer nachts jetzt ist adonis mein kollege leider gesperrt das heißt ich werde wahrscheinlich ab morgen ab heute ab 9 uhr immer also 21 schule mal starten aber wenn du zum beispiel morgens eher aktiv bist kannst du gerne im bruder der die ganze zeit mit dir gesprochen hat oben rechts küsst doch dein herz heißt er kannst du auch gerne folgen der kennt die bibel auch sehr sehr gut also viel besser als sicherlich zu sein er ist da richtig gut drin der kann dir eigentlich fast alles benennen also ich denke jede frage kann er die ohne problem beantworten also eine wirklich jemand gehen möchte ist der dir von a bis z wirklich alles erklären kann wirklich eigentlich die empfehlen sogar zu christoph dein herz zu gehen natürlich wenn du möchtest uns abends leist ist kannst auch gern zu uns kommen ja auch bin ich am arbeiten ja weil der bruder naht also der oben über dir der mit dem albanischen dings mit der zeichen ist zum beispiel auch gut der ist auch immer mit mir unterwegs also wie du möchtest du kannst allen hier kannst kannst wie gesagt oben rechts folgen naht folgen mir folgen und dann je nachdem wer sehen kannst du gerne in die streams kommen ich denke ich spreche dafür claudio auch der du bist jederzeit überall bekommen und ganz gerne fragen stellen danke dir weil das gehört mir fehlt eine sache machen wir noch eine sache machen wir noch eine sache weil damit du feststellst wie wie zum beispiel der koran alles aus der bibel geklaut hat der hat der vorgibt in gott zu sein du weißt du was da drin steht in der suche soll ich aufschlagen da kannst du aufschlagen ja ja so dass 57 ein hadith dann genau drei ich weiß was du machen sagt auf und drei er ist der erste der letzte die man gezeigt wird also genau und er weiß dass er sagt dass er der erste und der letzte ist kann ich irgendein mensch oder irgendein profit sich der erste und der letzten noch mal kann kann ein gott nein hier sagt doch hier sagt doch allah selber er ist der erste und der letzte ich kann es nicht aussprechen wie das ausgesprochen hat sich jetzt ein kann sich irgendein profit oder ein mensch diesen titel geben dass er der erste und der letzte ist nein nur der gott okay dann danke dass du gerade gesagt hat jesus ist gott warum er sagt offenbarung 1 17 steht geschrieben und als ich ihn sah fiel ich zu seinen füßen nieder wie tot und er legte seine rechte hand auf mich und sprach fürchte dich nicht ich bin der erste und der letzte der lebende und siehe ich war tot und siehe ich lebe von ewigkeit zu ewigkeit amen und ich habe sogar die schlüssel des totenreiches und der toten das sagt jesus christus im neuen testament im alten testament jesai 646 686 vor christus sagt er das auch hier spricht der könig israels und der erlöser jahr bl messias rettet ich bin der erste und ich bin der letzte und außer mir gibt es keinen gott wer ist gott nur jesus christus und das steht schon vorher in der bibel drin krass das jesus gesagt ja deswegen das ist das wenn du das sind jetzt viele ziemlich viele infos wie gesagt wenn du noch mal fragen hast kannst du den leuten nicht gesagt habe folgen und wir werden die gerne weiter so lange jetzt wir werden immer zeit für dich finden außer wir sind vielleicht eine mega debatte aber wenn ich sehe werde ich wahrscheinlich trotzdem hochholen weil das ist mir wichtiger als blöde debatten ehrlich gesagt oder genau richtig auch in der offenbarung 21 6 und 7 sagte er er sagt ja moment sagt da ich bin das einfach genau ich bin das alpha und das omega der erste und der letzte und ich möchte den dürsten der quelle des wassers des lebens geben umsonst warum umsonst weil er für uns bezahlt hat da beruft er sich auf das gleichnis bei der bei der samariterin am brunnen wo er mit ihr spricht sagte jesus christus wer von meinem wasser trinkt wird in ewigkeit nie wieder dürsten sondern eine quelle des ewiges leben besitzen und dann sagt jesus und wer das überwindet der wird alles erben und jesus sagt und ich werde sein gott sein und er wird mein sohn sein die das ist ein diejenige diejenige die sein wasser die kommen in die 3 somit nein er meint damit nein pass auf dem meint damit du bist ja jetzt zum beispiel fleisch du bist ja hier auf erden so das heißt wenn du durst das heute wirst ja wahrscheinlich morgen übermorgen drei tage durst haben wenn du nicht trinkst du ja richtig stirbst ohne wasser und jesus sagt dass er die quelle des wassers des ewigen lebens ist wer von meinem wasser trinkt er meint also damit wer ihm nachfolgt wird selbst leben wenn er stirbt das sagte selbst in johannes 11 25 weil er ist die quelle des ewiges lebens und guck mal wie heftig der satz ist und offenbarung 22 18 kurz vor ende der bibel sagt er und ich bin die quelle des ewiges wassers und wer von meinem wasser trinkt denn der möchte ich umsonst das geben was bedeutet umsonst warum sagt er denn umsonst weiß ich nicht was meinst du ja er meint dass er meint das damit in dem sinne dass er schon und der geist und die braut sprechen kommen und wer der höre der spreche kommen und wer da dürstet wer der durst hat der komme und wer da will der nehme das wasser des lebens umsonst also das ewige leben umsonst umsonst sagt er weil er für dich für alle menschen am kreuz schon gestorben ist alles sind so vergeben du musst ihn nur noch annehmen er sagt wer anklopft dem wird geöffnet wenn du glaubst dass jesus christus für deine sind gestorben ist am kreuz gegangen ist am dritten tag aus von den toten wieder auferweckt worden ist oder aufgestanden ist und glaubst dass jesus christus im fleisch das wort im fleisch gekommen ist hast du ewiges leben weil er garantiert ja das paradies genau moment moment wird gefragt in suche 56 vers 9 und weiß was er antwort ich weiß nicht was mit mir passiert ich weiß auch nicht was mit euch passiert sagt aber ich bin das ewige leben und die auferstehung wer mir nachfolgt wird selbst leben wenn er stirbt selbst den am kreuz dismas hat du hast du musst buße begehen das heißt du musst deine sünden anerkennen dass du ein sünder bist vor seinem thron du gehst auf die kino sagst herr bitte nehme meine sünden vor mir du gibst ihm deine sünden durch und lässt dir vergeben von jesus christus dass du glaubst dass ein sünder ist und das hat dismas am kreuz gemacht er hat gesagt zu dem anderen dismas spricht er und sagt der der eine spottet ihm und sagt du bist doch gottes sohn rette dich selbst und uns gleich mit und da erfüllt sich wieder die schrift im psalm 22 übrigens das ist jetzt wieder zu viel aber der andere sagt dismas er hat nichts unrechtes wir sind zu recht hier gekreuzigt worden weil das waren sünder es waren mörder aber er sagt er hat nichts unrechtes getan und dann spricht er ihn an mit her also adonai der herr und erkennt ihn als erlöser und sagt herr bitte gedenke mich wenn du im paradies bist weiß was jesus eben antwortet wahrlich wahrlich ich sage dir du wirst heute noch mit mir im paradies sein lukas 23 steht das geschrieben kann ich ein wenig das paradies bringt nein okay was muss ich jetzt als normaler mensch machen in eurer perspektive dass ich ins paradies komme einfach an jesus glauben als gott und fertig oder muss ich diese so du musst ihn als als heiland als erlöser als retter anerkennen dass er für deine sind ja gestorben ist weil du gott kann sind vergeben und wenn sie selber immer gleich das genau richtig und dann musst du buße begehen buße bedeutet deine sünden vor ihm bereuen du bist in einem kämmerchen und gibst ihn dann die buße ab deine ja das ist was du getan hast du brauchst ich in die kirche er sagt selber in der bibel du kannst in einem kämmerchen rein in einem ort auf die knie gehen und bus übergehen aber natürlich ehrlich bereuen das ist nicht wie im islam du sagst einfach was würde ich hin und dann ist das rum sondern du musst wirklich von herzen aus bereuen und nicht einfach nur sagen ja ich habe jetzt hier irgendwas schlechtes gemacht und du mich mal davon befreien weißt du musst wirklich mit geht gehen und das rück schon herzen machen und dann reicht das und dann steht in johannes 3 vers 3 du musst von neu geboren dann wirst du im geiste neu geboren in christus in den fängst von ihm den heiligen geist und wirst ein komplett in neuer neues geschöpf ein sohn gottes wirst du dann kinder gottes wie er das benennt in johannes 1 1 wird auch in die bibel die hülle und 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 paradies beschrieben so genau was da ist und was muss man da bekommt oder nein oder die hölle ist die behörde ist einfach beschrieben auch das ist ein ort der finsternis du musst ja gottes licht das sagt jesus selber in johannes kapitel 9 8 vers 12 sagte selber ich bin das licht der welt sagt jesus wer mir nachfolgt wird nicht in der finsternis wandeln was meint er damit das heißt er ist das nicht nur gottes licht und du wirst dann nicht getrennt sein aber wenn du dich hier auf erden entscheidest in der finsternis zu wandeln ohne christus wirst du auch später nach dem tod in der finsternis bleiben im ewigen feuersee ok was muss man machen um christ zu sein habe ich ja gerade gesagt du musst du bist zu werde also einfach bussen und fertig ja klar bei uns gibt es keine bei uns gibt es keine schade also so ein zauberspruch du hast ja eine lebendige beziehung wir haben einen lebendigen gott wir haben eine wendige beziehung das heißt du kannst mit ihm jederzeit sprechen selbst jetzt weiß er dass wir hier sind du kannst jetzt beten du kannst mit ihm sprechen er ist wir haben ein gott der keinen raum und zeit hat du kannst jederzeit zu entsprechen ist immer wieder stark heute zum beispiel auf die knie gehen und einfach nach ihm fragen kannst heute also zum beispiel sagen offenbart ich mir und wenn das von herz 1 geht er sich die schon zeigen ob wir ob jetzt bezeichnen damit das andere mal du wirst definitiv was erhalten dass du weißt dass er da ist genau dann bekommst du den heiligen geist und danach würde ich mich dann im nachhinein irgendwann taufen lassen so dass du einmal damit abschließt genau damit du mit deinem alten lesen abschließt tauchen geht auch als erwachsener ja ja klar du wirst ja nicht getauft es geht ja nicht um die das ist ja eine geistliche darauf du musst du wirst ja in christus im geiste neu geboren liebe geschwister ich bin schlafen ich bin ich tatsächlich auch okay dann ist man natürlich wirklich eine gute nachschlaf gut wir lieben wir schlafen alles schlaf gut ich habe euch ich habe zu viel geredet wieder ich weiß wenn ich einmal über die schriften rede kann ich weiß ich wie lange ich studiere bitte ich bin sogar für das bekommen bist weil ich bin schon ein bisschen krocki deswegen war das eigentlich ganz gut dass du kommst du warst frisch du warst vital konnte es direkt loslegen weil wir sind jetzt die ganze zeit hier mit sich bestimmt in ferse durchgegangen weil ich auch ein bisschen gut im kopf wieder weil ich bin schon neun stunden live wenn man jetzt alles team zusammen zählt ja ja ich habe es auch schön dass man so am ende auch schön das evangelium verkündigt die frohe botschaft die leute definitiv ich werde jetzt auch gleich noch mal timo timotheus lesen 1 und 2 einfach damit wir noch zwei briefe haben und dann die shoppen gleich denke ich auf jeden fall für das gerne muss gerne ich hab dir gefolgt ich hab dir gefolgt wie gesagt ich bin meistens mal morgens unterwegs oder so und so zwei drei stunden und du kannst ja zum beispiel bei mir auch alle videos angucken egal welcher gelehrter der existiert wurde mit der bibel widerlegt kannst du dir alle angucken genau genau videos wenn zum beispiel vier vogel irgendwas erzählt macht er ein video dagegen und zeigt ihm dass der vier vogel zum beispiel das ist zum beispiel gibt natürlich auch andere gelehrte dass er halt da irgendwas was nicht weiß weil die lügen leider sehr oft über die biege ja ja ich war auf seinem profil deswegen weil ich weg ich habe geredet gesagt okay wir hören doch nicht so kann man kann es ja alle da sind die marme drin der vier vogel massel gras keine ahnung die ganzen die im top hat sie alle angucken du siehst dass sie selber durch den heiligen geist die bibel gar nicht verstehen zum beispiel die sie achten es als widerspruch obwohl eigentlich das nicht mal widersprüche ist er sondern sondern eine prophezeiung aber das siehst du dann alles in den videos ganz einfach ich erkläre das ganz einfach aus der schrift okay perfekt gucke ich mir die videos an und ich mag für maros ich will heiße maros ja hier auf tik tok von menschlich und echt ist egal bruder alles gut ich sage dass sie nicht willst du dich anonym wegen internet das ist ja nicht immer so chillig wie jetzt wenn wir auch werden ja es gibt auch gewisse leute dass immer was vorliest zum beispiel die schreiben eine ganz nette nachrichten sie suchen einen so deswegen bleibe ich erst waren und ihm vielleicht irgendwann nicht mehr aber aktuell auf jeden fall ist das erstmal besser ja also wenn du dazu stehst wirst du sagst doch egal also wir sind alle menschen ich besser hier diese x muslim heißt ja auch amir ja aber guck mal zum beispiel das gutes beispiel der hat genug stress also deswegen weil er sich zeigt sehr viel stress jeder kennt ihn genug leute die schon versucht haben ihm was anzutun also ich möchte mir so sparen weißt du bist aber deutscher nationalität sag ich ja auch nicht kurz was also ich bin quasi komplett anonym ja ja also aus interesse noch habe ich ja alles gut weiß wie gesagt ich würde glaube ich öfters kommen ja nur bis jederzeit willkommen schreibe mir noch paar fragen auf also was ein jesus eingeweilt ist interessant wie das letzte mahlzeit habe ich ja auch viel gehört was es da passiert wie es abendmahl genau abendmahl ja und so und ja ich habe gesagt kommen gern jederzeit vorbei bei mir zu bekommen bei dem oder wie diese singerin denn schön euch kennenzulernen danke für alles ja ja doch nicht gut kommen aus einer frage wurden sehr viele und wir haben dir ein bisschen geholfen ist doch gut jetzt kannst du jetzt hast du die quellen das kannst du ausnahm mal alle konkrete antworte und wer sind weil ich mag nicht aber so und so wurde gesagt das ist für mich ja klar wir reden nur aus der wahl ja okay du siehst du kannst jeden christen frage wird dir die bibel stellen beantworten da wird nicht so wie es da drin steht wird ganz also ihr seid die ersten immer fragen was gut wie gesagt kommt es nicht einfach noch mal vorbei bei mir oder bei dem oder oben oder bei naht oder was weiß ich will man es immer läuft und ich habe gesagt habt ihr gefolgt und schicken mir auch bitte die videos oder die kranken du wirst mir in der schicken gegen eicher und so ja schick ich dir schickt ja alle quellen von eicher da gibt es ungefähr 8 ich kann ja alles schicken haben mit einem puppen gespielt und mit rotteln ich weiß nicht genau das was du diese ns frau auf keiner rennen schicken wollte ich genau auf den weg ist nicht bitte ok dann schön ja einen guten morgen ich gehe auch mal runter erst mal gottes segen ich gehe jetzt auch spenden ich höre noch mal ein bisschen hier rein und ja ich komme sehr klar und abend noch mal gottes wegen oder jetzt gott schlaft und euch auch ja ihr auch danke tschau du bist ja auch hier aber ich glaube der riesen ist eingeschlafen ja der riescom strafe jetzt der ries kommt oft hoch und es hilft ich glaube ich immer ein weil wir so lange am start da wollte jemand hoch noch weiß das schlomo ach gottes segen jungs und jetzt der bruder gut danke euch ja auch soweit der eine der gerade hier war aber da war ja echt ohne scheiß da war echt ein feiner jungen definitiv das hat man von allen sagen wir haben ihm ja die erste kuran und er hat gelesen und er war ehrlich er hat direkt ich weiß ob die ganze zeit dabei war es aber als er den vers mit den frauen da gewesen hat er direkt gesagt oha was hat seine reaktion gemerkt die war ja ehrlich ja ich war richtig viel lange drin ich war zwischendurch woanders aber das meiste habe ich mitbekommen was bei dem schön war war der hat nicht einmal versucht zu widerlegen oder nähe ihr lügt oder blablabla da richtig schön zugehört ja aber echt deutsche leute den kannst du besser reden als mit so aggressive leute finde ich heute der streamer generell richtig gut claudia wir hatten eine frau hier oben wir haben ja auch die sache dann hat sie auch gemeint ja das macht sinn deswegen jetzt versteht sie viele sachen wie die männer handeln und so weil sie hat auch schlechte erfahrung mit einem ziemlich man sich selber auch ins klima das war ein super gespräch ohne anfeindung dann jetzt der junge und dazwischen hatten wir auch noch einen der ist also heute hat das will sich richtig gelohnt heute haben wir wirklich richtig gute gespräch gefühlt und zwar nicht einmal diese du kennst ja die typische gespräche wollt ihr nicht sagen ja ich mache das ja auch nicht mehr mit das ist ja meine streams bin 23 und abgesehen davon traut sich keiner mehr hoch das problem da kennst du schon dass sie nicht die wahrheit haben wollen das waren immer nur die jenen die ich habe diese und trotzdem ist der stream immer voll 120 130 leute morgens früh und hören dazu so die bibel damit die leute sich das aufschreiben ich wollte sagen guck mal claude es gibt auch viele leute die schreiben gar nichts rein die hören nur zu wo die denken nach weißt du und vielleicht melden sich irgendwann hat zum beispiel jetzt auch eine syrerin die hat mir privat hier geschrieben auf die glock hat auch gemeint ich bin immer in euren streams bin ich traue mich aber nicht was zu schreiben wegen hier familie so und so und hat auch gemeint ich habe jetzt angefangen die bibel zu lesen so und das bringt was selbst wenn nur einer darunter ist der sich gedanken macht ist das schon sehr sehr viel wert ja richtig weil diese diese spiel aber diese diese komischen akkubaten die morgens kommen und dann irgendwas labern die hat man immer aber um die geht es mir nicht geht mir um eine verbindung ich gebe dir eine verbindung aber ich wollte sagen wo ich mir den faden verloren ja genau es geht ja nicht darum dass wir versuchen so viel wenn wir versuchen leute den wahren weg zu zeigen und wir scheitern daran dann können wir nichts machen so geht aber darum dass wir es versuchen sollen genau wir können den samen sehen der rest nicht mehr tun als das was der herr gesagt hat bringe die auf den richtigen weg bevor es zu spät ist ja wir können verkünden und wir können erklären aber zwingen können wir kein ganz kurz ich habe was was auch was interessanter herausgefunden dafür brauchst aber drei bibelstellen die sich zueinander vereinen zu einer erfüllten prophezeiung philippa baus ich jetzt nicht erklären oder philippa kapitel 2 vers 5 dass ihr sollt so gesinnt sein als jesus in der gestalt gottes war richtig aber er hat die gestalt des knechtes angenommen wurde wie die menschen ok jetzt gehen wir jetzt gehen wir bitte auf markus kapitel 1 vers 10 ich hab mir kaffee in der zeit guck mal was da drin steht vers 10 und 11 vers 10 und 11 vergiss bitte nicht gott war in der gestalt jesus christus hielt es nicht weg er war in der gestalt gottes aber er wurde wie die menschen und hat die knechtschaft angenommen das ist wichtig dass du das behältst weil diese bibelstellen passen zusammen zu dieser prophezeiung die gleich kommt ja und sogleich als er aus dem wasser stieg sah er dass der himmel aufriss und der geist wie eine taube auf ihn herab kam und eine stimme aus dem himmel sprach du bist mein geliebter sohn an dir habe ich wohlgefallen gefunden richtig jetzt öffne bitte hier sei ja 42 1 und genieße was da drin steht ja ja aber wenn du du bist ja an die bibel komplett wie ein leitfaden ziehen und jetzt pass auf warum warum ich das sage du wirst jetzt direkt merken was in dieser 42 1 steht siehe das ist mein knecht den die stütze das ist meiner wälder an ihm finde ich gefallen ich habe mein geist auf der welt ist der messias der retter jacht berettet der gott der geist auf ihn können und an dem wunder wohlgefallen also genau perfekte perfekte kann man es gar nicht erklären also gibt mir auch schon das allein dass hier auch der geister will wie das wirklich perfekt ja das ist richtig stark aber guck mal das aber das problem ist stell mal vor du gehst so in die materie mit dem muslim und das komische ist die die sagen ja trotzdem ja das ist dann also nichts so heißt ich frag mich wirklich wenn man das alles in den ganzen der verweisen wie soll dann sagen wie soll ein mensch denn sowas schreiben dass das alles zueinander passt wie soll das denn gehen wenn das jetzt nur ein mensch hier so aufgeschrieben hätte oder die das ihnen zusammengestellt wird so ständig fehler muss ich es bleibt nur ein argument die bibel ist verfälscht ja aber dann ist sie so gut ist so gerecht hat das ist der wahnsinn ja aber ich sag ja immer dann müsste alle alle 66 bücher der bibel alle verfälscht haben alle weil du kannst ja egal welches kapitel du nimmst kommen sie aus der nummer ja gar nicht mehr raus egal welches er suchte ein aussage ich der bruder schreibt noch ließ jesaja 61 ok kann ich auch machen der geist gottes des herrn gut auf mir denn der herr hat mich gesagt er hat mich gesandt um die armen um den armen frohe botschaft zu bringen um die zu heilen die gebrochenen herzen sind um den gefangenen freilassung auszurufen und den gefesselten befreiung ist schon kaffee gottes segen wegweiser wegweiser hallo 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 wegweiser kollege von mir ok gut dass du es jetzt sagt das hätte ich runtergeschwister weil ich schredet weil ich bin weil manche sich dann ins team ist in ordnung aber der macht viel spaß aber wenn ich da bin dann war ich den schon aber wir haben so noch so eine andere gruppe ich glaube ich war mal drin gewesen wir machen dann nur blödsinn weiß ja okay aber in rahmen also nicht dass wir leute verletzen oder sondern alles gut bisschen spaß kann ja sein solange man jetzt nicht bei wichtigen also ich verstehe auch spaß und das gut aber manchmal sage ich dir ehrlich kommen leute hoch und man hat spaß man gerade jemand am aufklären ist und dann geht es mir richtig auf den märz damit auch manchmal ein bisschen bisschen wütend aber immer so spaßlich durch macht eigentlich immer in ordnung ich habe meine frage an euch man sagt ja man redet ja man soll ja nur über schöne sachen reden und über wenn man über schöne sachen rede redet man ja viel darüber oder nicht ja jetzt ist meine frage wieso kommen die muslime immer in die gruppen rein und fangen sofort mit dem thema jesus christus ja ganz einfach weil das erstens das schönste an ihrem koran ist und jesus wird ja im koran sogar viel 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 öfter als er mohammed erwähnt das heißt selbst im koran ist bei denen der jesus interessanter als moment definitiv wie viel interessanter kommen allein allein die mutter hat meine eigene suche allein mariam hat eine ganze mariam richtig das ist so krass aber guck mal ich habe schon immer diese diese theorie dass damals sich der mohammed gedacht hat wie erreiche ich die leute dann hat er gemerkt es gibt christen die glauben ja nie ist und so wie erreiche ich die dem ich dann sage ich guck mal dieses bauch bei uns ist ein prophet weil damals hat jesus ja auch schon die leute fasziniert und polarisiert und kummer heute auch die die muslime kommen die kommen nicht an und sagen jesus christus hat ja nicht umsonst gesagt ja aber was mit dem was mit meinem argument noch kann man sich ja das ist wichtig ist auch heutzutage die kommen nicht zu dir und sagen hier mohammed hier allah sondern die kommen und sagen bei uns ist jesus auch in der region ist auch ein profeter ist bei uns isa so und so weiß ich meine wissen genau dass jesus christus 10 die kommen zu christen immer mit jesus nicht mit oder mit mohammed immer mit jesus das ist der einstieg und das ist wenn ich wenn ich da nicht vor käme im islam würde sich kein mensch dafür interessieren und keiner würde kommentieren da werde ich alles drauf und allein das zitat was jesus christus ja gesagt hatte es werden nach mir falsche propheten kommen so ungefähr mit unter meinem namen weißt du also zu lügen und zu täuschen irgendwie so ne ja wir haben wir haben eine sache noch bitte eine sache noch die die juden haben ja unseren jesus christus erstmal abgelehnt die glauben ja an den jesus dennoch kommen soll richtig ist hier auch genau an den glauben dir und jetzt guck dir mal alle muslime an die hassen jesus die hassen die juden wie die pestner warum weil juden nicht die verbindung zu jesus haben dürfen also oder erreichen sollen und wer sorgt dafür der satan ja für mich ist islam zum beispiel entstanden wegen satan 100 prozent weil er sich verbunden mit dem satan namen ist am freundin mit dem satan 100 prozent weil dieses hat am kreuz gesiegt und wie kann der satan noch noch kurz schaden indem er versucht seine kinder in die irre zu führen das ist das einzige wasser was ihm noch übrig bleibt und deswegen hat er neue religion gemacht ich wollte eine sache noch sagen ich kenne mich auch so ein bisschen aus in der bibel natürlich auf meine art und weise also ich kann jetzt nicht sagen das steht in dem kapitel und den vers bin ich ehrlich aber so die geschichten alle ich kenne die alle aber ich wollte euch noch mal danken echt das ist so ein hammer geiler chat mit naht und sicario und ich lerne von tag zu tag immer mehr durch euch haben wir das heute nicht wohl jetzt was uns selbst schafft wir heute mit gedanken und auch wenn die muslime zum beispiel argumentieren dass manche hohe leute weise und ich kann kein arabisch habe den koran auch nicht so wirklich gelesen und da könnte ich zum beispiel gar nicht mitreden aber durch euch jetzt dann verstehe ich wie ich mich zu verteidigen habe ja das ist so das ist ja auch das ziel irgendwo weil kann man das problem auch hier auch am anfang kam die also also klar gab es ex mussel am anfang kam diese muslimische dauer nicht sind jetzt mal kam hier ja ja man hat die ganze die christen geschossen ohne ende hier war keiner zum verteidigen dann irgendwann haben die ersten leute die dann auch mal wirklich gegen bild gehalten hat hat und jetzt mit viel stärker als sie sind viel mehr menschen wir sind rund um die uhr hier wirkt dann rund um die uhr auf argument die immer gesagt haben verpuffen mal kommen die das wort ist das gegen das echte wort gottes kommt einfach nicht an er kann so viel lügen wie du willst denn wenn ein mensch der aufrichtig ist und sucht wird immer die wahrheit in der bibel finden und nicht im koran und deswegen ich lese so viel von den jenen können ich habe über 40 bücher das blöde ist aber wenn du zu viel auch davon liest ich merke zum beispiel persönlich wie mein geister richtig richtig blöden geht ich hatte eine zeit habe ich nur den hier quellen gelesen und ich war da ganz gerne ganz komisch gedanken ich weiß nicht das beschreiben sollten richtig form von jesus weggekommen so ein bisschen und deswegen ist auch immer die bibel jeden tag auch immer mehr da drin als jetzt nicht krass die ich jetzt nicht 23 seiten aber ist immer ein paar kapitel oder auch zum abschluss des streams habe ich wieder noch mal normale gedanken bekommen und nicht immer in diesem islam festhängen was du weil das wirklich das kannst du auch nicht vergleichen miteinander wenn du das dies kriegst die schlechte laune wenn die bibel ist nicht so richtig gut das war auch der grund warum ich hochgekommen bin um ehrlich zu sein machen ja noch mal die schriften zu bringen dass wir haben also wir haben ja ich weiß nicht wie lange drin war es am anfang wir haben ihn ja so die grundzüge sag ich mal erst mal erklärt dann wollte er wollte immer vergleichen als werfe beides neugierig weißt du die islam und für christentum sein vater ist syrischer moslem und seine mutter ist was er gesagt russische christin aber als er ist schon bald beidseitig quasi aufgewachsen er geht sogar in die kirche hat er gemeint unergeblich moschee wie auch immer das funktionieren soll aber er geht beides sein vater und deswegen war er sehr interessiert der versuch halt jetzt die wahrheit von diesen zwei sachen zu finden aber merkt auch dass das sehr liberal sag ich mal aufgezogen wurde merkt man so leute ich würde jetzt wenn es euch nicht stört wie gesagt zwei timotheus briefe vorlesen weil ich bin echt müde dass ich das noch schaffe weil sonst schaffe ich das werde ich nicht mehr zu reden normal was ihr habt noch irgendwas dann würde ich das machen dann falls sie währenddessen raus geht sage ich schon mal gottes segne an euch beiden ja und danke dass ihr da war dass wir in dessen ausgeht und wir sehen uns irgendwann anders da so ich fange jetzt an zu lesen ja ich werde trotz ich habe von unten zu woher jetzt weil ich oben bin ist noch mehr akku verbrauch ich habe mit keine ahnung 70 prozent angefangen jetzt bin ich auf 25 die artik trotzdem das manchmal denke ich habe mein handy gerade erst geladen gut dann gottes segen und ist später noch mal oder sogar später tschau also leute erster timotheus fangen wir an paulus apostel christi jesu gemäß dem auftrag gottes unseres retters und christi jesu unserer hoffnung an timotheus sein rechtmäßiges kind im glauben gnade erbarmen und frieden von gott dem vater und christus jesus unserem herrn bei meiner abreise nach mazedonien habe ich dich ermahnt in nefessus zu bleiben damit du bestimmten leuten verbietest falsche lehren zu verbreiten und sich mit farbeleien und endlosen geschlechter reihen abzugeben wie nur schreit fragen mit sich bringen statt dem heilsplan gottes zu dienen der sich im glauben verwirklicht das ziel der unterweisung ist liebe aus reinem herzen gutem gewissen und ungeheuchelten glauben davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem geschwätz zugewandt sie wollen gesetzeslehrer sein verstehen aber nichts von dem was sie sagen und worüber sie sich urteilen wir wissen aber das gesetz ist gut wenn es jemand im sinn des gesetzes anwendet und bedenkt dass das gesetz nicht für den gerechten bestimmt ist sondern für den gesetzlosen und ungehorsam für gottlose und sünder für menschen ohne glauben und ehrfurcht für solche die vater und mutter töten für mörder unsüchtige knaben schänder menschenhändler für leute die lügen und meineide schwören und all das tun was gegen die gesunde lehre verstößt gemäß dem evangelium von der herrlichkeit des seligen gottes das mir anvertraut ist ich danke dem der mir kraft gegeben hat christus jesus unserem herrn er hat mich für treu gehalten und in seinem dienst genommen obwohl ich früher ein lasterer verfolger und frevler war aber ich habe erbarmen gefunden denn ich wusste in meinem unglauben nicht was ich tat doch über allemaßen groß war die gnade unseres herrn die mir in christus jesus den glauben und die liebe schenkte das wort ist glaubwürdig und wert dass man es beherzigt christus jesus ist in die welt gekommen um die sünder zu retten von ihnen bin ich der erste aber ich habe gerade darum erbarmen gefunden damit christus jesus an mir als erstem seinen ganzen langmut erweisen konnte zum vorbild für alle die in zukunft an ihn glauben um das ewige leben zu erlangen dem könig der ewigkeit dem unvergänglichen unsichtbaren einzigen gott sei ehre und herrlichkeit in alle ewigkeit amen diese ermahnung lege ich dir ans herz mein kind themotheus gemäß den prophetischen worten die über dich gesprochen wurden durch diese worte gestärkt kämpfe den guten kampf gläubig und mit reinem gewissen dass manche missachtet und so im glauben schiff schiffbruch erlitten haben zu ihnen gehören himenius und alexander die ich dem satan übergeben habe damit sie in zucht genommen werden und nicht mehr lästern vor allem fordere ich zu bitten und gebeten dafür bitte und dank sagen auf und zwar für alle menschen für die herrscher und für alle die macht ausüben damit wir in aller frömmigkeit und rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können das ist recht und wohlgefällig vor gott unserem retter er will dass alle menschen gerettet werden und zur erkenntnis der wahrheit gelangen denn einer ist gott einer auch mittler zwischen gott und dem menschen der mensch christus jesus der sich als lösegeld hingegeben hat für alle ein zeugnis zur vorbestimmten zeit als dessen verkünder und apostel ich eingesetzt wurde ich sage die wahrheit und lüge nicht als lehrer der völker im glauben und in der wahrheit ich will dass die männer überall beim gebet ihre hände in reinheit erheben frei von zorn und streit auch sollen die frauen sich anständig bescheiden und zurückhaltend kleiden nicht hartracht gold perlen oder kostbare kleider seien ihr schmuck sondern gute werke so gehört es sich für frauen die gottesfürchtig sein wollen eine frau soll sich still und in volle unterordnung belehren lassen dass eine frau lehrt erlaube ich nicht auch nicht dass sie über ihrem mann herrscht sie soll sich still verhalten denn zuerst wurde adam erschaffen danach eva und nicht adam wurde verführt sondern die frau ließ sich verführen und übertrat das gebot sie wird aber dadurch gerettet werden dass die kinder so dass die kinder zur welt bringt wenn diese in glaube liebe und helligkeit ein besonderes leben führen besonderes leben führen das wort ist glaubwürdig wer das amt seines bischofs anstrebt der strebt nach einer großen aufgabe deshalb soll der bischof untadelig mann einer einzigen frauen nicht dann besonnen sein von würdiger haltung gastfreundlich fähig zu lehren er sei kein trinker und kein gewalttätiger mensch sondern rücksichtsvoll er sei nicht dreizüchtig und nicht geldgierig er muss seinen eigenen haus gut vorstehen seine kinder in gehorsam und allem anstand erziehen wenn einer seinem eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll der für die kirche gottes sorgen er darf kein neu bekehrter sein damit er nicht hochmütig wird und dem gericht des teufels verfällt er muss aber auch bei den außenstehenden einen guten ruf haben damit er nicht in übel nachrede kommt und in die falle des teufels gerät ebenso müssen diakone sein achtbar nicht doppelzüngig nicht dem wein ergeben und nicht gewinnsüchtig sie sollen mit reinem gewissen am geheimnis des glaubens festhalten auch sie soll man vorher prüfen und nur wie sie unbeschollen sind sollen sie ihren dienst ausüben ebenso müssen frauen ehrbar sein nicht verleumdnerisch sondern nüchtern und und in allem zuverlässig die akone soll männer einer einzigen frau sein und ihren kindern und ihren eigenen haus gut vorstehen denn wer seinen dienst gut vorsteht erlangt einen hohen rang und große zuversicht im glauben an christus jesus ich schreibe dir das in der hoffnung schon bald zu dir kommen zu dir zu kommen falls ich aber länger ausbleibe sollst du wissen wie man sich im hausgottes verhalten muss welches die kirche des lebendigen gottes ist säule und fundament der wahrheit wahrhaftig groß ist das geheimnis unserer frömmigkeit er wurde offenbart im fleisch gerechtfertigt durch den geist geschaut von den engeln verkündet unter den völkern geglaubt in der welt aufgenommen in die herrlichkeit der geist aber sagt ausdrücklich in späteren zeiten werden manche vom glauben abfallen sie werden sich betrügerischen geistern und den lehren von dämonen zuwenden getäuscht von heuchlerischen lügnern deren gewissen gebranntmarkt ist sie verbieten die heirat und fordern den verzicht auf bestimmte speisen die gott doch dazu geschaffen hat dass die die zum glauben und zur erkenntnis und wahrheit gelangt sind sie mit dank zu sich nehmen denn alles was gott geschaffen hat ist gut und nichts ist verwerflich wenn es im dank genossen wird es wird geheiligt durch gottes wort und durch das gebet dies trage den brüdern vor dann wirst du ein guter diener christi jesu sein erzogen in den worten des glaubens und der guten lehre der du gefolgt bist gottlose abweiber fabeln weise zurück übe dich in der frömmigkeit denn körperliche übung nützt nur wenig die frömmigkeit aber ist nützlich zu allem ihr ist das gegenwärtige und das zukünftige leben verheißen dieses wort ist glaubwürdig und wert dass man es beherzigt dafür arbeiten und kämpfen wir denn wir haben unsere hoffnung auf den lebendigen gott gesetzt den retter aller menschen besonders der gläubigen du sollst dies anordnen und lehren niemand soll dich wegen deiner jugend geringschätzen sei vielmehr den gläubigen ein vorbild in deinen worten in deinem lebenswandel in der liebe im glauben in der lauter lauterbarkeit lies ihnen eifrig aus der schrift vor ermahne und belehre sie bis ich komme vernachlässige die gnade nicht die in dir ist und die dir verliehen wurde als ihr die ältesten aufgrund prophetischer wörter gemeinsam die hände auflegten dafür sollst du sorgen darin sollst du leben damit allen deine fortschritte offenbart werden achte auf dich selbst und auf die lehre halte daran fest wenn du das tust rettest du dich und alle die auf dich hören einen älteren mann sollst du nicht grob behandeln sondern ihm zureden wie einem vater mit jüngeren männern reden wie mit brüdern mit älteren frauen wie mit müttern mit jüngeren wie mit schwestern in aller zurückhaltung ehre die witwin wenn sie wirklich witwin sind hat eine witwe aber kinder oder enkel dann sollen diese lernen zuerst denen im eigenen haus ehrfurcht zu erweisen und dankbar für die älteste generation zu sorgen denn das ist wohl gefällig vor gott eine frau aber die wirklich eine witwe ist und allein steht setzt ihre hoffnung auf gott und betet beharrlich und inständig bei tag und nacht wenn eine jedoch ein ausschweifendes leben führt ist sie schon bei lebzeiten tot das sollst du ihnen einprägen dann wird man ihnen nichts vorwerfen können wenn aber jemand für seine angehörigen besonders für die eigenen hausgenossen nicht sorgt der verleugnet damit den glauben und ist schlimmer als ein ungläubiger eine frau soll nur dann in der liste der witwin aufgenommen werden wenn sie mindestens 60 jahre alt ist nur einmal verheiratet war wenn bekannt ist dass sie gutes getan hat wenn sie kinder aufgezogen hat gastfreundlich gewesen ist und den heiligen die füße gewaschen hat wenn sie denen die in not waren geholfen hat und überhaupt bemüht war gutes zu tun jüngere witwin weise ab denn wenn die leidenschaft sie christus entfremdet wollen sie heiraten und ziehen sich den vorwurf zu ihrem ersten versprechen dass sie christus gegeben haben untreu geworden zu sein zugleich lernen sie auch untätig zu sein indem sie von haus zu haus laufen dabei aber nicht nur untätig sondern geschwätzig und neugierig sind und reden was sie nicht was ich nicht gehört deshalb will ich das jüngere witwin heiraten kinder zur welt bringen den haushalt versorgen und dem gegner keinen anlass zur üblen nachrede geben einige haben sich schon abgewandt und sind den satan verfolgt gefolgt wenn eine gläubige frau mit wenn in ihrem haus hat soll sie für sie sorgen die gemeinde soll nicht belastet werden damit sie sich um die kümmern kann die wirklich witwin sind älteste die das amt des vorstehers gut verstehen versehen verdienen doppelte anerkennung besonders solche die sich mit ganzer kraft dem wort und der lehre widmen denn die schrift sagt du sollst dem ochsen zum trechen keinen maulkorb anlegen und wer arbeitet hat ein recht auf seinen lohn dem gegen einen ältesten keine klage an außer wenn zwei oder drei zeugen es bekräftigen dienen die sich verfehlen weise in gegenwald aller zu recht damit auch die anderen sich fürchten ich beschwöre dich bei gott bei christus jesus und bei den auserwählten engeln befolge dies alles ohne vorurteil und vermeide jede bevorzugung lege keinem vorschnell die hände auf und macht dich nicht mitschuldig an fremden sünden bewahre dich rein trink nicht nur wasser sondern nimm auch etwas wein mit rücksicht auf deinen magen und deine deine häufigen krankheiten die sünden mancher leute liegen offen zu tage sie laufen ihnen gleichsam voraus zum gericht bei anderen kommen sie erst hinterher ebenso liegen die guten werke offen zu tage und wenn sie noch nicht offenkundig sind können sie doch nicht verborgen bleiben alle die das joch der sklaverei zu tragen haben sollen ihren herrn alle ehre erweisen damit der name gottes und die lehre nicht in verruf kommen diejenigen aber die gläubigen herren haben sollen dies nicht diese nicht gering achten weil sie brüder sind sondern sollen nicht eifriger ihren dienst verrichten weil sie glaubende und geliebte sind die sich bemühen gutes zu tun du sollst so sollst du lehren dazu sollst du ermahnen wenn einer etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden worte jesu christus unseren herrn hält und an die lehre die unsere frömmigkeiten spricht der ist verblendet er versteht nichts sondern ist krank vor lauter auseinandersetzung und wortgefechten diese führen zu neid streit verleumdungen üblen verdächtigungen und gezänk unter dem menschen deren denken verdorben ist diese leute sind von der wahrheit abgekommen und meinen die frömmigkeit sei ein mittel im irdischen gewinn zu erzielen die frömmigkeit bringt in der tat reichen gewinn wenn man genügsam ist denn wir haben nichts in die welt mitgebracht und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen wenn wir nahrung und kleidung haben soll uns das genügen die aber reich sein wollen geraten in versuchen und verstrickungen und in viele sinnlose schädliche begierden welche die menschen ins verderben und in den untergang stürzen denn die wurzel aller übel ist die habsucht nicht wenige die ihr verfielen sind vom glauben abgeirrt und haben sich viele qualen bereitet du aber ein mann gottes wie vor all dem strebe vielmehr nach gerechtigkeit frömmigkeit glauben liebe standhaftigkeit und sanftmut kämpfe den kampf des glaubens ergreife das ewige leben zu dem du berufen worden bist und für das du von vielen zeugen das gute bekenntnis abgelegt hast ich gebete dir bei gott von dem alles leben kommt und bei jesus christus der von pontius pilatus das gute bekenntnis abgelegt hat und als zeuge dafür eingetreten ist erfülle deinen auftrag rein und ohne tadel bis zum erscheinen jesu christi unseres herrn das zur vorbestimmten zeit herbeiführen wird der selige und einzige herrscher der könig der könige und der herr der herren der allein die unsterblichkeit besitzt der in unzugänglichem licht wohnt den kein mensch gesehen hat noch je zu sehen vermag ihm gebührt ehre und ewige macht amen ermahne die die in dieser welt reich sind nicht überheblich zu werden und ihre hoffnung nicht auf den unsichtbaren reichtum zu setzen sondern auf gott der uns alles reichlich gibt was wir brauchen sie sollen wohltätig sein reich werden an guten werken freigiebig sein und was sie haben mit anderen teilen so sammeln sie sich einen schatz als sicher grundlage für die zukunft das wahre leben zu erlangen demotheus bewahre was dir anvertraut ist halt dich fern von den gottlosen geschwätz und den widersprüchen der fälschlich so genannten erkenntnis einige die sich darauf eingelassen haben sind vom weg des glaubens abgekommen die gnade sei mit euch armin so leute ich muss mich gottes segen komme loko wie geht es dir oder jetzt ich gucke mal kurz was ihr geschrieben habt in der zeit noch mal gleich weiter mit dem zweiten brief und dann gehe ich schlafen ich bin echt müde was ist mit diesem einen jesus hier ist das so ein troller was schreibt ich die ganze zeit ja kein problem figrid kannst gerne unten bleiben ich mache ja wie gesagt ich gleich schuld äh gottes segen figrid ich hoffe du schläfst gut äh und bis heute abend oder morgen oder wann auch immer wir uns sehen gottes segen mein bruder ok wenn ihr meint der jesus ist ein troller dann mache ich den weg ich meine allein der name ist schon halb treu gefühlt ok ich glaube ich hatte ihn schon mal hier drin so ich bin mal kurz ich trinke jetzt ein schluck damals direkt weiter ja hast du recht bruder jetzt also wir lesen jetzt aus zweiter team timotheus dann haben wir beide briefe durch paulus durch den willen gottes apostel christi jesu gemäß der verheißung des lebens in christus jesus an timotheus sein geliebtes kind gnade erbarm und friede von gott dem vater und christus jesus unseren herrn ich danke gott dem ich dem ich wie schon meine vorfahren mit reinem gewissen dienen unablässig denke ich an dich in meinen gebeten bei tag und bei nacht wenn ich mich an deine drehen erinnere habe ich sehnsucht dich zu sehen um mich wieder von herzen freuen zu können denn ich denke an deinen aufrichtigen glauben der schon in deiner großmutter louis und in deiner mutter eunique lebendig war und der der nun wie ich weiß auch in dir lebt darum rufe ich dir ins gedächtnis entfache die gnade gottes wieder die die durch die auferlegung meiner hände zuteil geworden ist denn gott hat uns nicht in einen geist der verzagtheit gegeben sondern den geist der kraft der liebe und der besonnenheit schäme dich also nicht die des zeugnisses für unseren herrn und auch nicht meiner seiner gefangenen sondern leide mit mir für das evangelium gott gibt dazu die kraft er hat uns gerettet mit einem heiligen ruf hat er uns gerufen nicht aufgrund unserer taten sondern aus eigenem entschluss und aus gnade die uns schon vor ewigen zeiten in christus jesus geschenkt wurde jetzt aber wurde sie durch das erscheinen unseres retters christus jesus offenbart er hat den tod vernichtet und uns das licht des unvergänglichen lebens gebracht durch das evangelium als dessen verkünder apostel und lehrer ich eingesetzt bin darum muss ich auch dies alles erdulden aber ich schäme mich nicht denn ich weiß wem ich glauben geschenkt habe und ich bin überzeugt dass er die macht hat das mir anvertraute gut bis zu jenem tag zu bewahren als vorbild gesunder worte halte ich fest was du von mir gehört hast in glaube und liebe in christus jesus bewahre das dir anvertraute kostbare gut durch die kraft des heiligen geistes der in uns wohnt du weißt dass ich alle in der provinz asien von mir abgewendet haben zu ihnen gehören figelius und hermogenes dem haus der des ohne siephorus schenke der herr sein erbarmen denn ohne siephorus hat mich oft getröstet und hat sich meiner ketten nicht geschämt vielmehr hat er als er nach rom kam unermüdlich nach mir gesucht bis er mich fand der herr gebe ihm dass er beim herren erbarmen findet an jenem tag sorry findet an jenem tag seine treuen dienste in ephesus kannst du selbst am besten du also mein kind sei stark in gnade die dir in christus jesus geschenkt ist was du vor vielen zeugen von mir gehört hast das vertraue zuverlässigen menschen an die fähig sein werden auch andere zu lehren leide mit mir als guter soldat christi jesu keiner der in den krieg zieht lässt sich in alltagsgeschäfte verwickeln denn er will dass sein herr führer mit ihm zufrieden ist und wer an einem wettkampf teilnimmt erhält den siegeskranz nicht wenn er nicht nach den regen kämpft der bauer der die ganze arbeit tut soll als erster seinen teil von der ernte halten überlege dir was ich sage dann wird der herr dir in allem das rechte verständnis geben denke an jesus christus auferweckt von den toten aus aus davids geschlecht gemäß meines evangeliums um dessen um dessen willen ich leide bis hin zu dem fesseln wie ein verbrecher aber das wort gottes ist nicht gefesselt deshalb erdulde ich alles um der auserwählten willen damit auch sie das heil in christus jesus erlangen mit ewiger herrlichkeit das wort ist glaubwürdig wenn wir nämlich mit christus gestorben sind werden wir auch mit ihm leben wenn wir standhaft bleiben werden wir auch mit ihm herrschen wenn wir ihn verleugnen wird auch er uns verleugnen wenn wir untreu sind bleibt auch bleibt er doch treu denn er kann sich selbst nicht verleugnen rufe ihnen das ins gedächtnis und beschwöre sie bei gott sich nicht um worte zu streiten das ist unnütz und führt die zuhörer nur ins verderben bemühe dich darum dich vor gott zu bewahren als ein arbeiter der sich nicht zu schämen braucht der das wort der wahrheit geradeaus verkündet dem gottlosen geschwätz aber geh aus dem weg denn solche menschen geraten immer tiefer in die gottlosigkeit und ihre lehre wird um sie fressen wie ein krebsgeschwür zu ihnen gehören himenius und philetus die von der wahrheit abgiert sind indem sie sagen die auferstehung sei schon geschehen so zerstören sie bei manchen den glauben aber das feste fundament das gott gelegt hat bestand er hat bestand es trägt als siegel die inschrift der herr kennt die seinen und jeder der den namen des herrn nennt meidet das unrecht in einem großen haus gibt es nicht nur gefäße aus gold und silber sondern auch solche aus holz und ton die einen für ehrenhaften die anderen für die unehrenhaften gebrauch wer sich nun von all dem rein hält gleicht einem gefäß zu ehrenhaften gebrauch geheiligt brauchbar für den hausherrn zu jedem guten werk tauglich flieh vor den begierden der jugendlich der jugend strebe vielmehr unermüdlich nach gerechtigkeit glauben liebe und frieden zusammen mit denen die den herrn aus reinem herzen anrufen lass dich nicht auf torrichte und unsinnige auseinandersetzung ein du weißt dass sie nur streit der reihen hervorbringen ein knechtes herrn soll sich nicht streiten sondern soll allen freundlich sein ein geschickter und geduldiger lehrer der auch die mit müde zurecht weiß die sich hartnäckig widersetzen damit gott ihnen vielleicht umkehrt zur erkenntnis der wahrheit schenkt und sie wieder zur besinnung kommen und aus dem netz des teufels befreit werden von dem sie gefangen gehalten werden seinem willen unterworfen das aber sollst du wissen in den letzten tagen werden schwere zeiten anbrechen die menschen werden selbstsüchtig sein habgierig prahlerisch überheblich lästerer ungehorsam gegen die eltern undammbar gottlos lieblos unversöhnlich verleumdnerisch unbeherrscht rücksichtlos dem guten abgeneigt heimtückig verwegen hochmütig mehr dem vergnügen als gott zugewandt den schein der frömmigkeit waren sie verleugnen aber deren kraft wende dich von diesen menschen ab zu ihnen gehören nämlich auch die leute die sich in die häuser einschleichen und dort gewisse frauen auf ihre seite ziehen die von sünden beherrscht und von begierden aller art umtrieben werden frauen die ständig am lernen sind und die doch nie zur erkenntnis der wahrheit gelangen wie sich jannis und jampres dem mose widersetzt haben so widersetzen sich auch diese leute der wahrheit menschen verdorben im denken nicht bewährt im glauben doch sie werden wenig erfolg haben denn ihr unverstand wird allem offenkundig werden wie es auch bei jenen geschehen ist du aber bist mir gefolgt in der lehre im leben und streben im glauben in der langmut der liebe und der ausdauer in den verfolgungen und leiden denen ich antiochia ikonion und lystra ausgesetzt war welche verfolgung habe ich erduldet und aus allen hat der herr mich errettet aber euch alle ne auch alle die in meine gemeinschaft mit christus jesus ein frommes leben geführen wollen werden verfolgt werden böse menschen und schwindler dagegen werden immer mehr in das böse hineingeraten sie sind betrogene betrüger du aber bleibe bei dem was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast du weißt von wem du das gelernt hast denn du kennst von kindheit an die heiligen schriften die dich weise machen können zum heil durch den glauben an christus jesus jede schrift ist als von gott eingegeben auch nützlich zur belehrung zur widerlegung zur besserung zur erziehung in der gerechtigkeit damit der mensch gottes gerüstet ist ausgerüstet zu jenem guten werk ich beschwöre dich bei gott und bei christus jesus dem kommenden richter der lebenden und der toten bei seinem erscheinen und bei seinem reich verkünde das wort tritt auf ob gelegen oder ungelegen überführe weise zu recht überführe weise zu recht ermahnen aller geduld und belehrung denn es wird eine zeit kommen in der man die gesunde lehre nicht erträgt sondern sich nach eigenen begierden lehrer sucht um sich die ohren zu kitzeln und man wird von der wahrheit das ohr abwenden sich dagegen farbeleien zuwenden du aber sei in allem nüchtern ertrage das leid verrichte dein werk als verkünder des evangeliums erfülle treu deinen dienst denn ich werde schon geopfert und die zeit meines aufbruchs ist nahe ich habe den guten kampf gekämpft den lauf vollendet die treue bewahrt schon jetzt liegt für mich der kranz der gerechtigkeit bereit dem mir der herr der gerechte richter an jenem tag geben wird aber nicht nur mir sondern allen die sein erscheinen ersehnen beeil dich bald zu mir zu kommen denn demas hat mich aus liebe zu dieser welt verlassen und ist nach thessalonich gegangen chris chris kent ging nach galazien titus nach dalmatien lukas ist als einziger bei mir nimm marcus und bring ihn mit denn er ist für mich nützlich zum dienst tischikus habe ich nach ephesus geschickt wenn du kommst bring den mantel mit den ich troas bei kapus gelassen habe auch die bücher vor allem die pergamente alexander der schmied hat mir viel böses getan der herr wird ihn vergelten wie es seine tat verdiene nimm auch du dich vor ihm in acht denn er hat sich unserer worten heftig widersetzt bei meiner ersten verteidigung ist niemand für mich eingetreten alle haben mich im stich gelassen möge es ihnen nicht angerechnet werden aber der herr stand mir zur seite und gab mir kraft damit durch mich die verkündung vollendet wird und alle völker sie hören und so würde ich den rachen des löwen entrissen der herr wird mich allem bösen treiben entreißen und retten in seiner himmlischen in sein himmlisch reich ihm sei die ehren alle ewigkeit armen grüße prisea und aquila und das haus des onessiphorus erastus blieb in corinth trophimus musste ich krank im millet zurücklassen beeil dich noch vor dem winter zu kommen es grüßen dich oebulus pudens linus claudia und alle brüder der herr sei mit deinem geist die gnade sei mit euch amin so leute ich gucke noch kurz was sie geschrieben haben und dann mal schluss ich bin auch wirklich kaputt heute ok gut amen schlage live hat sich das ihm auch wirklich mal gelohnt weil wir heute echt mal viele leute hatten die wirklich auch zugehört haben was man ihnen so gezeigt hat und nicht die augen zugemacht haben das war wirklich mal schön ich wünsche euch allen gottessegen ja die jetzt am start waren danke fürs liken fürs kommentieren fürs generelle zuschauen ja danke art ich küsse oder herz mein bruder und dass ihr immer start seid ich will ja auch ries gottessegen wünschen aber ich glaube der pen schon länger auf jeden fall macht's gut wir sehen uns entweder einem anderen streamer heute abends wieder ich denke ich sie mal früher weil er doch nicht kann gottessegen an alle ich küsse eure herzen tschau tschau macht's gut und schlaft gut oder wacht gut auf je nachdem was ihr macht von allem